Was geht aber, Ickel? Was hat Unity, was andere nicht haben? Kann ich dir nicht beantworten. Kommt doch nicht auf die Features auf einem Server davon, sondern auf die Leute und auf die EP machen. Man kann ja Copyright-Free-Wands machen. Aber unter den Playlisten bei YouTube gibt es auch Lieder, die nicht Copyright-Free sind. Da könnte man maximal hier so Soundtrack bei Twitch benutzen oder so. Aber da musst du dich auf eine andere Person verlassen. Oh, hier geht da die Post ab wieder, Alter. Schalom. Nee, ich hab Dings gekauft. Andere. Andere Sachen. Was geht da ab? Hallo. Hallo? Ja, hallo. Ja. 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 Was denn? Ich war aber heute nicht. Ich war schon fleißig heute. Ich bin stolz. Mhm. Wer ist dein Freund? Mein Freund? Das ist doch... Kennst du doch das Logan. Wer? Logan. Von einem Sack Zwiebeln? Das war noch von den Yadis. Du bist bei den Yadis? Mhm. Was ist dein Fleck? Ja, immer dabei, ne? Aber irgendwann hau ich dir dafür auf den Kopf, wenn du mich mal mit den 187 verwechselst. Ja, bist du nicht der? Ich hab auch meine Fleck dabei. Warte, warte. Guck hier, das ist meine Fleck. Hat gute Stethoskop. Oha, kann ich das mal anziehen? Nein. Oder ist das nur für Mädchen? No. Ich will auch noch ein Stethoskop haben. Alternativ hab ich noch so ein komisches Fleck. Kann ich die haben? Nee, krieg ich ecker. Ich bin jetzt Schnapper, ne? Wo? Bei Army. Eier. Nix, Eier. Schnapper. Mhm. Was denn? Glaubst du mir nicht? Weiß nicht. Gleich hau ich dir die Pflop aus dem Mund. Oha. Grüße. Grüße. Gumo. Hallo. Was gilt? Jack, weißt du, ob Juni Handy hat? Guck ihn nur. Nee, im Knast nicht. Du sitzt da oben im Knast oder unten? Also, wenn du. Schoko meint heute Mittag State Prison. Ja, okay. Dann kann ich dir ein Handy geben lassen. Warum kannst du dir ein Handy geben lassen? Weil jemand, der einen Drogenkommel kauft, da oben arbeitet. Ah. Das wäre nicht schlecht, wenn die ein Handy hätten. Guck ihn los. Ja, ja, aber warte da mal. Ich glaube, wir haben da noch einen Kontakt. Müssen wir gleich, müsste ich weiter mal gucken. Also, ich habe Jeff schon mal Bescheid gesagt, dass ich da meinen habe, falls er dir das mal gesagt hat oder so. Ich guck mal, ich frag gleich mal rum. Weil vielleicht müssen wir dem nicht nur ein Handy da hochbringen. Ja, halt, wenn es irgendwas Schlimmeres wird, kostet es halt ein bisschen Geld, meinte der eine Typ zu mir mal. Was heißt denn was Schlimmeres? Ja, wenn ein Messer knarre, irgendwie sowas. Ach, der braucht kein Messer da oben. Klar. Oh, haben die umlackiert? Ja, ist wieder umlackiert. Das sieht viel besser aus. Ist so. Ist so, Ben fährt damit ja. Dann kann ich kurz das mit dem Geld machen. Ja, du rückst die Kohle raus. Ja, lass doch erst mal hinfahren. Boah, ich habe gerade ein Déjà-vu. Was denn? Oh, oh. Irgendwas Schlimmes passiert jetzt gleich. Warum? Ich weiß nicht. Bist du dumm? Ich habe... Oha. Ich gucke gerade so in meine Tasche. Ich sage dir Déjà-vu. Oh, oh. Halt die Klappe. Oh, oh. Hier passiert nichts. Ich glaube, das Déjà-vu schließt sich, wenn ich zu meinem Büff da gehe. Ich traue mich aber nicht. Tu es, Jack. Tu es. Ich... Nein. Tu es. Dann komme ich wieder, dann ist hier alles voller Cops. Quatsch. Was wird schon? Äh... Ich bin jetzt auch durch. Ich gehöre zum United-State-Marien-Corp. Du bist ein Jack erzählen. Ich muss wieder zum Stützpunkt. Was zum Stützpunkt? Ich bin professioneller Geisterjäger. Bevor du geantwortet hast, bin ich eingepennt. Moment. Wir müssen noch beruf, ne? Ja. Soll ich den anrufen oder rufst du an? Ich habe die Nummer nicht. Geht keiner ran. Vielleicht vorbeifahren? Was geht? Ich meine, ja. Was geht? Einfach vorbeifahren. Äh, wollt ihr Funkgeräte verkaufen? Warum? Was? Weil ich ein gutes Angebot habe. Also ich habe so gehört, dass ihr Funkgeräte zufällig habt. Wie viel? Äh, 200.000. Das stimmt. Wie viel braucht ihr? Du musst erst mal fragen, woher wir das wissen. Äh, woher du das weißt. Was weiß ich denn? Ne. Woher haben wir Funkgeräte? Was für ein Funkgeräte? Ich habe Funkgeräte. Ich bin mal der Army. Achso. 200.000 pro? Ja, 200.000 pro. Wie viele will er haben? Zwei Stück will er haben. Die machen wir. Und wer ist das? Kriege ich dafür auch ein bisschen was? Wer ist das? Das ist ein Kunde von Ben. Ist das ein Krupper? Würde ich jetzt nicht sagen. Keb, du bist ein Vollidiot. Was? Wenn er dir 200.000 dafür gibt, ne? Dann hättest du sagen müssen, der kriegt ja 190. Ja, genau. Dann kriegst du auch deinen Anteil. Ja, ich will aber offen und fair mit euch sein. Genauso wie ihr mit offen und fair mit euch. Wie soll ich wieder gehen? Ja, bitte. Ich kenne die Preise, wie ihr einkauft. Ihr kenne die Preise, wie ich verkaufe. Und das ist genau das gleiche, wenn irgendjemand was von euch haben will. Ja, du kriegst 20.000 dafür. Also 10.000 pro Funkgerät. Ja. Ja, super. Und der braucht gar nicht denken, dass er die Funkgeräte zuerst bekommt, oder? Nö, nö, kriegt er nicht. Ich kenne das nachher mal ab, dann kommt er nachher hier vorbei. Nö, 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 nö. Nö, nö, nö. Nö, nö. Wir machen das anders. Du triffst dich mit dem, nimmst das Geld in die Tasche. Wenn du das Geld hast, dann fährst du weg und dann schickst du Ben dahin und der kann dem zwei Funkgeräte geben. Okay, lass das so machen, das hört sich gut an. Ich will damit nix zu tun haben. Ich will nur das Geld. Okay. Aber brauchen wir dann die Stingelsen? Ah, fuck, ich muss gucken, ob er da ist, ne? Ja. Oder ist bei dem anderen auch was drin? Nö, ne? Dings müsst ihr nur welche haben. Warte, ich frag nur, ja, ich frag nur. Du weißt den, ne? Ja, ja, ja. Da müsste nur eigentlich was sein. Wir können ja wieder reintun. Ja. Aber das Geld geben wir nicht für die Kaution aus. Das kannst du vergessen. Wir brauchen Autos. Apropos, ich geh mal kurz gucken. Gut. Paila, dankeschön für den Primesab und herzlich willkommen. Garuso, danke für den Prime 16. Tobi, lieb dich. Ich lieb Tobi, dankeschön für den Prime 18. Suki, danke für den Prime 11. Und Horta Black, danke für den Prime 19. Diese Mistkarren verschwinden nämlich. Aus welchen Gründen auch immer. Ich hab heute mit Dexos gequatscht. Immer noch nicht da. Sollen wir mal verwahrstellen und nochmal gucken. Wir hatten schon mal einen verloren. Und der war dann irgendwann in der Verwahrstelle. Und der andere war wieder in der Garage drin. Hallo irgendein No Name und hallo Schneeling. Äh, ich glaub verschwinden, verschwinden. Damals auf der Allgabe hat ja auch diesen Punkt, dass Autos zum Nullpunkt geportet wurden. Über, bei diesem Postelding. Und hier ist das so, dass ganz viele Autos einfach im See landen. Vom Flo zum Beispiel, dass der Flo, das Flöchen, sein Auto, da hat nur der einen Dings für, einen Schlüssel und permanent ist das Auto weg. Oben im See drin. Nein, nein, irgendein No Name ist ein Nickname hier. Was machst du? Umziehen. Okay. Ich bin gleich da. Okay. Nein, Bruder, da hat keiner einen Schlüssel für sein Auto. Das verschwinden immer. Ist nix nah. Ja. Was ist das? Der Schlüssel. Abfall die Karre. Kannst du mir geben. Geht jetzt wieder rein. Ja, der muss doch den Schlüssel abgeben. Das ist doch nicht unser Auto. Ja, aber... Der kann da draußen. Vielleicht ist der müde. Der war gestern schon... Boah, der war so angepisst, Jack, ne? Ja, zu Recht. Boah. Weil das immer das ist, was... Wir sind zum Comedy-Club gefahren, als wir die Info bekommen haben, da so ein Koppers, der ist einfach ausgestiegen aus dem Auto und die Straße runtergelaufen. Und Richtung Hause. Richtiger Jamal. Also unsere Autos sind nicht da. M-m. Okay, ja, dann... Vielleicht nochmal Verwahrstelle gucken. Nee, da sind die ja nicht. Ja, vielleicht heute. Wie? Vielleicht wurden die zwischengelagert irgendwo auf einem Parkplatz. Wurden dann abgeschleppt. Ah. Ich glaub vielleicht... Der eine Revolter, den wir letztes Mal gesucht haben, der war dann auf einmal und will der da. Ja, okay. Ja, dann lass mal... Ähm, bei der Grove vorbei und dann fahren wir runter. Weil dann fahren wir zur Verwahrstelle kurz kurz. Okay. Mit wat fahrma. Wir kommen gleich wieder. Jo. Boah, aber nicht mit dem Guardian, Mann. Nee. Weiß nicht, mir egal. Mit dem Komodo. Jut. Können wir das Clowns Auto bitte woanders parken? Warum? Eih. Sollen wir das Oldie mitnehmen? Was? Komm, das Oldie. Wo ist die? Da pfohlen. Oder willst du hierbleiben? Wir fahren nur kurz zu Grove, gucken, ob der Bär ist und dann zur Verwahrstelle. Okay. Und wir müssen tanken. Jupp. Ha, du Platz, Alter. Ja, Rickshow, ganz viele Autos. Geht's euch. Ich geh Geld holen und dann fahrma weiter. Ich bin ein bisschen angeschlagen von gestern. Wieso? Wir haben lange gemacht. Kopfrickerei. Dann wollten wir den Frank befreien. Da musste ich mit einem Pounder durch die ganze Stadt ballern. Oben nach Paleto, weil der Kiez umlagern musste, weil der SWAT-Team bei den einrennen wollte. Und die hatten irgendwie den Schlüssel für den Pounder und haben den geortet. Dann haben wir gerade umgelagert. Ja. Dann kam auf einmal Koppers und so. Äh, was sind das für einer? Das ist ein Auto. Diesel oder Benzin? Der Tank Benzin. Hä? Was denn? Da bin ich dran. Ja, du hast keinen Schlüssel für Tankdeckel. Ah, ja, okay, na gut. Dann kann ich auch nicht tanken. Wäre es jetzt von uns alles noch im Knast? JFK, Mila und Juni. Nee, nur zwei Stück da drin. Der hässlige Max könnte sich raus sein. Hast du getankt? Nee, der hat doch keinen Schlüssel für Tankdeckel. Ach, ich hätte tanken können, warte. Ich hab vergessen. Ich tank schon. Ja, was tankst du? Benzin. Das ist doch kein Diesel. Auf jeden Fall stressig. Ah, eh. Aber haben die den aus dem Knast gekriegt? Ähm, quasi schon. Wir haben das so gemacht, dass der seinen Kopf gegen die Wand haut, dass ein Arzt kommt und den wieder mit ins Krankenhaus nimmt. Dass du über Nacht da bleiben musst. Dann haben die gesagt, die holen den Morgen raus. Also heute. Aber ob die das gemacht haben, keine Ahnung. Ach, 210 Dollar. Das können wir auch miteinander machen. Ja, aber die sind im State Prison. Ah, haha, okay. Gut. Nicht in den Kreise. Gut, mal. Ich kann mir die letzte Mauer lassen, gebüsch. Ich hab aber auch keine andere Nummer. Nur für den MB. Hast du die Gewaltverschüssel dabei? Mhm. Oh, der Plan ruf mich an. Gibt's? Ja. Was geht, Digga? Ja, was geht bei euch? Ja, ich bin gerade ausgebrochen, Alter. Haben die dich rausbekommen? Bro, aber wie, Alter? Ich hatte nur Glück, dass da einer von den 49ers war. Der hat mir sein Telefon gegeben. Die Bullen dürfen da hinten irgendwie nicht rein, Digga. Dann ist Willi mit Bullenklamotten ins Krankenhaus gekommen. Dazu kam, dass aber Bulle ist. Im Foyer checkt das FIB das, Alter. Ich renne raus. Coco steht da. Ich spring rauf. Wir fahren irgendwo Dings. Er haut ab mit Bullen-Outfit, Digga. Aber alle weggekommen. Jetzt nehmen die gerade bei uns zu Hause alle hoch. Mein Kopf ist gerade geplatzt. So viel Information auf einmal. Ich bin draußen, Bruder. Aber die haben dich aus dem Krankenhaus geholt, ne? Ja, richtig. Das war übrigens mein Plan. Oh, dankeschön. Was ist mit dem Rest? Was? Wer sitzt von euch? Johnny MinaJSK sitzt im State Prison. 1, 2, 3. Okay, wollen wir heute in State Prison gehen und die alle rausholen? Wie willst du die rausholen? Bro, lass uns doch mal meine Sorge sein. Wollen wir oder wollen wir nicht? Weiß nicht. Frag Jack am besten. Weil wir sind da auch nicht viele, ne? Das Ding, ja, ist, Bro, du brauchst nicht immer viele. Du brauchst Witz, Alter. Du musst schlau sein. Ja, dann kann ich auch. Wir können doch mal eine Stunde warten. So, naja, jetzt fühle ich mich nicht geil. Ja, lass deinen Vergleich irgendwo treffen, mal. Ja, genau. Ihr müsst dann aber irgendwo halt hinkommen. Ich muss mich übelst verstecken, Digga. Ja, dann versteck dich schon, sag, wo wir hinkommen sollen. Nein, nein. Warte, warte, warte. Ja. Du Mist. Fricke Wichser, du. Fricke Wichser, du. Er hat mich angefallen. Okay. Was wolltest du noch? Warte mal. Ja, nee, dann stehen die da nicht rum. Ja, dann. Ich hab gesagt, warte mal. Nee, ich meinte Jack, weil er gefallen ist. Versteck dich und sag, wo wir hinkommen sollen. Gleich. Ich zieh mich erst mal um und alles. Okay. Bis gleich. Bis gleich. Also, die haben den Frank befreit aus dem Krankenhaus, ne? Ach du Scheiße. Mit unserer Idee von gestern. Ja, dann möchte ich jetzt die nächsten Tage nichts mehr mit ihm zu tun haben. Und der will jetzt, dass wir ins Dead Prison gehen. Und Juni und so rausholen. Wie? Ja, war mir irgendwie klar, dass es von dem kommt. Naja, wenn du einen vom DOJ hast, der halt die Türen aufmachen kann. Das können schon gehen, aber... Naja, wir haben ja den... Also, Ben hat da gerade gesagt... Warte mal, Dings hat gerade gesagt, der hat jemanden, ne? Jep hat da jemanden. Zum reinschmuggeln. Aber nicht zum rausschmuggeln. Ja, aber vielleicht kann der uns seine Schlüsse geben. Aber keine Ahnung, was für einen Truck die da sind und so. Ich hab keine Ahnung. Das Ding ist... Also, von außen sieht das sehr groß aus. Aber es gibt doch nur den einen Eingang. Und der wäre da, wo wir die Leute abzuholen haben, ne? Also, Dings... Äh... Dings müsste jetzt gleich kommen. Sein Shapes hat es nicht wert. Aber das macht... Wir warten ja auf den... Schoko, wo ist Schoko? Hat jemand die Nummer von diesem Anwalt? Ne. Doch. Warte. Ist das Ben Träger? M-m. Ja, dann nicht. Das ist ein anderer. Sano? Aber vielleicht hat Ben die Nummer. Herz, Sahlenherz. Ist da vorne nicht Ben? Ja. Äh, ich. Das ist nicht Ben. Doch, das ist Ben. Doch, ich bin Ben. Achso. Ben, hast du die Nummer von dem Anwalt von gestern? Wie, wann ist die los? Hm, ne, nicht Wettchen. Ja, von deinem Bruder, der den besorgt hat. Bisschen, ne? Die, die haben die Musik nicht gefeiert. Ah, okay. Hast du die Nummer oder nicht? Ne, ich hab keine Nummer von dem Anwalt. Wie hieß der scheiß Anwalt die Nummer? Ich hab Nuli von meinem Anwalt und das ist der nicht. Anwalt. Wie sieht der aus? Keine Ahnung. Ja. Komm mit. Ja. Hast du noch einen Hickelschleck? Klar. Eine von euch. Wir kriegen jetzt die Nummer raus. Von wem denn? Von dem Anwalt. Warte, ist das gar kein Problem. Wie heißt der? Ja. Achso. Keine Ahnung, wie der heißt. Okay, warte. Schwanzlos Lungus. Das sollte ja trotzdem kein Problem sein. Der sollte ja bei Johnny in der Akte drinstehen, oder? Ja. Aber du hast keine Akteneinsicht. Ja, doch. Ist das der Anwalt, den Jeff auch hatte? Ja, der von Schoko, von Jeff. Ja, aber der ist nicht am Handy. Ja, jetzt ist meine Akte an sich drangegangen, ich habe aufgelegt. Ja, ich grüße dich. Komm mal, ich habe da eine Frage. Kann sein, dass mein Brüderchen gestern zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort war und jetzt wieder eine Akte für den offen ist und der heute nicht zu Hause geschlafen hat? Ich müsste wissen, welcher Anwalt in seiner Akte drinsteht. Kannst du mir das sagen? Ja. Anwalt. Wenn du dich jetzt auf den Brunnen legst, dann sieht man dich nicht mehr. Der ist weg. Der ist weg. Chameleon. Bin doch hier. Wie, gar kein Anwalt. Ey, guck mal, wer da kommt. Oder Schoko. Dann guck mal bitte bei Frank. Ja. Achso, Schlüssel, genau. Schoko. König. Was mit dem Anwalt? Ja, der sagt, Mila kann raus. Mila kann raus. Der hat mich angerufen und hat gesagt, für Mila liegt keine Anklage vor. Also Mila könnte raus, wenn die irgendwie erreichbar wäre oder, also, weil keiner weiß auch richtig, wo die jetzt ist. Also, die wissen zwar, dass die im State ist, aber die hat sich in irgendeiner Zelle versteckt und schläft hat. Keiner bin ich. Die sollen auf dem Klo gucken irgendwo. Auf dem Klo? Soweit ich weiß, ist Mila im State Prison. Okay. Weil die ist nicht mehr im Krankenhaus. Hab halt nur miteinander gefragt. Ich hab den auch gefragt, ob der ein Handy reinschmuggeln kann für Johnny, weißt du? Da hat er gesagt, das kriegt er wohl hin. Dass die wenigstens telefonieren können. Der Ben hat gesagt, der kann den Handy reinschmuggeln lassen. Ähm, soweit ich weiß, Max und, ähm, also Max war ja schon raus gestern. Er sagt, Max und Mila können wohl raus. Und da sag ich ja, Max war gestern Abend schon raus. Ja, aber wo ist Mila? Wie muss er da irgendwo sein? In den Polizeiakten steht kein Anwalt drin. Nicht den weiß ich, in der DJ-Akte drin. Die Nummer hab ich gar nicht geschaffen. Achso, wie heißt der? Marshall. Ah, Marshall. Wie der Marshall, nur mit der B. Wir brauchen Anwalt, kein Marshall. Der heißt nur Marshall. Ich denke, bei dem können wir auch uns ein bisschen auf unsere Seite bringen. Wie war die Strafe nochmal? Halbe Million, hattest du gesagt, ne? Voll. Also der sagt, also für alle Geiselnehmer, also das wäre Frank, John, Johnny und Jiffke. Weil die direkt, äh, dabei waren. Der Frank ist übrigens ausgebrochen, ne? Also unser Plan von gestern mit dem Krankenhaus. Die haben den aus dem Krankenhaus rausgeholt. Gerade. Weil der hat nämlich schon angerufen und hat gesagt, komm, wir holen den Juniors in State Prison. Wer ist das? Wer? Hinten. Wo? In unserer Gasse. Hinter dir. Keine Ahnung. Wer? Osamba. Osamba. Ja. Und wer ist das? Osamba-Wamba. Und andere? Memo? Das ist Memo. Ja. Das ist neid. Osamba. Grüße. Ula. Ula. Woher? Was los, Lan? Ich bin jetzt ein Kurs bei der Armee gemacht. Mh, ich bin jetzt Schnaiper. 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 Mein Ausbilder ist for black. Oh. 7. 7.195 Abschüsse habt ihr gehabt. Also damit ihr alle jetzt Bescheid wisst, Frank ist ausgebrochen und Jonny ist im State Prison. Und Frank, das will wie das für Jonny aus dem State Prison rauszuholen. Ja. Und Mila darf raus. Und Mila findet's keiner im State Prison. Die hat sich versteckt. Die schläft in der Männerdusche. Warte mal, Crazy kommt doch heute raus, ne? Ja. Der Crazy hat mich angerufen heute. Um... Da war ich aber nicht da. Geht nicht am Handy. Um viertel vor sechs. Morgens? Ne. 17.45. Ah, je. Der Marschlein hat mich da nicht gegengeschaut. Ja gut, wenn Crazy wieder raus ist, dann können wir heute Jolly rausholen. Ja, ähm... Nee, bist du... Nein, bist du... Bist du heute mit dem Anwalt reden? Vielleicht bekommen die ja gar nicht so eine hohe Strafe. Genau, der Anwalt muss halt wissen, der möchte die Aussagen abgleichen. Von Max, Mila, Johnny... Warum will der die abgleichen? Ja, das sind die ungefähr alle dasselbe Aussagen, ne? Die waren ja in derselben Situation. Wenn der eine sagt, er gibt's zu, und die anderen sagen, die waren's nicht, äh, dann... Aber die waren was kehrt in dem Ding drinne. Apropos, ich wollte mir das mal angucken gehen. Ich war ja auch mal, was geht davor. Der ist voll cool. Aber vielleicht solltest du jetzt nicht am Ort des Schwesterns auftauchen. Warum? Weiß ich nicht. Hallo? Ja, und der hat auch... Ach, der wird doch keine... Ich bin beim United Corps Marine Corps... Korra... 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 Der Anwalt hat auch gesagt, ey, sobald er irgendwie, äh, anspricht, Kiez oder Junkie-Parks, gehen alle sofort auf 180. Also die scheinen uns auf den Kieker zu haben. Der klären wir uns auf den Kieker. Ja, aber die Kiesel steigen noch mehr, weil die jeden Tag irgendwelche Dinger machen. Wir könnten ja mit unserer Clowns-Karre da auch fahren. Dann nennt man nicht mehr Geisel-Name heutzutage, sondern Kiezel-Name. Äh, Jack, ich hab, äh... Wir müssen gleich mal über was Geschäftliches reden. Jut, Geld immer zu mir. Also, ja, aber du musst, äh, mit dem, mit den United sprechen. Warum? Weil ich hab die Pilze gestern abgegeben, fast alle. Und die ändern da ja was am Preis. Ich weiß jetzt nicht, wohin. Der sagt nach unten. United. Aber wenn die nach unten... Also wenn der Straßenpreis nach unten geht und wir aber genauso viel bezahlen, dann kannst du das eigentlich... Wir müssen das mit der Grasrote klären, aber die Große gibt es halt vor. Wie sieht denn das eigentlich aus für den Fall der Fälle, dass die bei uns auch mal eine Razzia machen? Wo ist denn der ganze Stuff drin? Der ist weg. Ich hab einen Kollegen, der ist unterwegs immer, meistens, aber der hat hier nichts mit uns zu tun. Bei dem haben wir alles zu bunke. Der Stuff ist komplett weg. Der ist komplett weg. Okay, auch hinten in den Wohnwagen und so? Alles komplett, nix da. Alles klar. Das einzige, was ich haben, ist ich, der Jack, Johnny, Jammer, haben Schlüssel für den Drogenelkarten. Und wir haben auch noch einen Pounder voll mit dem Zeug von dem Kiez, ne? Oh. Genau. Das müssten die eigentlich gleich mal wieder oben lagern. Ja. Ich glaube, mit dem gehört auch der Vsdr hier, ne, der unangemeldet hat, der da steht. Im Kiez. Ich glaube, die Kendall ist gestern da mitgekommen. Habe ich zumindest gehört. Achso, und noch was. Der Tommi war hier für dich gehört. Hat er dir den Kasten Ramsdorf für Kölsch gebracht? Da hat er gesagt. Ne, er war mit ihm da und hat gefragt, ob du da bist. Ich habe gesagt, er soll nochmal gegen acht. Sonst kriegt der Losandos Verbot. Samba, wo warst du die ganze Zeit? Ich bin unter der Couch hängengeblieben. Mit der Bon in der Hand. Ich habe gehört, du machst jetzt zu Kopf-Videos. Ja, ja, genau. Frank Castle Cooking Gang. Genau. Die Trap House Kitchen. Wie lit. Check. Morgen mache ich Ochsenschwanz. Willst du probieren? Na klar. Rinderhoden und Ochsenschwanz. Weißt du nicht. Mit die Proteine. Mit Suppe? Ja, Hirnsuppe. Mit Suppe. Rinderhoden bin ich dabei, Rosamba. Bist du dabei? Mit Suppe? Ja klar, mit Suppe. Sef, 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 sef. Gibt es eine spezielle Sahnesauce? Oh, geil. Ich kotze gleich. Warum? Das riecht nicht nur scheiße, das schmeckt auch so. Aber egal. Alles für die Klicks. Hä? Ist das ein Rocker? Wer? Wer? Der, der kommt. Achso, den seht ihr ja nicht. Hat's zu Hölle. Joa. Sieht so aus, keine Ahnung. Warte mal. Das ist ein Kürzelskollegen. Der hat auch Tarnhose an. Notification, Gang. Dick. Okay, heute werden Bretter verteilt. Warum? Ich bin auf 180. Warum? Warum? Ich hab gerade mit United gesprochen. Ja. Der Typ sagt so, das Gespräch wegen Preis ist gleich erst. Und dann kann er mir gleich erst dazu was sagen. Rechts zum Zug sagt er mir aber, dass diese komische BUM, WUV, BWUM, diese Typen, die letztens hier das Ultra-Brett kassiert haben, zu denen gesagt haben, dass die sich darum kümmern sollen, dass wir Pilze auf der Straße teurer verkaufen, als der normale Straßenpreis. Hä? Damit die Leute eigentlich zu den anderen gehen und im Notfall bei uns kaufen. Da hab ich dem Typen gerade am Telefon gesagt, du kannst ja gerne, also, wir wollen eigentlich kein dritter Geschäftspartner von dem werden und diese Typen da einfach tot treten, aber die sollen mal langsam ihre Position kennenlernen. Erstmal hier Brett kassieren. Hä, warum die Welle? Scheiß auf Pilze. Man kauft eh keine Sau. Doch. Boah, eigentlich ist da die Nachfrage ziemlich hoch gewesen. Aber auch selbst denn. Also, er macht gleich das Gespräch und dann wird er mir sagen, wie viel die verkaufen und wie viel wir verkaufen sollen und wir werden dann einfach straight den normalen Straßenpreis verkaufen für Pilze und werden diese... Ja, warte mal kurz. Check. Äh, Mila ist raus, Curtis. Was? Also, Mila ist jetzt frei. Ja. Ja, dann können wir die doch abholen. Hände klängelt. Jfk kommt erst mit Jan raus. Weißt du ungefähr wann? Lass dich nicht verarschen, sag du hast Jungs im Rücken. Ja. Ja. Hallo, du schöne Mädchen. Gehst du bitte an den Telefon. Hallo, wie steht die auch? Ja, vielleicht ist die gerade erst raus oder wird gerade rausgebracht. Ja, die wirft schon zurück. Ja, richtig. Okay, alles klar. Grüße. Füße. John, grüße. Ja, also wie gesagt, ich würde das einfach abwarten. Ist der Max schon rausgekommen? Ja, der Max ist draußen. Äh, hinten. Ich hab... Nee, ich mein, wenn der irgendwo rumrennt. Ach so. Ach so. Ich hab den noch nicht gesehen, ne? Okay, na, der Max ist noch nicht gesehen. Muss ich... Kann ich dir gleich erst sagen. War der gestern Abend schon draußen? Ja. Der ist irgendwann nachts aufgetaucht hier. Ich glaub, der hat nix unterschrieben. Ich glaub auch nicht, dass der Idiot aus dem Entschrieben hat. Ich glaub, der hat nix unterschrieben. Ja, hoffentlich nicht. Das wär sonst blöd für die anderen. Boah, die hatten da so ein Stempelkist und die haben seine Hand da drauf gedrückt. Weil der kann ja eh nicht schreiben. Was war jetzt mit JFK und Johnny? Also, JFK kommt wohl erst mit John raus und bei Johnny ist noch völlig unklar, weil der auf Bewährung war, ne? Also JFK kommt mit John nach Khan raus? Ja. Wenn die den jetzt überhaupt rauslassen, ne? Weil vor allem nämlich geflüchtet ist. Na gut, aber das ist ja nicht unser Problem. Johnny ist richtig gefickt. Ja, Johnny ist richtig am lieb. Johnny ist nicht nur richtig gefickt, die 100.000 Kautionen, die sind nur weg. Ja, das auch. Aber als wir letztens bei der Geiselnahme dann der Villa, Can und ich gecatcht worden sind, mussten sich 30.000 bezahlen und Can war unendlich. Nur weil der auf Bewährung draußen war. Da haben wir eigentlich gesagt, wir achten auf sowas und machen keine Aktionen mehr, wenn jemand auf Bewährung draußen ist, weil das komplett reinfickt. Ja, sagt das Johnny, der wollte mitmachen. Der hat doch chillen können. Ah, ich fahr kurz mit Steffi zum Laden, damit wir wieder Stütze kriegen, ne? Äh, Jeff? Mach das. Okay. Jeff? Ja. Hast du Waffen? Nein. Waffen? Johnny waren gestern am drei Weiberl, ne? Die haben nicht gesucht. Ich hab selber vier in der Tasche. Scheiße. Ich hab keinen Platz mehr. Der ist doch gar nicht wie John, oder? Nein. Das ist Danjo. Das ist Danjo. Der Danjo. Warum siehst du aus wie John? Hä? Das hört sich ja auch genau gleich an. Ja. Nee. Was? John steht doch hinten am Baum. Ja eben, John ist da am Baum. Ja, du siehst aber aus wie John. Hä? Nee, wieso seh ich aus wie John? Ich hab mich heute umgezogen. Warum nicht so? Auf der Mitte. Guck doch. Guck doch mal, wie er aussieht und wie ich aussiehe. Der hat ne Arbeiterjacke an. Der hat ne Arbeiterjacke an, ich nicht. Das ist ne Regenjacke, du. Ach, den Binderfisch. Und ne kurze Hose hat er an, siehste? Der redet auch ganz anders. Hüttisch in Style. Hast du die neue Farbe von Centono gesehen? Besser? Mhm. Besser. Boden. Oh, der ist chrom, ne? Sieht jetzt aus wie ein Chicken Ring. Nee, nee, der ist, äh, der ist, äh. Du musst gleich gucken, wenn er vorbeifährt. No way, for real? Oh my god. Halt, stopp, halt, stopp. Halt, stopp. 6-2. Ich geh kaputt. Ihr habt den echten 6-2 lackiert, man, heftig. Die gibt's ja nicht mehr. Nee, ist richtig. Hat jemand die Nummer von dem Sanju? Von diesen Bados? Ja, ich glaub schon, warte. Kannst du den anrufen und fragen, ob die ein Primo kommen müssen? Ich ruf den nicht an. Ich hab die Nummer, ich kann sie dir gerne geben. Ja, dann gib die mir mal, weil der Primo ist. Da steht ja nämlich nicht an Telefon. Was für ein Primo. Oh, der ist so nervig. Der da steht, der Grüne. Der Grüne. Da steht Vartos 666 drauf. Ey, der ist von den ganzen Mann, der ist von dieser... Warte mal, Nell, die Vartos waren nur gestern hier, oder? Ja, von der Clio, Mann. Ah, okay, na gut, dann. Deinen das nicht die, die heiraten? Die hat da irgendwo gepennt, hier an der Putze da. Bei mir nicht. Und der VSTL, von wem ist der? Entschuldigung, T-Rex ist meine wenigsten sauer. Der ist nicht angemeldet. Hm, lecker. Äh, der gehört wahrscheinlich irgendwen von hier. Alles gut. Apropos, äh, Jack, ich hätte Angebot, zwei Toros ohne Kennzeichen. Mit Papieren 150.000 pro Stück. Ui. Ja, kaufen wir. Nee. Kaufen wir? Toros ist nicht so gut. Was? Äh, Toros? Wir müssen erstmal die Revolta finden, Junge. Ja, die Revolta, äh, John. John. Also. Johnny waren gestern drei Mädchen, ne? Die haben nach dir gefragt. Geil. Die hatten Schwangerschaftstest in der Hand, alle drei. Ja, das waren meine Ex-Freunde, der hat für Bauchschmerzen. Schei. Da ist der ganze Junkie-Pack voller Kinderwagen. Wenn die, wenn die fragen, ich bin nicht da. Was ist mit Johns Revolta? Lass doch Schoko mal ausreden jetzt. Der John ist dran mit den Revolta, dass er die zwei Revolta rauskriegt. Ja, aber sind die eine Polizeivarwahrstelle? Ja, die müssen da sein, weil wir haben alles abgesucht. Der letzte Revolta, der verschwunden ist, war auch nicht in der Polizeivarwahrstelle. Der ist einfach wieder aufgekaucht. Dann braucht John die Schlüssel dafür. Äh, die Revolta hatte ich schon. Unangemeldet, beide? Ja, 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 ja. Na klar, John hat die Schlüssel. Gut. Ähm. Aber das ist, also die letzte Aktion, die mit den Dingern gemacht wurde, war Bademeister und Hayes. Ja, aber Bademeister hat gesagt, die haben die eingeparkt. Ja, aber das kann halt sein, dass die hier auf dem Verwassungsrecht steht und wir machen nicht der Gelände. Wahrscheinlich hat Hase wieder seinen Dank von Cousins irgendwie Schlüssel gegeben. Wenn die wieder da sind, wird auch Schloss getauscht und Milner ruft da. Ey, Puppe! Hey, Puppe! Bist du frei? Ich bin gerade rausgelassen. Ich bin frei. Soll ich dich abholen? Ja, bitte. Was schreit du denn so rum? Ich werde bis hier. Okay. Heftig, Mann. Bist du oben im Staled Prison, ne? Ach. Okay, ich bin nur... Ich stehe an den Chanken. Oh, my way. Okay. Weißt du, hast du mit Johnny gesprochen? M-m, da war nur der John. Ja, mit dem musst du nicht reden, der Scheiße. Ja, ich hab auch... Der muss auch länger sitzen. Hast du einen Auerbauch? So ein Loser. Auerbauch? Ich hab gehört, du hast jetzt zwei Löcher am Bauchnabel. Ich hab einen Steifschuss an der Seite. Einen steifen Schuss? Einen Steifschuss. Keil. Ja. Erzähl mir mal, was passiert ist. Aber ich kann nicht erzählen, was, wenn mein Anruf abgehört wird. Boah, du denkst mit? Ich weiß ja nicht. Oha, voll schlau. Ja, oder? Mhm. Ja, das war voll krug von mir, was ich gesagt habe. Das war richtig schlau von mir. Oha. Richtig. Überall. Hey, Loser. Mit mir könnt ihr sowas nicht machen, denn ich bin kluge. Deine Telefonleckmuschel ist kaputt bis hin. Ja. Verdammt. Das kratzt immer, wenn du wildest. Das haben bestimmt die Polizisten gemacht. Du hast bestimmt eine Wanze im Bauch. Oh. Wie der Typ von der Matrix. Echt? Mhm. Macht mich das cool oder nicht cool? Das macht dich nicht cool? Oh, Mann. Das macht dich verwundbar. Für den Staatsabschlag. Verwundbar. Ich möchte nicht verwundbar sein. Ich will gern weiterhin unverwundbar. Aber dir geht's gut? Ja, ich hab ein bisschen Aura. Aber ich hab richtig viel Morphium die Nacht bekommen. Ich war so weggebeidert. Ich saß hier. Da war alles los. Aber bestimmt keine Ruhe und Krankenhaus. Und ich musste ganz allein schlafen gehen. Kann sein, dass dein Teddy ein paar Schrammen hat, ne? Und ein paar Beulen. Was hast du gemacht? Ich war alleine. Hast du den gebissen? Ich musste was zum Kuscheln haben. Ja, ich kuschel ja. Ich war so einsam. Hast du... Nein. Du hast... Der muss gewaschen werden. Ich hab Zuckerguss-Donuts gegessen. Nein. Du. Aber doch nicht bei meinem Teddy. Was anderes war nicht da. Und nix hat so sehr stinkig gerochen. Das ist nix für seine jungfäulichen Augen. Der hat einfach nach dir gerochen. So richtig faulig. Oh mein Gott. Da wurde ich geil. Der ist jetzt bestimmt verstört. Ich muss mit dem zu... Kuscheltieren. Kuscheltieren. Nein, der hat nix gesehen. Ich hab dem ein Auge rausgelissen. Das darfst du nicht machen. Oh mein Gott. Ich hab versucht, das wieder anzukleben. Aber mein Kleber hat nicht so gehalten. Steige ein. Ich will dir was zeigen. An dem Platz, an dem sich meine Leute rumtreiben. Feuchte Teddys. Paar Joints. Paar Bäume. Menschen auf Drogen. Da platzen Träume. Wie bitte? Wie bitte? Wie bitte? Sollst du immer alles sagen? Ähm, okay. Pass auf. Ich mach eben Handy aus. Okay. Also. Das war so. Ähm, wir haben den Typen da reingebracht. In was auch immer das war. Coach Comedy Club. Coach Comedy Club? Mhm. Oh. Ja, da haben wir den eingestellt. Und dann wollte ich gerade kurz rauslaufen. Und auf einmal waren da überall, überall Polizei. So weit es, also bestimmt mindestens 1000 Polizisten. Und FIB. Und die krassesten Leute auf jeden Fall. Und dann kamen die auf einmal hinter mir durch die Tür. Ich wusste nicht, was ich tun soll. Also hab ich das einzig logisch, 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 ich hab das einzig logisch gemacht. Und ich hab mich versteckt. Aber dann wollten die reinkommen und ich dachte, nein, ihr dürft nicht reinkommen. Die, die Geiseln sind doch auch hier. Und dann hab ich geschossen. Eins, zweimal. Aber dann haben die zurückgeschossen. Ich dachte, ich find keinen Ausweg. Und meine Position war sichtlich schlecht gewählt. Und, ähm, daraufhin haben wir uns einen richtig heftigen Schusswechsel geliefert. Ich hab bestimmt 50 weggeschossen. Aber dann auf einmal kamen immer mehr durch die Tür. Und dann haben sie mich schwer verwundet. Mhm. Du hast eine Leberoperation gehabt, ne? Echt? Ja. Haben die mir im Krankenhaus gesagt. Was passiert mit meinem Leber jetzt? Ja, du darfst keinen Alkohol mehr trinken. Echt nicht? Sonst kriegst du gelbe Augen. Gelbe? Mhm. Und dann stinkst du auch im Rücken. Im Rücken? Oh, ich will nicht im Rücken stinken. Weißt du, dass ich darf kein Party mehr machen? Ne, kein Party mehr. Erstmal nicht. Versteh schon. Aber dir geht's gut? Ja, ich hab... Ich war auch gestern an deinem Krankenbett, aber du hast schon geschlafen und geschleicht. Aber Oma Jutta ist jetzt Empfangsdame. Echt? Im Krankenhaus. Oh gut. Ich hab wieder gesagt, die sollte ein Stück Schokolade hinlegen vom Mund. Ist geschmolzen auf meine Kammer. Lass mich raten. Die Ärzte haben gedacht, du hast ins Bett gemacht. Gar nicht. Wow. Hast du JFK gesehen? Äh, äh, äh. Johnny und JFK sind in No-Mut-Fängnis. Willst du dich umziehen? Ähm, umziehen? Weil du bist schon ein bisschen nass geschwitzt, ne? Ja, ich hab ganz andere Sachen an. Ach so. Okay. Dann nicht. Wo ist denn dein Kampfanzug? Hab ich weggeworfen. Haben die dich so festgenommen? Ähm, ne. In anderen Klamotten? Mit den Klamotten. Was? Mit den Klamotten und der Maske. Max ist auch frei. Leider. Gerade. Ich bin froh, dass du, dass du gesund bist. Mhm. Und dass du wirklich draußen bist. Mhm. Und es tut mir leid. Mit deinem Teddy. Mhm. Dann rede ich dir noch. Der sieht aus, als hätte den Pitbull angegriffen, ne? Der ist komplett zerfetzt. Aber ich muss so. Nix, Nix in der Wohnung hat so sehr gestunken nach dir. Und ich war einsam. Ich. Aber mein Teddy. Ich. Ja, was soll ich machen? Was soll ich denn machen? Was soll ich denn machen? Ich hab den die Klamotten vom Plüsch gerissen. Der geilen Sau. Dann hab ich den mal auf den Arsch gehauen. Oh mein Gott. Das hat ihm gefallen. Du. Das ist einfach nur krank. Das ist nicht krank. Doch. Und dann hab ich mit ihm gekuschelt und hat Daumen im Mund. Und bin eingeschlafen. Ich will einen neuen Teddy. Ich kaufe dir einen neuen. Aber einen auch, der redet, wenn man darf. Ich kaufe dir einen von der Marke Bumfer. Okay. Okay? Der Samba kann bestimmt dann besorgen. Na gut. Ja gut. Okay. Na schön. Okay. Dann schmeißen wir den anderen besser weg. Ja. Oder wir bringen ihn zur Samenspende. Vielleicht kriegen wir nur Geld dafür. Ja. Vielleicht können die den auswringeln oder so. Komm, Mademoiselle. Aua. Nein, so schlimm war das gar nicht. Das hab ich nicht gemacht. Vielleicht können wir den Mama auch geben. Ich hab... Ja, komm, wir geben Mama den. Der ist immer sehr einsam. Nein, ich hab das nicht gemacht. Ich hab nur mit dem kuschelt. Du musst ab und zu mal eine Nase nehmen von dem. Okay. Wir haben deine Pupserei halt mir gefehlt in der Nacht. Ich hab schon einen Blitz auf der Bruder. Oh Samba. So schon. Ja. Du arbeitest doch in dieser Bonfa-Fabrik, ne? Richtig. Kannst du einen neuen Teddy besorgen für Mila? Ist der kaputt gegangen? Ja, gestern Nacht, als er alleine war. Brauchst du... Brauchst du einen bestimmten mit bestimmter Haarfarbe oder trinkst du mit pinken? Ja, wir brauchen so am besten einen ganz dicken. Am besten mit blonden Fell. Ich werfe pink. Und grünen Bandena. Ja. Ja. Wir brauchen auf jeden Fall einen neuen. Ich war nämlich küchelt bedürftig. Okay. Das passiert mal. Das kennst du ja, ne? Was ist denn? Ich muss jetzt mal ganz schnell in die Walle pissen. Shit, Mann. Also die Mila hat nur Jannakan gesehen. Den Johnny nicht und Jeff Kerl auch nicht. Ja, aber vielleicht waren die gestern dann schon relativ früh pennen. Und Mila wurde im Kampfklamottenfach. Uff. Die war... Mila ist im Knast? Mhm. Ach stimmt, ihr steht jetzt auch nur. Aber ihr kriegt sowieso alles mit von daher. Klingt eh alles mit. Oh ja. Steffi gehörte quasi zur Familie. Ich hab sie schon aufgehört irgendwie. Ja. Die gehören ja quasi zur Familie. Steffi wohnt ja... Steffi ist ja angezogen hier bei uns, ne? Nein! Ich wohne jetzt auch bei euch. Ja, Steffi wohnt da hinten. Okay. Ich auch. Nein! Ja, Sanche wohnt... Liegt immer überall. Warum wohnst du nicht mit Mammu zusammen? Sanche liegt über dir? Ja, so. Ich wohne oben, sieh unten, ja. Warum ziehst du nicht mit Mammu zusammen, Steffi? Riecht's nach Sucuk. Riecht's nach Sucuk. Riecht's nach Sucuk. Mag lieber mein Alten ausreich. Ja, stimmt, sonst bringt er wieder Wasserpfeife mit dem Teppich und so. Einer Schirränder. Ja, hörst du auch immer, wie ich von oben runterschreie. Memo, zwei Dönerladen? Ohne zwibbeln. Hallo? Hast du noch mal EnBi angerufen? Was? Hast du noch mal EnBi angerufen? Ich rufe die ganze Zeit an. Was ist das? Was? Crazy? Pexel? Hallo? Mario Barth? Guten Tag. Wer bist du? TK. Ah. Sag mal TK. Habt ihr den Revolta weggemacht? Welchen? Den Unangemeldeten. Hm. Der Haseln du? Nee, nee. Sieht ganz fit aus, ne? Nein. Ich war gestern arbeiten. Hast du eine Nachtschicht, oder was? Nein, nein. Ich bin für Sorte eingesprungen an der Bar. Ich hab immer noch nichts bekommen von denen. Ja, ja, ja. Ich hab alles abgegeben. Ich hab schon alles abgegeben. Bei Willi äh... Stimmt, du hast gestern da im Club gearbeitet, ne? Ahnung, wer Willi ist. Ist schwierig. Opa will den Bunker. Du warst gestern Bar-Dame? Ja, ja. Hast du doch das kurze Schwarze an? Nee, das hat nicht. Denkst du, was ich für Trinkgeld bekommen hab? Boah. Osiris, Dankeschön für den We-Star-Wolf-Tisch. Und Ernie, Dankeschön für den We-Star-Wolf-Tisch. Und Ernie, Dankeschön für den We-Star-Wolf-Tisch. Nee, nee. Und Nick ist hier irgendwo mein P-Ger hat mich nicht. Und Scorpion, Dankeschön für den P-Ger hat mich nicht. Jetzt bist du aufm Lenker gehockt. Nee, nee. Achso. Mila, du hast keine Besuch, nur hinter dir, okay? Mila? Mila, wie geht's dir? Die hat einen steifen Schuss. Hallo? Mila? Mila! Oh! Sie verstört meine Klappette, ja? Ah, hallo! Wie geht's dir? Hallo? Hä? Ich hab Aua. An meinem Arm. Und hier an meiner Seite. Sag mal, was hast du mit dem Teddy getrieben? Ich? Ich glaub, nee. Ich frag lieber nicht. Ich? Also den besonders Robusten. Oder Curtis? Das ist Curtis. Was denn? Aha. Was war ich? Curtis hat den Teddy getrieben. Ja, ich muss den Mila waren nicht da. Ich brauchte was denn Kuscheln. Warum klopfst du nicht bei mir dann? Ja. Ja. Das war genau der Welt. 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 Ja. Alles für die Familie. Ja. Scheiße, Mann. Einmal geht. Teddy kaputt gemacht. Ich geh kaputt, ey. Boah, ich hab nur gekuschelt mit dem. Du wild, Mann. Der hat auch eine Mischung wie Shisha-Bar, Schweiß, Käse, Füße. Hat er gerufen. Das ist gar nicht wahr. Doch. Jetzt riecht er noch schlimmer. Mein Daddy. Komm, geh mal. Riech mal an dem. Ich möchte nicht. Warum? Ich bin der Hass, ey. Das ist wie bei Memo und Sofa. Was? Was? Mila, ich kaufe dir eine Baby-Giraffe. Und ein Dijuridoo. Was? Ein Dijuridoo. Was? Ein Dijuridoo. Was ist das denn? Das ist nicht ein Musikinstrument? Doch, das ist wie eine Flöte, nur ohne Löcher. Hä? Was? Das haben wir doch vorgestern vom Codys gespielt. Ja, ja. Richtig. Ein Dengaridoo. Einer von euch. Einer von uns. Einer von uns. Ich muss ganz kurz weg dann. Hello Week läuft noch. Wollen wir uns umziehen oder nicht? Was läuft noch? Hello Week. Hello Week. Nee. Unsere Freunde sind im Klang. Das müssen die rausholen. Also, wenigstens mit Amwalt kümmern. Wollte gerade sagen, ich mache heute gar nichts mehr. Wir können doch eigentlich da durchfahren, oder? Meinst du, wir kommen da durch? Ja, flieg mal über die I und VA rüber. Weißt du, wie viele Türen die haben? Wie viele, ne? Bestimmt 100.000. Wenn nicht das Doppelte. Also deine 100.000. Das schaffen wir eigentlich. Aber das Doppelte von 100 wäre eine 400.000. Au, oh, Entschuldigung, hab mich verrechnet. Was? Ich bin maximal verwirrt. Wo ist die Ziege? Boah, warum geht da keiner am Handy, man? Wollte lachen und ich hab vergessen zu atmen. Wollen wir mal irgendwas, äh, wollen wir hier jetzt los? Wollen wir die Ruhe? Nur für die, die es nicht mitbekommen haben. Die Adis haben gestern gesagt, die haben die Route bekommen, ne? Was? Echt? Echt? Und was heißt das? Dass die Adis das jetzt verwalten. Und... Keine Ahnung, mal gucken. Dass neue Konditionen ausgehandelt werden. Ich darf da arbeiten. Welche Route? T-Dra-Hydro-Cannabinol-Hasch-Rosch-Gift-Zigarette. Ah, wie, okay. Direkt einmal nachfragen. Was denn? Ja, weil die Adis. Ne, warum? Wegen der Route. Du hast ja jetzt irgendwas gesagt. Die Adis sagen das ja. Na, die Adis sagen, die Route gehört sehen, aber wir müssen mit der Grover quatschen. Ne. Doch. Wird denn nicht mehr. Ja, aber ich will trotzdem, dass du das Embi seinen Mund hören. Ach, okay. Bevor die neue Konditionen ausgehandelt werden. Sonst haben wir hier zwei Parteien. Das ist unschön. Ja. Müssen wir wieder Dachdecke machen. Geil. Was, hat Choco irgendwas gesagt wegen dem Anwalt jetzt? Na, 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 na. Ne. Braucht ihr einen Anwalt? Bist du Anwalt? Ich habe einen guten. Wer? Den Samu. Nein. Doch, der ist gut. Nein. Ist kacke. Ich glaube, der hat mich auch mal vertreten. Der ist mit einem PD eingepennt einfach. Echt? Ich habe einen guten, der auch ein guter Anwalt. Ich hätte noch den Marshall, aber der ist neu. Der ist gut. Im Endeffekt wollen wir jetzt erstmal nur herausfinden, wie lange er sitzt, ne? Oder die beiden? Im Endeffekt gucken wir jetzt erstmal, was die bekommen. Ja, da könnte ich vielleicht was. Ich habe eine Telefonnummer von einem Marshall. Das ist der Anwalt von denen. Marshall ist der. Ja, Marshall ist der. Ich ruf nur Schoko an. Kennt ihr mal vielleicht den Nico Baumann? Ne. Das ist meiner. Ja, ich habe noch eine Nummer von einem Sonny. Das hört sich auch an wie ein richtiger Anwalt. Ja, deswegen, oder? Oh. Mämmel, kennst du den Lakomir? Ist Schoko nicht so ein Knacks? Alles gut, du sag mal, bleib stehen. Mämmel, kennst du den Lakomir? Nein. Lakomir am Arsch, Mann. Ja, okay. Schoko, hast du den telefoniert? Von wem, von wem wollt ihr denn wissen? Mit dem Marshall? Wir wissen das nicht. Äh, naja, der sagt, ich soll mich alles so anrufen, wenn ich den Max ausfindig mache. Ja, der ist doch bei UST. Achso. Oder hast du eine spezielle Frage? Das Problem ist halt einfach, dass die Marshalls keinen Zugriff auf die Akte hatten. Ja, das wäre halt... Er muss halt wissen, was Max jetzt ausgesagt hat, oder ob der was unterschrieben hat. Warte mal, Mila, hast du irgendwas unterschrieben? Nein, gar nichts unterschrieben. Übrigens wurde jemand vom Kiez verhaftet, weil er mit Frank telefoniert hat. Was? Ja. Da ist ja ein VG. Hab ich grad noch mitbekommen im Gefängnis. Hä? Wir haben irgend so'n Josch oder so, haben die verhaftet, weil der mit Frank telefoniert hat. Ja, der ist von denen. Hä? Geil. Ja, der Frank ist auf Flucht, ne? Der ist aus dem Krankenhaus geflüchtet. Echt? Mhm. Oh. Haben die den nicht angekettet? Warte mal, kommt da JFK? Nee, ich glaube, das ist Crazy, ne? Nee, nee, das ist nicht JFK. Warte. Was? Crazy, du Motherfucker. Geht? Wir kommen zurück zu Hause. Ja, was ist das? Danke für deinen Dienst, für dein Land. Wie, was für ein Dienst? Ja, du warst doch im Herbst. Ja, lange, ne? Mhm. Wie lange? Sehr lange. Das ist schwierig. Komm, ich kenne dich direkt auf. Okay, okay. Da ist die Wand der Schande. Kannst du dir nicht geben, Alter, was da abging im Knast. Da kann ich mir schon vorstellen. Hast du JFK gesehen oder Johnny? Nee, gar nicht. Die sind auch im Style drin. Ich kann sagen, dass ich gemerkt habe oder so, dass sie da reinkam, ne? Aber... Wie lange warst du jetzt weg? Look, fünf Jahre. Fünf Jahre oder so, Alter. Locker. Warum wurdest du überhaupt da eingesperrt? Was ist denn da passiert nochmal? Warst du wieder auf dem Nachtschicht? Ja, ich konnte dafür eigentlich nix, so. Guck mal, Geiselname, ne? Was für ne Geiselname? Ja, mit nem Kiez. Da oben bei diesem Anwesen. Beim Ju... Ah, stimmt. Boah, so lang ist das schon her? Ja, da wurden wir halt gefickt in diesem Busch da, ne? Auf einmal kamen da irgendwelche Cops oder so. Das war die erste Akte. Äh, dann war ich ja im Krankenhaus, ne? Aber woher wissen die das? Ach so. Da wurdest du festgenommen? Ja, ja, da wurde ich festgenommen. Ähm, dann war ich ja im Krankenhaus und so, ne? Und hab mich da heils befreit, ne? Ich war da aus dem Krankenhaus. Ich hab da jetzt auch irgendwie Krankenhausverbot oder so. Meinen die? Wie du... was? Ja, Krankenhausverbot. Das war's, ja. Ist egal, wie erstes im Paletto die behandelt ist. Ja, mir auch egal. Ähm, dann haben wir noch ne Schießerei halt, ne? Nachts. Wo wir auf Nachtschicht war halt. Mit Haze und so mit den ganzen Jungs gegen die Cops geballert. Da wurden wir halt auch gepackt, ne? Solange Straf hast du jetzt dafür bekommen? Ja. Also ich hätte natürlich 900.000 zahlen können, ne? Wir haben nur fast eine Million Dollar. Aber... Ja, woher? Woher die Kraft, Mann? Dass die überhaupt davon ausgehen, dass jemand so viel Geld hat? Ja, versteh ich nicht, Mann. Selbst die Leute, die den ganzen Tag auf dem Erdbeerfeld stehen, haben nicht so viel Geld, Mann. Ja, auf dem Erdbeerfeld verdienen's auch nix. Ja, wie klären wir dich jetzt auf? Wir wollten gestern... Warte mal. Warte mal, geht der Tee wieder so? Hm? Der Tee? Ja. Okay. Den hab ich heute getroffen, Mann. Der tickt wohl für Junkie Park. Welcher Tee? Ja, weiß ich nicht. Der fährt mit dem Motorrad die ganze Zeit rum. Ach, der Tony wahrscheinlich. Ich glaub, das ist der Tony. Welcher Tony? Kennst du nicht den Tony? Ich jetzt, oder was? Nee. Jack? Nö. Der, ich glaub, dann hat Johnny mir den vorgestellt. Der hat sich als Tee vorgestellt. Ja, ja, das ist der Tony. Okay. Es ticken übertrieben Spiele für uns. Okay, pass auf. Die Hardys haben die Grasrote übernommen. Die Grove hat er aufgegeben. Angeblich. Muss noch geklärt werden. Wir wollten gestern wieder was starten. Am Comedy Club oben im Norden. Ja. Ging voll in die Hose. Komplett. Wir waren auf dem Weg Leute ranholen. Jetzt ruft der Frank an. Ja. Nee. Hey Curtis. Guck mal, ich bin jetzt in der 187-Hot und seh auch so ein bisschen aus wie einer von denen. Komm da hin, Bruder. Okay. Okay, bis gleich. Mit wie vielen Leuten können wir da hinkommen? Wie bitte? Mit wie vielen Leuten können wir kommen? Digga, die sind hier ganz entspannt. Kannst du mit allen Leuten kommen, wenn wir uns besprechen, Ron? Das macht doch Sinn. Ja, aber wir müssen die nicht befreien, ne? Wie bitte? Wir müssen die nicht befreien. Ja, ich denk da schon drüber, ne? Nein, Mila ist schon wieder draußen. Ja, und was ist mit den anderen? Ich habe mit Jana ein Telefon. Johnny J.F. ist mit dem Amber. Wir warten nur noch auf einen von uns und müssen dem fragen, ob der was unterschrieben hat. Nein, hat der nicht. Ja, hast du schon mit dem geredet, Jack? Ich habe gestern Abend mit dem geredet. Ja, egal. Und dann klärt der Amber. Ja, wir kommen gleich. Parkt irgendwo dann in der Straße und kommt dann in dieses Gitter rein, weißt du? Alle. Okay, bis gleich. Ja, der will in State Prison rennen, brauchen wir aber nicht. Also Max hat das unterschrieben, der hat gesagt, der wäre Geisel. Der hat keine Anklage, der hat gar nichts. Okay, dann müssen wir das gleich weitergeben. Wir wollten zum Quatsch-Comedy-Club, wir waren alle auf dem Weg, wir haben uns aufgeteilt und ein paar Leute schnappen und da ist irgendwas passiert. Irgendwie die Cops kamen dahin, ja, ja, irgendwas ist da passiert und alle wurden hochgenommen. Wow. Aber was heißt alle, ne? Johnny, JFK, Miele, Max und so waren da, Frank und Janaka. Wie geht sowas? Keine Ahnung. Da wurde irgendwie rumgeballert und dann kamen die Cops. Schon bevor alle Geisel da waren. Der Frank ist jetzt aus dem Krankenhaus geflüchtet, der ist jetzt bei 187. Da verstecken die sich. Boah, die Strafe wird ziemlich hoch. Boah, wenn der gepackt wird, ne? Dann ist Ende. Der kann sich verabschieden. JFK müsste State Prison sein und Johnny auch. Okay. Weißt du, wie lange die sitzen? Wissen wir noch nicht. Okay. Wie wärs denn, wenn wir irgendwie Handy wieder so da reinschmuggeln? Ja, sind wir gerade auch dabei. Okay. Aber das ist eigentlich ziemlich einfach. Da laufen so Deppen rum, ne? Als Werther und so. Ja, okay. Wir gucken jetzt, was wir für eine Strafe bekommen und dann schmuggeln wir das Handy rein. Ja. Ja. Was ist noch passiert? Hast du das mitbekommen bei denen aus Rancho? Ne, ich hab gar nichts mitbekommen. Ja, die waren wieder auf Nachtschicht. Dann sind die da hingegangen, Hase und so. Jetzt so die Typen bei Rancho, haben die glaube ich abgezogen und die kamen dann hierhin. Maskiert. Hast du das geklärt jetzt, oder was? Ja, die haben ein Brett bekommen, ne? Ja. Hey. Aber sobald ich weiß, ist das geklärt. Juni hatte da nochmal gequatscht. Und Juni hat dann die Ansage gesagt bei Nachtschicht, äh, nicht in die Turfs von irgendwelchen Gangs. Und vor allem nicht die Flag klauen. Weil irgendeiner hat da die Flag geklaut von denen. Bestimmt hässlich, ja. Ja, sonst nix. Glaube ich, oder hab ich was vergessen? Ne, passt. Ja, wir gucken jetzt bald der Growth auf der Stimme mit der Grassroute, dann ist die komplett offen, für uns auf jeden Fall. Da müssen wir auch nix mehr zahlen. Das heißt, wir machen richtig dicke Wind dann über die Ticker, ne? Wollen wir an irgendjemand Geld, oder was? Wir zahlen, wir kaufen das bei der Growth, oder? Ja. Aber wir dürfen auch selber arbeiten. Ja, richtig. Müssten wir das dann auch bezahlen? Also mussten wir das bezahlen bei der Growth? Nein, nein, nein. Da müssen wir gar nichts bezahlen. Wir haben auch nur bei der Growth gekauft, wenn wir halt nicht selber unseren Stuff verfahren. Ich kenn nicht mal die Route, ne? Gar nix. Ja, das werden wir dir dann zeigen. Ja. Haben wir denn fleißige Arbeiter? Wir haben übertrieben viele Ticker jetzt. Okay. Da kommen immer mehr. Wir haben einen so'n Typen, Jax heißt der, der aggressive Flöchen. Hab ich auch schon gehört, ja. Boah Junge, der knüppelt richtig rein, ne? Also, der lebt am Feld. Der hasselt. Hahaha. Hahaha. Der hat aber den Drift Pommes-Dream. Hahaha. 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 Bei Gott, das ist ein richtiger Hustler, Alter. Ich hab auch schon ne Story gehört, da war der am Feld und hat dir den Pounder abgestellt. Komplett voll. Einfach hier zum Parking gestellt. Und der ist am Mehlfeld rumgerannt und hat gesagt, dass der für den Junkiepark arbeitet. Und dass der Drogen macht und so. Da hat der Johnny dem eine geklatscht. Ich glaub eine Klatsche hilft nicht bei dem. Ja, was ist mir ehrlich, der Ticker, Tee, ne? Ja. Der sagt einfach so, also ich war im Park kurz mit einem Kollegen, ne? Ähm, was ist der halt für einen Junkiepark tickt, so, ne? Ja, das ist ja kein Problem. Ja, was ist, wenn irgendein Undercover-Cop da drin steht, ne? Als ob die Cops nicht wissen, dass das hier ein Drogenumschlagsplatz ist. Ja, ja. Aber solange die hinkommen und nix finden, ist alles gut. Ja. Und das finden die nicht. Ja, ich mein dann was. Weil die Ticker haben ja ein eigenes Schlüssel. Hm? Von was? Von dem Oracle? Ja. Du hast den? Dann pack ich den hier rein. Ja, fang. Dankeschön. Bringst du den mir das zurück? Bekommt der Kohle dafür? Ne, wir müssen nur noch Kohle bezahlen. Ja. An Willen. Na, der die uns besorgt hat. Wie viel bekommt der? 5000 pro Wagen. Wir haben übrigens ein Angebot bekommen für zwei Funkgeräte A200.000, ne? Was? Das hat der Chap klar gemacht und der Chap kriegt 20.000 dafür. Und die wollen wir verkaufen? Verkaufen. Verkaufen. Achso, verkaufen, ja. Wir haben absolut kein Geld mehr. Ja, ich weiß. Und wir brauchen Geld für die Unternehmen, ne? Ja, die hat irgendjemand verbrannt. Das ist nicht mehr. Was denn? Ja, safe haste, oder? Ja, wahrscheinlich. Oder es war einer, der das nicht zugeben will. Also guck mal, vor meiner Knast, sei jetzt so. Aber der John versucht die rauszufinden, wo die sind. Der hat da Kopperskontakte. Okay, okay. Genau. Okay, dann bring ich den Wagen weg. Also den Wagen, ich fahr den jetzt in die Garage. Wir haben, pass auf, wir haben jetzt folgendes zu erklären. Wir müssen rausfinden, wie viel die bekommen. Wir müssen dem Johnny ein Handy reinschmuggeln. Oh mein Gott. 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 Kannst du mir abkaufen? 150 150 150? Hallo? Ja Ob ich abkaufen kann? Ja, du machst das auch mit dem Ja, ja Nimm mal Er kommt jetzt Hallo? Okay Hallo Hallo Krass Oh meee Ist alles normal, wir reden immer so Steht nicht so einer Ich glaub mir geht's ja gut Lügt nicht Schießt mir meine Kopf, ich glaub ich steh jetzt wieder auf Ah ja Die Oma ist aber auch flinkend, ne? Bitte liebe D, du hast Abfallsterdienst, bitte lass, bitte lass den Server in Ruhe, bitte Ich will doch einfach nicht zockeln Ja, also der Marshall sagt, der Mila muss jetzt erstmal gar nix machen, das wird entschieden Mal auf morgen Hallo? Hallo Hallo Also Wir müssen rausfinden, wie lange die drin sind, wir müssen Johnny in den Handy reinschmuggeln, wir müssen mit Growth quatschen Ob das stimmt? Ne? Ja Und wir müssen, und Frank wird sich mit uns treffen bei einem Sack Zwiebeln Wegen? Einen Sack Zwiebeln? Bei denen, der versteckt sich da, der ist aus dem Krankenhaus raus Ach doch Der ist geflüchtet, der ist, ne? Ausgebrochen Gut Weil dann fangen wir den Plan jetzt zu folgen, dass die da, den State Prisoner, dass die Johnny befreien Aber das müssen wir nicht machen Weil wenn Mila schon rauskommt, kann Johnny sich da, oh Die können ein bisschen quatschen Also wir sagen, der Marshall hat gesagt, der muss mit Johnny unbedingt reden Und dann kann er gucken, was er machen kann Also ich denke mir, dass Johnny, weiß nicht, dann wird gleich noch wach sein Dann werden die bestimmt jetzt gleich reden Und Also wir werden es empfinden Der Marshall sagt, der hat sich auch versteckt Wer hat sich versteckt? Der Johnny Der Johnny? Ja, ja, also Der ist auf jeden Fall oben Der ist oben irgendwo im Knast, aber Ja, dann müssten die mal gucken, welche Zelle die den gepackt haben, die Toten Ja, der sagt anscheinend, haben die denen kein Leitstellentelefon gegeben, oder was Ja, merken die selber, ne? Mhm Ja, auf jeden Fall suchen die den jetzt Oder der Marshall sucht den, damit der mit dem mal abreden, absprechen kann, was jetzt Phase ist und wie Und wie Wie er den rausholen kann Genau Ja, haben wir daneben zu einem, sagt sieben? Jack? Ja, ja, ja Ja, sollen die anderen mitkommen? Ich glaube, wir sind jetzt mit einem runterfahren mit der Kacke, ne? Der hat gesagt, wir können mit so vielen kommen, wie wir wollen Ja Wir sollen nur hinten parken Ich will mit, Curtis Ich will dir zeigen, wer der Boba hier im Haus ist Ja Ja, komm ich gleich nach, ich warte jetzt hier eben auf Jack's in Deutschland Warte, schrufe kurz Mila schnell an, wenn das Handy nicht funktioniert Weil die ist gerade weggefallen Wo ist denn die Zoll hin? Was weiß ich? Keine Ahnung, scheiß drauf, lass uns jetzt gehen, Mann Wo ist ich? Ok Ich bin gut gelaunt, Jack Warum? Ich weiß nicht, Bruder Ähm Ja Willst du dich umziehen? Ja Ähm, wir fahren kurz vor einem 187 bis zur Omit kommen Ähm Ähm Ja. Weißt du wo die wohnen? Ja. Unten in the west side? Wo? Dammstrand unten? Ich kann mich auch abholen, ich kann mich auch später unziehen. Wo bist du? In einem Klammernjob? Ja. Okay. Bis gleich. Bis gleich. Also ich hätte gesagt mit Taurus ja, aber... Ja, da warten wir mal auf, was der sagt. Vielleicht können wir den noch ein bisschen drücken. Wer ist das? Ich nicht. Boah, ich hasse das immer alle zusammenzurufen, wenn man irgendwo hin will, weil die dann oben holen, weil die alleine stehen, ne? Dann lass einfach fahren. Ja, wie dumm ist das? Ja, fahr doch einfach. Jeff ist doch noch hier, wenn was ist, dann kann ich hier unterschicken. Ja, Jeff, sagst du Bescheid, dass wir da sind? Ja, ja, mach. Wer ist er? Jax. Okay, dann Jax. Du musst den Mila nur abholen, ne? Wer ist das? Das ist Jax und der andere ist der TK. Wo musst du den Mila abholen? Beim Klamottenladen, ja. Wo ist der denn jetzt crazy hingerannt? Ja, der ruft bestimmt gleich an. Ja. Schlaf gut, Peter. Und Kidboy, nein, man wird nicht ausgelacht, oder? Hallo, der K.O. Hallo, der K.O. Ruhe, einsteigen. Hallo, der K.O. Hallo, ich würde gehen. Mach mich jetzt nicht schwach und steig ein. Steig ein. Versuch nochmal. Auf geht's. Bist du angeschnallt? Angeschnallt, warte. Aua. Ja, ich weiß, wo die wohnen. Ja, ich weiß, wo die wohnen. Park aber da irgendwo ne Nähe, ne? Ja, ja, irgendwo ne. Und dann komm einfach raus. Bis gleich. Jo. Jo. Dann lese ich die, oder? Ich lese alles. Aber ich kann nicht immer auf alles reagieren, weil ich mich auf RP konzentriere. Sorry. Der Frank will den jetzt auf jeden Fall rausholen, aber wir müssen nicht. Oder, Jack? Ja, wäre halt praktisch, wenn Johnny Handy hat, damit wir das mit ihm abklären. Also, ich denke schon, dass der Bock hat rauszukommen, weil wenn der da ne halbe Million... Ja, aber wir müssen doch erstmal abchecken, wie viel, wie lange der bekommt. Ja. Aber ich sag gar nicht... Warte, wenn Mila und Maxi schon rausreden konnten, haben die bestimmt auch gute Storys. Vielleicht bekommen die ja gar nicht so viel. Ja... Wollen wir nicht rausreden? Ich hab gesagt, ich hab jemanden umgeschossen. Gutes Mädchen. Sehr gutes Mädchen. Was lachst du so allein? Weiß nicht, ich bin irgendwie stolz auf Mila. Also hier parken? Ja. Soll ich mich einfach über den Dings klettern? Ja, hab ich auch überlegt. Wir warten erstmal, ne Jack? Warte auf. Ja, aber wir warten erstmal, bis wir rausbekommen, wie lange Johnny sitzen muss und Jeff gehen. Ja, ja, so das meinst du. Ja, ja. Und dann überlegen wir, ob wir da reingehen oder was machen. Ja, richtig. Ich mach jetzt in nix 5 Minuten ab, Richtung Aktion. Ja, ich kann nicht helfen. Ja, komm. Hm. Ich hab' Tuch. Okay. Oh. Sergeant? Hm. Sehr gestanden. Seit wann gibst du mir Befehle? Ach so. Grüße. Ach. Ja, Grüße. Muche. Geht ab, Soldat. Hast vielleicht doch noch nicht das Leben? Wenn ihr Frank sucht. Was geht denn jetzt mit mir? Wo? Wo ist denn der Frank? Hat? Wer liegt da? Hallo? 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 Gehen, gehen. Was stört denn dir so? Ich bin hier. Hallo? Frank? Hallo? Ich bin da. ein Verband drum gemacht. Ja, ja, klar natürlich. Aber Medikamente und so musst du dir dann halt noch holen. Ja, das hab' ich schon, aber egal. Ja, gut. Ja, ja. Also dann halt die Medikamente nehmen. Hallo? So? Das erst mal wieder. Boah, Junge. Ich will Trigger durch schnell, wenn ich das höre, Alter. Ja, ja. Ehrlich. Wenn es eine Sache gibt, die ich nicht leihen kann, ich sehe so... Boah, Junge, Alter. Könntest du in den Monitor buxen? Ohne Witz. Boah, Blutdruck, ne? Ich warte jetzt, bis der weg ist. Alter. So. Gut, okay. Dann muss ich schon direkt wieder eine Kippe anmachen, Alter. Boah, ich kann sowas bei den besten Willen nicht leiden, Alter. Tasten tippen ist anstrengend. Ruhe Letzten 300 Euro Monitor Ja, das kann doch nicht wahr sein, Jungs, stellt doch einfach euer Mikrofon ein Das muss doch nicht sein Tastentippen ist auch geil Letztes Mal, wo wir uns gesehen haben Und, was sagst du, Medizine? Hast du konkret Leute gedischt, Alter? Müssen wir das Bein absägen von ihm, oder nicht? Ja, muss abgenauern Wir machen dem Holzbein Jep, hier bräuchte auch noch eine Behandlung Wenn du mal drüber gucken könntest Warum? Nein, das ist ein Killer, aber Du siehst halt richtig aus wie der Ludenjub Ludenjub, ne? Wie der wer? Der Ludenjub, ne? Ich hab's nicht verstanden Der Sogermansch, der zieht beim Bumsmoggle die Socken aus Also, guck mal mit dir zu Danke schön Gästs mich Ja, was habt ihr? Was ist euer Stand? Unser Stand ist Max ist frei Mila ist frei JFK und Johnny sind drin Ja, und Johnny wird niemals rauskommen Weil er neben John und mir wahrscheinlich war Ja, das bringen wir jetzt in Erfahrung Wegen dem Anwalt Weil die ganzen Staatsanwälte richtig scheiße gebaut haben Echt? Warum? Da war auch irgendwas mit Janakan Irgendwas mit einem falschen Dokument Falscher Name, irgendwie sowas Das hat der Anwalt uns gestern gesagt Das dürften die gar nicht durchboxen, ne? Das haben die einfach durchgeboxt Obwohl die Dokumente falsch waren Was denn genau? Irgendwas war da Was wollen die jetzt mit denen machen? Wie lange sollen die jetzt da sitzen? Wissen wir noch nicht, keine Ahnung Nein Was geht? Warte Schreib mal 752 Die Tastatur ist unten verlinkt Keine Mini 752 6402 Danke Logan Korrekt, danke dir Genau Ruf mich einfach an Ja nochmal, warte Call me baby Curtis, es steht dir Ja, ne? Ich bin Sniper Der ist Sargent 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 Curtis Sargent at Arms Sargent at Arms Ist einfach mal zum Rocker kurz geworden Affer, Affer Ne Was hast du gesagt? 752 6402 Alles klar 752 6402 640 640 Habe ich 752 6402 Ja Ja Sagt so geht nicht Ja Mach mal meine Nummer 5 5 5 5 5 5 5 5 4 7 3 1 8 8 So wie heißt du nochmal? Ben Digga warum hast du dich? Warum bist du kein Marshall mehr? Sag mir doch mal deinen Nachnamen bitte dazu Jones Stille Ja Jones, warum bist du kein Marshall mehr? Weil ich keinen Bock mehr darauf hatte Weil da jemand in die Leitung reingekommen ist, der größte Schmutz ist, aber das ist ein anderes Thema Warte ich rufe dich an Hä? Ciao Bro, weißt du was? Ich glaube wir haben beide die richtige Nummer, weil das Telefonnetz kackt ab Ja das kann sein Ja oder so oder ja Das kackt echt gerade rum Ja ja Wir können ja nicht mal telefonieren oder so, er hat dann nix gemacht Egal, dann haben wir ja die richtigen Nummern Ja ja, safe Korrekt, danke dir Wie lange bist du schon kein Marshall mehr? Ehhhhhhhhh Eine Woche Okay, das ist schon so lange Ja Aber jetzt bin ich hier Ja nice Bin ich das, Digga Ja komm auf die dunklen Seite macht Los Santos Emergency Services Bist du Praktikant noch oder richtig schon Arzt? Ich bin Azubi, ne? Ja geil Also das ist jetzt Mittwoch Ja geil Ja korrekt Schau mal Kannst du uns kurz noch mal alleine lassen, wir müssen was intensives besprechen Ja alles klar Korrekt, danke dir Digga Schau rein Ciao Ciao Schau mal das Dings Jungs Wenn die die, wenn die, wenn die, wenn das was alles am Telefon mir gesagt wurde Wenn die das durchkriegen bei Johnny und Dings sind wir gefickt Digga Ciao und gute Besserung Danke nochmal, schönen Abend Schau rein Korrekt, danke dir Ich auch Pass auf dich auf Also was wir gestern Abend mitbekommen haben ist, dass die Durchsuchungsbefehle für eure Autos haben Irgendwie die, irgendwie die Schlüssel gecatcht haben von den jemanden Von euch Ich hab keinen einzigen Schlüssel dabei Kann alles nicht mehr Ich hab keinen einzigen Schlüssel dabei Kann alles nicht mehr Ich hab keinen einzigen Schlüssel mehr Ich hab keinen einzigen Schlüssel mehr Die werden mir alle Ja, Bro Die haben mir alle Schlüssel wahrscheinlich als ich bewusstlos war abgenommen Ja das kann sein Ich habe keinen einzigen Schlüssel mehr Die haben gestern schon eine Razzia gemacht, ne? Ach, kamen die noch? Ich hab auch nicht In den Autos, wo ich Schlüssel habe, haben die nichts Ich glaub das Ihr habt auf jeden Fall einen Pauner vor Gas gehabt Da haben wir uns drum gekümmert Wester Nacht noch Nur durch Kurtis konnten wir das gerade noch alles umladen Sonst wären wir gefickt worden Oh Kurt, das ist echt der beste Mensch der Welt Alter, ohne ihn wär ich auch immer noch Bruder, ich bin mit 200 mit Pauner durch die Stadt geballert, nur um euch zu helfen Ich schwör bei Gott, ich hab alles mitgenommen, jede die Straßenlaterne Ach, weißt du, dass ich das selber für dich mache, wenn der mein Herz bleibt? Na klar Also eure Drogen sind safe Aber ich denk mal, die kommen und die ficken uns jetzt richtig weg Die haben richtig Bock auf uns Ja, die werden uns beide ficken, klar Aber wir sind auch safe, außer halt ein Pauner, wo eure Drogen drin sind, ne? Aber meinetwegen nehm ich das auf meine Kappe, wenn die kommen Dann bin ich halt Kingpin Courtois bist du dann? Courtois Courtois Mademoiselle Courtois Ja, aber Digga, wir müssen dann irgendwie die rausholen Also ich hab eben grad mit den 187ern geredet, die meinten, man kann da Leute rausholen Die meinten, man kann da Leute rausholen, so Na klar kannst du Leute Aber wir warten erstmal, bis du willst die Strafe wissen Ja, natürlich Wenn die 150, 200 Strafweilen hätten bekommen, dann Digga, alles ab 120 musst du die rausholen Warte mal Dings Ich glaub Mark hat mir da eben was erzählt Er hat gesagt, also so ein bis zwei Wochen Was? Die Strafe Was? Ja, aber und dieser scheiß Wix-Anwalt von gestern Hat gesagt, dass die da Zumindest beim Janna Khan Der hat uns gesagt, dass die zumindest beim Janna Khan irgendwas falsch gemacht haben Und das Wort darauf bestanden hat, dass das trotzdem durchgeboxt wird Oh, gut Hi Die VODs bleiben gespeichert, Bruder, keine Sorge Nach was? Weißt du noch mehr? Was? Jack? Wer ist weg? Was meinst du? Ja, hab ich verwechselt Hast du was empfohlen? Das ist nicht meine Frau Nee Oh, scheiße Frank Ja Eine andere Sache, ne? Ähm, die Grove hat aufgegeben Ja, die Skirt, die Grasrote Ja, war das doch schon seit zwei Tagen oder drei? Seit gestern Nee Nö Die kamen gestern erst zu uns Okay Ich hab schon vor Aber ich bin mit dem Reast von denen auch immer im Kontakt Also das ist schon seit einer Woche Seit fast so drei, vier Tagen Aber gestern erst offiziell Also Aber wir klären das voll nur mal ab mit Embi von der Grove, ob das überhaupt stimmt Ja, seit gestern waren die, hat die Grove halt auch Also Die Hadis haben schon vor einer Woche gesagt, die Route gehört immer noch uns Aber seit gestern Hat die Grove quasi anscheinend zu denen gesagt, so Ihr könnt die haben Das Ding ist, wir geben ja eh an niemanden irgendwas ab Digga Und beide Gruppen lassen uns Warum sollen wir uns damit befassen, weißt du was ich meine? Ja, das ist nur für uns, wegen dem Park halt Hat sich da jetzt was verändert? Nee, oder? Nö Ey Doch, es gibt wieder ein Code-Wort Ja Die Strafe bei Johnny und Jan Kannst du mir das nochmal kurz sagen? Bist du? 2,5 Millionen Was? Für was? Ja, warte, 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 warte Ich hab grad den Anwalt Bist du? Welche Anwalt ist das? Ja, ja, ich wollte euch das nochmal kurz so Wie lange sitzt man für 2,5 Millionen? Warte, aber Crazy WLAN Was hast du bekommen? 900.000, 150 Stunden 900.000 und ich hab 150 Haft gelassen Das sind 5.000 Stunden Gibt's keine Höchststrafe? Das wären 200 Tage Warte mal, wieviel sind? Ne, Höchststrafe ist 190 Haftstunden oder so Mindestimiert Keine Ahnung Achso, okay 90 Ja, ja, da gibt's ein Limit Jutsi, aber 190 sind auch Aber wir haben schon Kontakte, ne? Zu welchen die Schlüsse von dem Dings haben In 8 Tage Nur, da müssen wir ein bisschen was cashen dann Ich würde auch was dazugeben könntest Ja, wir sind absolut abgebrannt, Bruder Ja Wir sind komplett pleite Ich bin echt Die Mila kocht schon ihre Socken, damit wir ein bisschen Suppe haben Das ist gelogen, ja Deswegen hast du so Mundgeruch immer, Alter Ich hab Mundgeruch, weil ich mit deinem Egal Ich steh über dir, ne? Pass auf, Bruder Das sind 190 Einheiten, ne? Ja, ich denk mal so Also die meinten, ich hab fast die Höchststrafe so, ne? Gehabt Vielleicht auch 200 Das ist sehr lange Ja, das ist sehr lange Aber als ob Aber wer weiß, was die noch alles haben, ne? Beim Crazy haben die das genauso gemacht Boah, ich hatte ja so viele Sachen dabei, ne? Ich bin ja auch aus Krankenhaus und so ausgebrochen Die wollten mir übrigens eure Kinosache auch noch anhängen Was? Jaa Also ich wurde angequatscht, von wegen ob ich nicht bei der Kinosache auch dabei war Ich konnte da nichts für, Krankenhaus War ich nicht mal, ich war da im PD Ach stimmt, du wurdest verhaftet vorhin, ne? Ja, wir hatten ja diese Verfolgungsjahr Hallo Aber Frank Ja, Bruder Wenn die dich erwischen, ne? Du bist so am Arsch Warum? Wenn die dich jetzt festnehmen irgendwann Alter Warum? Ja, weil du aus dem Krankenhaus geflüchtet bist Doch, ist doch nicht strafbar Du musst aufpassen, wer hier rumläuft Wurdest du nicht mit Handschein festgemacht? Doch Ist doch nicht strafbar Wie, das ist doch einfach nur ein Widerstand, wenn ich Ja, aber die wollen dir wahrscheinlich das gleiche anhängen wie Johnny und Giannakar und so Ja, ja Ach, warte, Mila, was hast du nochmal erfahren im Feld? Hä, was haben wir uns denn letztes Mal geholt von den anderen? Ach so, das... Einer von euch wurde verhaftet, ne? Ja, weil er mit dir telefoniert hat, Frank Ey, warte mal, wer? Josh Ja, genau Josh? Der wurde verhaftet Das ist das letzte, was ich mitbekommen habe im Knast Und der hat mich vor vier Minuten angerufen und gesagt, alles ist cool Okay Ich glaube, Mark wurde verhaftet Okay Aber doch nicht nur, weil der mit dir telefoniert Oder sollte verhaftet werden Äh, oh nein, was hat er gerade gesagt? Was? Moment Der hat das Telefonat, hör auf, ruf doch mal an Ach ja, ich hab's wieder Ähm, wenn irgendjemand Ach, ach, ach Wenn irgendjemand mit den, äh, wie heißt das, so einen Vergleich macht Dann, äh, werden alle gefickt und angeblich hat jemand einen Vergleich gemacht Wie meinst du Vergleich? Das ist ein Vergleich, wo man unterschreiben muss, die überprüfen jetzt die Aussagen von allen Diese Alibi-Dinge und so Barry? Von uns hat keiner Vergleich gemacht Hi Seid ihr sicher, dass Max keinen gemacht hat? Ja Also Ja Hoffen wir mal Ja, vielleicht Johnny oder JFK, ne? Ich hoffe nicht, dass die so dumm waren Hm Hm Hast du Frank? Ja Ja Das ist Billy Walker, oder? Ah Nein, das ist Frank Das ist Frank Um Styling, äh, gelungen Dankeschön Viel zu auffällig Also ich find der jetzt immer noch so hübsch wie vorher Hm Emila, was soll das? Ja, du Du bist so ein Nein, pass auf Wie sagt man? Try hard und nicht auffallen Nein, 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 warte Die Mütze Ich hab ja die Mütze nicht auf Normalerweise sehe ich so aus Ja, noch Schimmer Ey Ich find, dass die da aus der Züte gleich angehen geht Ich glaub irgendein FIBler ruft mich die ganze Zeit an Ja, hallo? Jetzt ruft mir dich Wer ist da? Ich hatte ein Telefon, was noch nicht mein Internet hat Kannst du mich in 10 Minuten, in 3 Minuten nochmal anrufen Stimmt, das hat nicht mal SMS Funktion Bis vor FIB, ne? Okay, bis gleich Ciao Ja, ich muss in Bewegung Ich hab keine Lust jetzt mehr hier zu sein, wenn die mich anrufen und ich angehe Ja, dann, let's go Wir bleiben in Kontakt, oder wie? Mit euch zu fahren wäre ja ja komplett komisch Ja, wir sagen Bescheid, wenn wir was wissen Okay, habt ihr ein Auto, was ihr mir geben könnt, was ihr hier habt? Ähm, Schoko, hast du nur ein Auto? Ja, den Oracle könnte ich ihm geben, ne? Ja, dann gib dem Oracle Was? Nein, der ist nicht verbrannt Kannst du den Schlüssel Coco geben da hinten? Weil ich kann ihn nicht fahren, ich bin zu dumm für alles auf dieser Welt Wo steht der denn? So siehst du auch aus Ach, Mila, ich will doch gar nicht mich mit dir anzicken, ich mag Wo steht der Oracle denn? Äh, der steht bei uns im Parkhaus Wo bei uns im Parkhaus, hinter unserem Ding Was wollt ihr von mir, oder? Ja, ja, genau Du kriegst den Schlüssel jetzt mit dem unbekannten Fahrzeug Ah, ja Mit einem Oracle, was nirgendwo Dings ist Okay Okay Ich soll versuchen dich lieb zu haben? Nett zu sein Ach so Die muss nicht nett sein Ich hab die so frech erzogen Die ist nicht frech Mila? Die ist einfach nur assig Bin ich assig? Lass meine Schande halt in Ruhe, motherfucker Mach schon weiter so Hier hast du ne Paline Ich hab die nicht Zeig mal Hallo Das Auto steht bei uns im Parkhaus hinten, ne? Ja, die holen das gerade Okay Auf schnelle Weile Aua Wie geht's dir? Ich? Ja Ja, ganz gut Danke Und dir? Ja Er flucht halt, ne? Aus dem Dings abgehauen Ich hab gehört, du musstest dir den Kopf gegen die Wand hauen Das war meine Idee Boah, Kopf gegen die Wand Ja, wenn ihr wüsstet, was ich mit... Pass auf Da kommt der Typ zu mir und sagt Du musst ins Krankenhaus Ich sag, wieso? Er sagt, du musst ins Krankenhaus Ich sag, okay Und ich hatte ja... Mir wurde ja in die Backe geschossen Das wurde grad frisch zugenäht Und dann hab ich einfach geschrien Ist komplett aufgerissen wieder In die Backe oder in die Wange? In die Wange In die Wange In die Wange Okay Und wie definiert man dann einen Kuss auf die Lippen? Also ich rauch immer Cameltoe Ich bin schon aus der Pubertät Bist du knallig Ja, auf jeden Fall wurdest du angeschossen Wohl wohl Ja, ich kann mich nicht daran erinnern Dann hab ich das wieder aufgerissen Und war im Krankenhaus Da ist dann nichts passiert Die haben mich ans Bett gekettet Und als ich aufgewacht bin Dann hatte ich Glück neben mir Da war einer von den 49ers Und der war korrekt Der hat mir Telefon Waffe gegeben Und so Und dann habe ich Meine Leute angerufen Die Wachwahl Und dann ist Willi Mit Bullenklamotten Der kam eigentlich Ich dachte, scheiße Die Bullen sind früher da als er Und dann war er das Dann muss ich den Steiner mitnehmen Die ganzen Medics Haben ihn rausgelassen Sondern dann geht er mit mir raus Und draußen, als ich in den Vorraum kommt Hör ich nur so Herr Steiner Bleiben Sie bitte stehen, Herr Steiner Und dann ist es etwa wie hinter mir Ich renne raus Kokos draußen auf dem Motorrad Ich spring rauf Willi haut irgendwo anders ab Und dann ja Perfekt Haben sie bei uns halt Hops Name gemacht Aber alle sind weggekommen Auch Willi mit der Polizei Geschichte Das ist auch so ein Ding Warum wollten wir eigentlich Gestern wieder mal schlafen Wir haben nur genug Equipment Guter Einwand Ich glaub einfach, dass keiner von uns dran gedacht hat Hat keiner nachgedacht Es hat einfach keiner nachgedacht Weißt du was das Ding ist? Wir haben natürlich immer noch im Hinterkopf gehabt Dass das die Funkgeräte Aber damit haben wir uns ja schon abgefunden Ach, schon wegen dem Geld, ne? Dass die viel Geld werden Ja Und ihr braucht da eh viel Geld Ja Das war eher so der Gedanke Mindestens jede Gruppe Vier Autos holen Weißt du? Identische Aber die haben uns richtig auf den Kicker Ja Ja, ich weiß Aber richtig Der Anwalt hat auch gesagt Sobald der Junkie Park oder Kiez erwähnt Drehen die alle voll durch Beim Stabkampf oder beim SWAT und FAB und so Verstehe ich gar nicht Also ich verstehe es nicht Weil wir wurden ja noch gar nicht erwischt Ja, aber die haben halt Indizien, ne? Ja Ja, aber hätten sie die Dann hätten sie mich ja verhaftet Und hätten meine Anklage nicht fallen gelassen Weißt du, wie ich mein? Ja, aber vielleicht planen die was größeres oder so Wenn man Ich weiß halt nicht, wie schlau die sind Hm Es ist schwer einzuschätzen Was ist dann gestern passiert? Ich habe gehört, da wurde irgendjemand abgeknallt vom Comedy Club Bevor die Cops da waren Also was mir Jan gerade erzählt hat War da wohl eine Frau mit roten Haaren Er ist auf die zugelaufen Mit Johnny zusammen Hat gesagt Hände hoch, Hände hoch, Hände hoch Die Alte soll wohl einfach drauf gekackt haben Hat gesagt Ja, ja, ich telefoniere gerade Hat am Telefon gesagt Komm schnell her Ich werde gerade ausgehört Das war Ei, ei, ei Das ist Coco Du meinst doch scheiße Hier von wegen dies und das Und dann Ja, die haben Johnny und Dings weggeballert Das ist jetzt irgendwie die Schwester von Hallo Von einem von diesen Von diesen Folder-Leuten Wisst ihr, wen ich meine? Oh mein Gott Oh mein Gott Die da oben am Pferde-Range wohnen Das war die Schwester von einem von Folder Ja Von Folder Wollen uns wohl diese Rocker immer noch ficken Wegen der Aktion Ne Irgendwelche Rocker wollen Haben irgendwas mit FIB zu tun Lost Ich weiß aber nicht welcher Ah ja Jetzt fällt mir auch wieder mehr dazu ein Soll ich erzählen? Ja Nein Gibst du mir nochmal drei Minuten Wegen dieser Marie Sorry Bis gleich Danke Was für eine Marie? Donner Steffke? Ja Maria, genau Genau, wegen der Weil, genau Die sagen nämlich Die sagen Ähm Dass sie zu 100% wissen Dass wir die entführt haben Obwohl jeder Fullmaskiert war und sowas Schon wieder diese Folder-Wix-Gruppe, ne? Ne, das war jetzt Die Rocker Hier, der Lost sagt das Der Lost sagt, er hätte Eindeutig jemanden erkannt von uns Als wir diese Zum FIB Bei der JVA oben Oder was? Äh Nein, 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 nein Genau Nein Warte mal ganz kurz Nein, nein, nein Pass auf Nein, nein, nein Pass auf Wir hatten einen Deal Indem wir die entführen Und dafür viel Kohle kriegen Das haben die Jungs Freitag gemacht Wo ich nicht mehr da war Genau Die haben die Kohle gekriegt Für, ähm, Dings Für das Haus Und dann haben die Und da ist, da soll das passiert sein Und das hatte nicht mal was für Bullens zu tun Nicht mal mit FIB oder sonst irgendwem Die haben die einfach eingepackt Und wir haben privat das Geld verlangt, weißt du? Ihr habt jemanden vom Lost eingepackt? Nein, nein, nein Das ist eine Meldungstante Achso, okay Und einer von Lost hat euch aber irgendwo erkannt und gesehen Das ist der Chief auf EMS Was? Die Marie Donnerschewke Und obwohl wohl jeder vollmaskiert war Und nur unangemeldete Autos Angeblich wüsste der Lost, dass wir das sind Hm Die sollen mit dem FIB zusammenarbeiten Ja, machen die auch Safe Total Das macht der Folder ja auch, ne? Die eine von Folder ist ja mit einem Bullen zusammen Oder mit einem FIB-Typ Das ist ja genau die, auf die geballert wurde Genau, genau, genau Die Melli? Okay Nee, ja, keine Ahnung wie die heißt Kann sein, Rote Haare Ja, Melanie Steiner heißt die Ach, halt's im Maul Was? Nee, 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 die heißt anders Lia? Nee Nee Mila Folder Mila Folder heißt die Glaube ich Das ist aber die Frau von Tim Folder Boah, ich hasse die sind Ich hasse die so sehr Schoko, was weißt du denn alles? Du drauf bist, Junge Er ist richtige Enzyklopädie von Los Santos, Digga Mit Staunbaum und Meinen Na klar, du Schoko ist da Ich hab die alle auf dem Tisch Du fass mal zurecht Ich liebe dich, Digga Was für ein geiler Typ, Alter Er ist einfach die Enzyklopädie, Alter Ja, top Also die, die gestern umgeknallt wurde Bei einer von der Foldergruppe Nein, nicht mal von den Die Schwester Seine Schwester, Digga Ach so Ich schwupp, mein Gott, ne Wenn die kommen jetzt wieder, ne Was sind das für Kriminelle, alle Dass die für FLB jemanden mit jemanden Was ist hier los? Wenn die Missgeburten jetzt einmal nur zum Junkiepark kommen Und ich die einmal sehen Dann fick ich den ganzen Willen Das FLB sagt sogar zum Lost Bitte rutscht über den Kiez drüber Was? Die sagen, mach das, tut es Woher wissen wir das? Das weiß ich nicht Ja, das ist noch Das ist noch Das Das Problem ist, diese Info Kann nur vom FLB oder den Lost kommen Ja, das hat mir Marc gestern erzählt Ich hab das Ich weiß ja nicht, warum er das alles Ja, und Marc hat vom Stadtpark Stadtpark geflüstert Viel langsam, Alter Aber ich kann mir das schon Ich kann mir das schon gut vorstellen, ne Ja, auf jeden Fall lassen wir jetzt weg Weil mich wird gleich das FLB anrufen Und ich muss jetzt endlich mal mit denen reden Okay Ja, hatte ich Ich ruf euch an, wenn mich was weiß Ja, wir rufen an, wenn wir was wissen Okay, perfekt Danke, dass ihr hier wart Ja, ja Bedenkt, das ist echt korrekt von 187 Dass sie uns hier das machen lassen Ja, Mann, ich hab doch schon Dank gelogen gesagt Korrekt Wo sind die denn? Nach hinten Ich bin überfordert Ich schwör bei Gott, ne Wenn die so voll das kommen, ne Fick mir die Ja Wenn die einmal kommen, ne Auch nur mit einem Fahrzeug bei uns vorbeifahren Lass ich jetzt alle los Welche Fleck hatten die nochmal? Die schwarz-blaue, ne Ach, das waren so hästige Ninderdinger Hier von denen Schuhu's Oh nein Jungs, holt rein Lass uns nicht anrufen 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 Komm, Mila Au Au Ich dachte, du wolltest mir auch helfen Kleine Ahnung, Master Was weiß ich Aber er permanent täuscht diese Gruppe, Alter Wenn die den catchen, ist der am Arsch, ne? Und er sagt gerade, das ist doch kein Straftat, wenn man abhaut. Achtung, ich versuche nur mal M-Bild zu erreichen. Oli, wir fahren noch mal lang. Wir fahren jetzt eh vorbei. Also habe ich das richtig verstanden, die Oli, die gestern umgeknallt wurde, soll die Schwester von diesem Folder sein? Ja. Und der Lost arbeitet angeblich mit dem FIB zusammen. Und den Folder auch? Alle beide, ja. Egal. Haben wir im Moment Stress mit irgendjemandem? Nö, wir haben können. Okay. Wir haben halt immer noch die Sache offen mit dem Foldern, Dinger, ne? Ja, ist doch gut. Wenn die herkommen... Mit dieses, wir ficken die und so. Also, dass die uns ficken wollten. An dem einen Tag. Hallo? Seid ihr da? Aber darauf ist der Bademeister und so angesetzt. Dass die da mal ein Auge drauf werfen. Wenn die Nachtschicht haben. Ja, die kümmern sich dran. Ich fahre mal zum Kleiderladen des Autos noch da. Und wer wohnt hier schon wieder? Schon wieder lila in den Autos, ne? Warum tragen die mal eine lila? Genau. Lila ist hübsch. Lila ist kacke. Grün ist kacke. Halt die Schnauze. Beides ist kacke. Grün ist das beste. Wartest du dich noch umziehen, Mila? Ja. Kommen sie gleich zum Park? Ja. Ich erwarte deine Ankunft. Okay. Nach dem Glück. Ich bin da drin. Jack, ich finde du fährst richtig geil, Mann. Gut. Ich danke dir. Bittlange sind voll hier. Ja. Bittlange sind voll hier. Ja. Mero-Logs, dankeschön für den Prime und dritten. Nasty, dank für den Prime und herzlich willkommen. NinersMT, dankeschön für den Weezer und 33. Saru-Sold, dankeschön für den Prime und Zweiten. Gefoff... Gefoff-Kta oder so. Dankeschön für den Gifted Zappanik-Community. Bullwai, Blackmoondog, Scorpion. Alle anderen vielen Dank. Achtung, Achtung. Indomation an alle. Was? Was? Boah, Junge, hast du mich an? Oh, Johnny ruft mich an. Onkel! Bootsbach! Erwachsenevollzug. Wie geht's dir? Ja, ich bin im Happies. Hast du das Handy bekommen? Ich hab Handy bekommen, Mann. Hast du Infos? Äh, die wollen hier einen Vergleich machen, aber bisher haben wir auch keine. Das haben wir auch schon mitbekommen. Nee. Der Vergleich... Weißt du, ob Jeff King was unterschrieben hat? Nee, noch nichts. Ähm, pass auf, der Vergleich lautet folgendes. Wir müssen quasi 100.000 zahlen. 100.000? Also, wenn man nicht ein dickes Strafregister hat, ne? Ja. Und dann 8 Stunden einsitzen. Nur? Ähm... Ja. Wie haben wir schon mit 190 Strafanheiten gerechnet? Ja, ja. Wenn du, wenn du, wenn du Ding jetzt, ne? Wenn du, wenn du nichts verbrochen hast vorher. Also in der Richtung. Ja, aber du bist Staatsfallgemeins. In der Richtung. Doch in der Richtung hab ich nichts, Alter. Ja, soweit ich weiß, wollten die der Mila auch anhängen. Mila ist übrigens draußen, ne? Die ich weiß, weil die vergessen da reinzutragen. Die wollten mir Mila anhängen, dass die bei dem Kino-Ding dabei war und so. Da können die bei mir nicht anhängen. Du darfst nichts unterzeichnen, ne? Weil dann gibt der damit zu, dass er gemacht hat. Doch, doch. Wir unterzeichnen nachher im Vergleich. Wenn der gut ist. Warte mal, Jack, der will dem Verzeichen unterzeichnen. Nein. Du sollst das nicht machen. Weil das... Warum? Was in dem Verzeichen drin steht... Darf ich kurz reden? Weil du dann zugibst, was da drin steht. Ja, und dann fickt er seine Bewegung. Ja. Und wenn ich das zugebe und ich diesen guten Vergleich bekomme, dann ist das gut. Weil wir wurden auf frischer Tat ertappt. Quasi. Wieso? Am besten rufst du Jack an. Ich verstehe das sowieso nicht alles. Jut, alles klar. Okay. Jut, 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 jut. Wer ruft dich an? Jeff sagt grad, dass der Typ, der in der grünen Hose da drüben steht. Ich weiß nicht, ob er euch das auch schon mal gesagt hat, dass das wohl ein Medic ist, der hier versucht Infos rauszuziehen. Dann schick den weg. Bist du sicher, Jeff? Ja. Choco? Ja. Was ist mit dem in der grünen Hose? Das ist so ein Infosammler, hat Steffi mir gesagt. Ja, aber mit wem steht der hier? Jax, Steffi und... Ja, aber warum kommt der her? Mit wem ist der befreundet? Äh, ich glaub mit uns keinem. Entschuldigung mit Steffi hier. Ja, warum wird er geredet? Was sagst du? Warum wird er geredet? Weg mit dem. Oder warte mal, ich hab... Können wir auch falsche Infos... Komm mal bitte zu uns drüber. Hinter der Hecke. Ja, was denn für Infos, oder? Können wir irgendwas, ne? Sprechen, dann machen wir's eh. War deine Nummer von irgendeinem Jahr, die? Ja. J.P. und Logan. Ich glaub nicht, ne. J.P. und Logan hat... Ne. Der Typ mit den grünen Hosen, das ist ja der Infosammler. Ja, ja, der Medik. Aber warum kommt der her? Äh, der war das eine mal hier, weil... Ja, aber ist der mit irgendeinem von euch befreundet, dass der da so Smalltalk macht? Ich kenn ihn. Was war der hier? Er redet immer mit Johnny, das weiß ich. Aber John hat ihn, glaub ich, auch hier, er ist kennengelernt. John oder Johnny? John. Ich könnt, ich könnt, ich könnt, ähm, jemanden um einen Gefallen bitten. Äh, also Logan oder JB? Lass mich mal kurz was machen, bitte. Okay. Jeje. Was geht? Was geht? Ich hab mal ne Frage. Dann kriegst du bestimmt eine Antwort. Oder beziehungsweise ne Info, die dir vielleicht auch was bringt. Okay. Wir haben hier jemanden im Park, ne? Ihr habt jemanden was? Wir haben hier jemanden im Park. Ja. Das ist so ne Ex-Mediziner. Ja. Und der soll wohl hier überall jetzt rumlurkeln und so rumgehen, ne? Also sich überall hinstellen und versuchen Informationen rauszubekommen. Und der Name ist von dem, weißt du das? Warte. Wie heißt der Typ, der da steht? Weiß doch gar nichts. Hallo. Steffi, wie heißt der? Wie heißt der? Äh, ich weiß es nicht. Scheiß. Äh, doch, warte mal. Ah, der hieß doch irgendwie... Du hast doch die Nummer, oder nicht? Ne. Irgendwas mit hier... Warte. Der hat einen Doppelnamen. Hast du das nicht vorgestellt, oder so? Hm. Nicht. Hell. Ist doch egal. Ja. Ähm. Wir haben jetzt richtig viel Scheiße so am Laufen. Wir können jetzt den quasi nicht hier kaputt schlagen und so, weißt du? Na, ich verstehe was du meinst. Und ihr saßt da gerade rum, wollt ihr euch vielleicht ein bisschen was verdienen? Inwiefern? In dem er herkommt und den hernimmt und den mal in die Ecke stellt und den mal fragt, was der... was der immer so für Sachen fragt. Und warum... warum der einen Infos ran will und so. Du kannst... Du kannst... Du kannst... Du kannst... Das ist nur ein Ex-Matic angeblich. Ja. Der sieht aus wie ein Rocker. Und der soll wohl hier überall rumrennen und versuchen an einen Infos zu kommen. Was so im Untergrund abgeht. Okay. Äh... Wenn wir den jetzt hier weghauen, ich weiß ja nicht. Ja ne, ich glaube ich weiß wer das ist. Ich werd mit dem mal einen Anlass packen. Gerade ist es ein bisschen schlecht hier. Ich hab noch was vor. Okay. Ähm... Aber ich werd mich da drum kümmern. Alles klar. Das ist nicht das Ding. Und wenn ich da was weiß, dann melde ich mich. Alles klar. Ja, hau rein, mach. Hau rein. Hau rein. Wo sind die fucking Yadis, alter? Hell, Jörn heißt der. Ja, ich hab schon aufgelacht. Achso. Ich komm sofort wieder. Ja. Und das ist der. Ich hab schon mal mit. Nein. Puh. Ja. Nee, glück. Em facken glück. Wir können den jetzt auch alleine wegmachen, aber ich will wissen, ich will wissen, warum der da rumsteht und ausgerechnet bei uns. Kann ich den jetzt darauf ansetzen, Alter? Naja, keiner von uns, das muss für Außenstehendes machen. Was denn? Die Frage ist jetzt, die acht Stunden Haftzeit, die im Vergleich schon steht, sind abgesessen. Ich war am Reden. Hast du migratiert? Ja. Okay. Pass auf, die acht Stunden Haftzeit, die in dem Vergleich drinstehen, wären abgesessen wegen Urhaft bei denen. Das heißt, Jiffke und Johnny müssten jeweils dann, wenn es gut läuft, 100.000 bezahlen. Die Frage ist, brauchen wir die, die kommen morgen Nachmittag dann wieder raus. Oder sagen wir, wir bezahlen die 200.000, weil wir sie jetzt heute brauchen. Wir brauchen die nicht. Wir sind broke, wir würden das Geld austreiben können. Ja, deswegen hat Johnny gerade, ich hab dir noch am Telefon gesagt, wir sollen das entscheiden. Er würde das absitzen, aber wir sollen das halt entscheiden, ob wir das bezahlen oder nicht. Wir müssen ja heute... Das wäre halt ein Funkgrill, ne? Ja, ja, genau. Ich sag, wir würden das Geld auftreiben können. Wir haben aber heute nur ein paar Gespräche zu tun und das war's dann schon wieder. Dann musst du da sitzen. Bis morgen Nachmittag. So dreckig, wie es sich anfühlt. Ja, der soll sitzen, man. Die sollen sich nicht anschalten. Die sollen jetzt echt noch absitzen. Die sollen jetzt 20 Stunden. Also 100.000... Ja, die sollen jetzt absitzen. Die sollen nicht rumholen. Die sollen die Zähne zusammenbeißen. Das ist fast ein Revolter, man. Wenn man das so gegenrechnet. Warte mal, du hast den Johnny am Telefon, ne? Ja. Andere Sache. Der Typ, der da vorne steht mit der grünen Hose. Hast du das mitbekommen grad? Ja. Das ist ein Ex-Mediziner, der hier Informationen sammeln will, ne? Ja. Wir brauchen jetzt jemanden, der den hier rausholt. Am besten Jadis oder so. Ich hab grad schon den Logen gefragt von 1.7, aber die haben grad was zu tun. Ja. Der hat immer ein bisschen in die Fresse haut. Und versucht, rausfindet, warum der Infos haben will. Verstehst du? Ja. Weil wenn wir das jetzt machen, zeigen wir quasi damit, dass wir was zu verbergen haben. Ja, ja, ja. Das ist jetzt, also, sag ich Johnny den ganzen. Absetzen. Fällt dir das hin, Johnny? Gut. Ja, Jivke wird halt schwierig, ne? Warum? Ja, weil der nicht in dem gleichen Zellentrakt ist. Die können nicht mit ihm sprechen. Ja, dann sollen die versuchen, da eine Doppelzelle zu bekommen, wenigstens. Ja, genau. Mach das über den Anwalt. Dann klärt das mal. Ähm, genau. Dann frag du jetzt mal den Anwalt. Der soll Jivke fragen, ob er auch unterzeichnen wollen würde. Ruf mal Frank an. Frag den, ob er es okay ist, wenn ihr unterzeichnet, ne? Und Jan ist ja neben dir. Und dann Rücken zur Wand und Zellen zusammenbeißen. Ja, oder so. Alright. Ja, das ist scheiße, oder? Ja, aber wir sind kriminelle Dreckschweine. Ja. Das muss halt. Da müssen sie durch, bis morgen kommt. Wir brauchen jetzt jemanden, der den Typen hier holt. Aber ich erreiche den Yang von den Dadis nicht. Der ist doch keiner zu Hause. Dann müssen wir da lieber ein bisschen Geld investieren. Vor allem macht mir das Sorgen, weil dieser Jack da mal steht. Und der ist so ein Idiot. Der labert. Der quatscht die ganze Zeit. Der ist grad bei dem da hinten. Erreicht dir keinen von den Dadis, oder was? Telefonier du mal durch. Auch in der Nummer, aber es war nicht da. Ja, ich probier auch mal. Keine Ahnung. Aber ihr wart schon da, ne? An der Straße. Ja, ist keiner da. Das ist mies. Was? Hier so rüber. Wem steht denn der damit, John? Nein. Wer ist denn der andere? Das ist der größte Chap. Der gerade mit dem Ticker. Die sollen nicht quatschen. Nicht dahin gehen. Nein, nein. Ich erreiche keinen. Soll ich den Chap hier herrufen, oder? Was denn mit den Dings da, mit diesen von der Pilzroute? Aber mit denen sind wir nicht cool, ne? Wen meinst du? Boah. Keine Ahnung, wie die Gang heißt, Mann. Ja, du meinst United. United. Ne, die würd ich dafür nicht fragen. Soll ich den Chap, ja? Wo ist denn der Hase? Nein, Memo. Wo ist denn der Hase, Memo, an dem Bauch? Oder TK, Mann. TK, der war eben noch hier auf jeden Fall. Ja, aber wenn der alleine unterwegs ist? Ja, aber wenn der alleine unterwegs ist... Timme führst du auch nicht da mal. Die Pause kommt erstmal nicht. Was geht? Was geht? Ist der Typ noch bei euch am Stehen? Ja, ja, der steht noch hier. Ich komm gleich rum. Aber pass nochmal. Ähm... Was? Warte, ich muss kurz überlegen. Was willst du denn überlegen? Okay, aber wenn du kommst, dann holt er den und dann? Nimm mich den mit im Auto. Das wär halt so interessant zu erfahren, für wen der Informationen sammelt, weißt du? Ja, ja, klar. Der sollte wohl nicht nur hier rumstehen. Der sollte auf Wanda schon anfangen, seine Fühle auszustrecken. Kannst du mir sagen, was er anhat? Eine Kutte oder was? Ne, ne, der hat so ein... Ärmelfreies T-Shirt. Der steht hier direkt vorne. Grüne Hose. Hier trägt sonst keiner eine grüne Hose. Grüne Hose. Okay, okay. Ja, also, ne, sagt deinen Jungs am besten, dass das nicht gegen euch geht. Ich will den Typen haben, ne? Ne, 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 die wissen Bescheid. Ich steig da auch mit Fleck aus und knarren direkt, ne? Ich will da direkt rucki-zucki machen, dann hauen wir ab. Ja, ja. Da steht nur ein Anger an, nur daneben. Zudem sagst du einfach, dass sie sich verpissen. Der geht auch nicht zu uns. Ja, alles klar, man. Alles klar. Überdings reden wir dann, ne? Ja, ja, machen wir alles klar. Alles klar. Bis gleich. Dann. Bin dazu dran? Logan kommt jetzt. Sie packen ihn ein. Und dann gucken die, warum der Informationen sammelt. Na? Hört ihr mich zu? Na klar. Ja. Ähm, 187 kommt jetzt und nehmen den Typen mit und dann boxen die dem bisschen und gucken, warum der Informationen sammelt. Okay. Okay. Kurz spazieren. Hm? Lass kurz spazieren. Nur lass einfach hier hinter der Hecke bleiben. Hilfe! Eben schon mal. Ich versteck mich dann in einem Busch. Das kostet aber ein bisschen was, ne Jack? Warte doch, die sollen die Jack mitnehmen. Nein, der grüne Hose. Der weiß Bescheid. Der steigt doch mit Fleck und sowas. Das ist aber nicht gut, dass der Ticker ausgerettet mit dem redet. Ah, aber ich hab... Ich hab mich sowieso schon vergessen. Sie war gestern schon hier, ne? Ich hab ihn gestern nicht gesehen. Doch, der war gestern auch hier. Aber Steffi sagt, dass er am meisten halt mit Jon rumhängt. Das sollten wir Jen einfach mal fragen. Das ist doch der Jacks Teller. Das ist Jacks. Der scheißt sich gleich auch in ne Hose. Aber die können auch mit. Die können auch mit nicht. Der holt direkt nach raus und knallt die ab. Oh Gott. Im Malz. Ich hoffe. Sag das nicht, Alter. Wird viel. Wir können den auch selber wegboxen, aber dann weiß der, ne? Ja. Ja, ja. Das ist nicht gut, wenn wir das machen. Da können wir lieber dem was bezahlen. Ja, wo bist du? Ja, Verschüttel, was geht ab? Da kommen ganze Mannschaften. Ja, aber wo bist du? Boah, ich chill hier. Ich bin in mein Car. Ich hab ein paar People gemietet, die talken like this. Und die haben mich einfach angetalkt. Und ich hab mich mit denen, ich hab so getalkt mit denen. Wo bist du denn, Dummkumpf? Ich komm jetzt. Okay, bis gleich. Ich hab dich auf Lautsprechern hören nicht. Oh, Verschüsse. Die Grüße gehen raus, Homeboys. Okay, bis gleich. Bis gleich. Oh mein Gott, die rillte das Welt in der Tramp-House-Kitchen. Notification Gang. Was geht ab, Weiki? Oh Gott. Ach du Scheiße. Oh mein Gott, die hat einen Haftschaden. Hast du einen Haftschaden? Oh Scheiße, ich weiß nicht wovon du talkst da, yo. Okay. Was talkst du mich so an von der Zeit of Life, du alter Splasher? Ja. 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 Also was geht ab, Peeps? Was? Musst du uns krankeln, oder was? Ähm, jo, ich hab hier und da ein bisschen Pain. Richtig sick. Ähm, ich, also wär voll tight, wenn wir da mal rüber driften könnten. Driven. Wo wolltest du rüber driften? Na rüber zum, zum Hospital. Zum Crankenhaus. Give me my words. Warum schreist du immer am Telefon so laut? Machst du selber, ne? Geht's auch mal, alter? Mila. Hm? Hast du einen Dachschaden, Latten? Latten Dachschadenzaun? Ah, I don't know, man. Dein Bauchnabel ist frei, hast du keine Angst? Oh, großer Auftritt, nix machen. Ich hatte mein, meine Tasche da drüber. Du hörst einfach Musik. Grad, weil der noch am Abdanzen. Der bewegt sich einfach gar nichts. Der bewegt sich einfach nicht. Der bewegt sich einfach nicht. Was passiert da? Da ist eine Spitze. Oh, der kann das halt gerade fissen, ne? Der wird Hops genommen. Chap. Ja, jetzt zwei hübschen alles, okay? Ja, nochmal und selbst. Chap. Die haben den Medics da irgendwie abgenommen. Chap? Was? Ich weiß von keinem Medic. Was für ein Medic? Was für ein Medic? Ich bin schon Medic. Chap, kannst du anvolten? Ja. Wer ist denn der Typ, mit dem du die ganze Zeit da gequetscht hast? Ja, das ist ein Medic. Und was macht der hier? Weiß ich nicht, der chillt immer mit John. Oder der chillt sonst hier die ganze Zeit und kauft auf Drogen. Und was sagt der so? Hm, nicht viel. Okay. Und was fragt der so? Die sind das, ne? Sehr viel. Nö, geht eigentlich. Ja, aber fragt der komische Sachen? Hm, nö, der hat nur irgendwas. Hast du irgendwie das Gefühl, dass der dich ausfragt wegen deinem Ticken und so? Nö, gar nicht. Irgendwas wegen meinen Homeboys hier? Nö, der hat nur was von dir erzählt, Mina. Von mir? Ja. Ja, für die Schöße noch mal, was sagt der? Der hat gesagt. Der hat gesagt. Irgendwann von der Geiselnahme, wo du angeschossen worden bist. Was? Aha. Was für eine Geiselnahme? Tja, keine Ahnung. Aber das hat er irgendwie erzählt. Er meinte irgendwie, dass er dich irgendwie in einer Bar aufgefunden hat oder so. Und da Cops waren. Und er dich irgendwie behandelt hat. Ach, der hat dich behandelt? Das kann sein, ja. Aber sonst hat er nichts Wichtiges gefragt. Aber der steht schon die letzten vier Tage hier. Hm, der ist sehr verdächtig, ne? Ja, schon. Aber sonst fragt er nichts Intensives und der kauft halt auch ab und zu mal was. Ja, weil die paar hundert Dollar, die der hier lässt. Das Ding ist halt, ihr wisst selber, wir quatschen manchmal. Und wir wissen manchmal nicht, wer um uns herum steht. Ja, das stimmt. Weil der ganze Park immer voll ist. Ja. Das ist schon sehr auffällig. Das ist richtig. Deshalb kann man kurz das Taxi unternehmen. Okay. Und fragt mal kurz, oder was? Ja. Und checkt er mal kurz ab. Ja, super. Ne, ich glaub nicht. Ich hab ja echt befürchtet, dass der Jax die Knarre zieht, ne? Ich auch. Und die eine Foot-Gorilla machen würden. Da hätt ich mir auch was denken können bei ihm, aber ich hab ihn zurückgehalten. Du warst das, ne? Du warst das, ne? Was? Bei den Dings? Mit dem Angebot? Ja, ja. Ja, ja, das war ich. Läuft da schon was? Ne, der ist irgendwie seitdem ihr vorhin da wart, kam kein Anruf mehr von dem. Der ist irgendwie ins Bett gegangen oder so. Wir haben eigentlich auch gesagt... Ah, fuck, die Dings ist jetzt auch im Bett, ne? Jack? Ja, ich hab den schon. Die andere Mule? Ja, ja. Oder hast du schon? Ist egal. Ich hab schon. Die zwei hatten schon. Achso, okay, okay. Ne, aber ich hab auch gesagt, dass das in den nächsten sechs Tagen ist. Ich wusste nicht, dass das so schnell geht, weißt du? Ich wusste ja nicht, ob ihr... Ihr könnt übrigens beim Logan gucken, der streamt auch, ne? P-Nation heißt der. Wenn euch das interessiert. Weil da gesprochen wird jetzt in den Autos. Was geht bei euch heute noch so? Ja, wir sind am Abklemmen wegen Johnny. Die sind alle im Knast. Ach, die sind alle im Knast? Ja, Johnny und Jeff K. Äh, habt ihr jetzt schon irgendwie ne Möglichkeit mit denen zu reden oder so? Ja, ja. Okay. Das ist doch super. Genau, aber nicht spoilern, kein Meta hier machen. Sollen wir euch denn alleine lassen, oder? Ach, wie meinst du? Wir haben keinen Stress mit niemandem. Achso, ne, ja, ob ihr irgendwas... Ich weiß ja nicht, ob ihr irgendwie... Warte mal, wie spät ist denn das? Wir können eigentlich mal zu Cody spimmeln, ne? Ja, ich muss jetzt auch arbeiten. Ja, stimmt. Du wolltest uns eh was umsonst geben, ne? Naja, natürlich. Und du warst dann an dem Tag nicht arbeiten. Ne, oder war das Dunjo? Dunjo wahrscheinlich. Der Wixer. Ja. Aber Dunjo sah er eben. Er hat uns doch was gegeben gehabt. Ja, Tschisnik. Let's go to Cody, my man. Laufen wir? Mila? Ich fahr. Ich fahr. Mila, du bist Tschisnik. Ich fahr auf. Ich lauf. Steffi, wir gehen zu Cody's. Oh ja, ich guck mal. Wir sind zwei stationärlich. Was zum? Hast du jetzt nen Habtschalen? Dude, ich hab keinen Pumf, bevor du da talkst, ne? Aber kann schon sein, dass da irgendwas hängen geblieben ist. I don't know me. Haben wir dem Gefängnis da auch so geredet? Hä? Haben wir dem Gefängnis da auch so geredet? Yeah, yeah, yeah. Da war diese... Diese... Girl G's waren da. Und die haben... ganz viel mit mir getalkt. Ja, die sind aber da... ähm... äh... lebenslang. Lebenslang? Ja, die kommen dann nicht mehr raus. Aber ich bin trotzdem einer von denen. Die haben gesagt, verschiesse, Mila. Wenn du... nochmal hierher kommst, wir sind da. Wir sind dann an der Anlaufstelle. Und ich so... Oh mein Gott. Zeit, girls. Und ähm... Ähm... Herr König, was denn? Ich hab mir ein bisschen was beigebracht. Ähm... Wegen so Sachen mit Quatschen, ne? Ja. Lass das nochmal bitte... Also, weil auch eben Steffi und so dabei war. Lass das bitte nochmal immer mehr differenzieren. Einfach wegen Informationen sammeln und so weiter. Was meinst du? Da ist die Steffi... Ja, Steffi gibt uns auch Infos die ganze Zeit, ne? Okay. Hä? Hallo? Hallo? Boah. Was denn? Mila? Hallo? Huch Der Chat explodiert gerade bei Logan Ha, der ist überfordert mit uns Ja, ich meine ja nur, ne So, das ist ja auch Story für euch Vielleicht kann man da was erfahren Wenn das überhaupt stimmt, hat er Infos, damit weiß man ja nicht Doch, es gibt auch andere Teamspeak Plugins, aber ich hab keine Ahnung Jaja, Teamspeak, Verbindung zum Server, fehlgeschlagen Der hat aber auf Stream-Elements-Botscheiße eingestellt, der schreibt bei jedem Follow-In-Chat Jeder macht seinen Kanal so, wie er das möchte, ne Äh, Unity News Das Abspielen von Musik, okay Voice Probleme Hilfe war mitten Der Nick schreibt, rip an die Leute, die gerade mit 120 über den Highway geflogen sind Oh, geht wieder Hallo? Äh, Bruder, ich bin 30 Hallo? Mila? Mila? Hallo? Ich glaub, ich nehm noch nur Eu-Palippus-Bombo Johannes? Ja Ja Hallo Hallo Ja Ja, pass auf Ähm, wegen eben, lass das nochmal bitte ein bisschen mehr differenzieren Aber was meinst du mal differenzieren? Dass eine Steffi nicht zuhört? Ja, zum Beispiel Aber du weißt schon, Steffi, die Ex-Frau von Choco ist, ne? Ja Und die sowieso schon alles mitbekommen hat und die auch uns Infos liefert, ne? Ähm, ja, aber ich glaub, die gibt trotzdem noch Infos auch weiter an uns mit Aber Ich bin skeptisch bei allen Auch so ein Jax, ne? Der arbeitet für uns schon gut, aber Der redet auch viel Na, okay Aber mit Steffi würde ich halt nochmal quatschen Am besten über Choco Dass der mal mit in Ruhe mit erquatscht Und wenn die Infos rausgibt, wir Ja Dann hat sich Mila auf die Und Mila ist jetzt zaff Ich hätte ja auch nicht eins Ich hab keine Ahnung, ob das gut war Warum das Ex-Frau von dem, Mann? Der hat Choco keine Beste einschätzen als wir Ja, aber die haben doch trotzdem ein riesengutes Verhältnis Aber ich weiß, dass du meinst Lass mit Choco bei dir ran und mit Jax, ähm Müssen wir wegschicken Aber die kriegen alles mit, ne? Die Chabben, alle, Alter Hallo? Hallo? Ich kürze meine, Mann Hallo? Und? ... ... ... Hallo! 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 Jack! Hallo! Du frisst meinen Arsch! Ja, nein! Also, hast du gehört, Jack? Hallo! Ja, hallo! Wir reden mit Choco und Jackson und die anderen schicken wir jetzt ab sofort immer weg. Ja. Okay. Okay, dann let's go! Also, die haben dir was beigebracht? Yeah. Was denn? Wie man im Ghetto so spricht. Wie man im Ghetto? Im Ghetto. Und so spricht man da? Yeah, I'm talking serious, dude. Okay, beruhig dich. Bist du jetzt tough geworden? Das ist wirklich Spaß. Muss man jetzt ankommen vor dir? Ja. Ich bin jetzt ein richtiger Pitbull. Ja. Dann zeig mir den Dog. Yeah, Dog. Musst du ins Krankenhaus oder soll ich dich so lassen wie du bist? Musst du keine Chance? Ja, ich weiß nicht! Me, meh... Mein Mann... Du kannst mich Shuka Daddy nennen. Shuka Daddy? Shuka Daddy? Alright. Alright. Warum hast du dich geschminkt? Jo, das ist der Style von uns. Bist du jetzt in der Insane Clown Pussy? Ein was? In der Insane Clown Pussy. Was ist das? In so einer Crew. In so einer Gang. Ein Crew, ein Gang. So eine Clown Gang. Ja, das ist die Pissen Gang. Ach, die Pissen Gang. Ja. Nicht die Raupen? Oder sind die Raupen eure Feinde? Oh, das weiß ich nicht. Ich habe nicht gefallen, weil unsere Animes sind. Ich glaube schon, dass die Raupen eure Feinde sind. Du weißt schon, dass der bei in der Rupen Gang ist, ne? Oh, schee so. Das gibt einen heftigen Turf War. Yeah. Das ist nicht der Fall, der beiß dich. Aber ich beiß zurück. Aber das schmeckt nicht. Okay. Aber ich zerfallstehe. Du zerfallstehen? Mhm. Also müssen wir nicht ins Krankenhaus. Oder soll ich da eine klatschen? Lieber nicht. Willst du wieder normal sein? Sie mich verletzt. Hey, yo. Ich weiß nicht. Stört dich das? Dürrge, Daddy? Nö. Ja, verschicke. Dann bleiben wir so. Dann bleiben wir so. Yeah. Aber ich möchte... Ich hoffe, dass das nicht abfärbt. Weil du weißt, wenn ich mich schminke, ne? Dann brennt die Stadt. Ja. Das bin. Du weißt, ich bin ein guter Rollenspieler. Und ich bin ganz tief in der Rolle drin dann. Mhm. Wenn ich mich schminke. Ja. Dann drehe ich durch. Wir drehen durch. Mhm. For real. Ich bin da wie so ein Fidget-Spinner. Ich höre nicht mehr aus. Ja. Aber hören die mich irgendwann auf? Weiß nicht. Eigentlich nicht. Ich auch nicht. Ach so. Wir sind die Notification Gang. We lit. Notification Gang. We lit. Die Wolken sind heute ganz komisch. Ähm. Warum? Weil die sind so... Die bewegen sich schnell. Ja. Keine Sau. Oh, er hat ganze Schmerz-Srette. Die Farbe ist so... Ja, wir haben ein Notification Gang. Ja, ja. Ist das die Trap-Haus-Kirchen, yo? Peter, was ist Kappen? Was ist Kappen? What's poppin' fam? 2 Chicken Burger mit Ananas 2 Chicken Burger Ananas Ich bekomm ne Tüte Dinnivac Und 2 Gangster Brause Ja, kriegst du, mach ich dich fertig Was geht ab? Du bist schon im Pfarr Wo ist meine liebe Schwester? Seit wann haben wir Marines hier in der Stadt? Was geht ab, Bruder? Ich bin Schnaiper Na klar, Los Santos Marine Corps Ich hätt's zuerst gedacht, du wärst Major Pain, Mann Nein, nein, nein Ich hab doch keinen glatt Nämlich Das seh ich nicht, du hast Käppi auf Aber du siehst das so hinter Kleinen Haaransatz Ah, da, ja, ja Ein bisschen rausguckend, genau Ich bin Drillzahn in Kusch Oh, 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 oh Ich geh schon raus, ich geh schon raus Ich hab keinen Stress Hä? Was? Die Dinger würd ich nicht essen Außerdem ist das kostenlose Essen für die Obdachlosen Lass das liegen Was stinkt hier, was hier los? Da stinkt er, du den Mund aufmachst Motherfucker Herr Nase Bisschen Comedy, oder was? Hör auf mich zu schubsen, sonst kriegst du einen Schlag im Nacken Mit der Schneiper Mit der Schneiper Warum bist du so zu den Köttern? Yo, Cedar What's poppin? What's poppin? Mila hat sich nicht verkleidet Die ist in der Insane-Klauen-Possy Ich hab dich nicht gewaschen, weil die ihr Hello Weeker angefangen habt Nein, die ist jetzt in so einer Gang drinnen In so einer Knast-Gang Aha Aber deine zwei für sich als Zinsen Wir sind knallhart Und für Jacks Einen für sich als Zinsen Ey, Cedar, komm zurück Ne, heute nicht mehr, Jay Dienstag kannst du zacken Essen kommt sofort Nummer diese Kriminellen Ich hab das kaum wiederzuerkennen, ey So, die Nächsten, bitte Yo, yo Yo, girl, was willst du essen? Food, mate Ich will Drinkies Wie viele? Ähm, zwei Ich will ein Milchshake Aber mit zwei Qualquappen drin Nur zwei in jedem, oder? Zwei reingequetscht, ja, ja Okay, was für ein Milchshake? Vanille oder Schoko? Ähm, ich möchte Heute fühl ich mich verrückt Ich ne Schoko brauche Kriegst du Noch was? Ich will zwei Cheeseburger und zwei Schoko-Shakes Zwei Cheeseburger und zwei Fritten Ach, Fritten Eine Portion Fritten oder zwei? Ja, zwei Portionen Fritten Also zwei Schoko und zwei Fritten Und ich zahle, dass es mein Girl bestellt hat Äh, nee, Rechnung geht auf Yon Hat er schon gesagt Achso, okay Welcher Yon? Unser Yon? Ja, euer Yon Der Vater geht, ne? Ja, ja Kann ich auch was bestellen? Ja, dann bekomme ich drei Cheeseburger und drei Schoko-Shakes Und drei Fritten Weißt du, dann will ich auch in Yon-Shake viel, viel Qua-Quap Ja, mach ich ja Ich brauche noch was bestellen, ihr zwei Gib das Girl, was du needed Bestellt er mich auch noch in der Mauer? Ja, ja Lass mich das erst kurz mal alles rausholen und so Dann mach ich eurer Bestellung Den rücken zu Ich brauche es Das ist mir da direkt vorne Ich brauche es Ich brauche es Putzbach Wachstum zu Zug Ich zahle gar nichts Guter Ist so, Maxa, bist du zu meiner Schwester so frech? Du M- Nee, Maxa Die hat dir den kleinen Curtis Kusch-Affe geschenkt Dann hast du wohl einen Breitchen im Nacken Achso, ja, Jay, da ist ein Kapper dahinter Das heißt, das ist nicht ernst gemeint Die versteht das nicht. Der Chat kann mich nicht überreden. Ihr kleinen Rebauken. Was machst du da? Ich drehe mir ein Dubi. Ein Jubbo? Ist das ein Jubbo? Er hat ihn jubbelt. Ballerkohlen des Ortes. Ja, oder? Guck mal, ich habe die passenden Schuhe auch noch verzeiht. Sieht aus wie ein Bengin, Alter. Was geht ab, Rackus? Guten Abend. Danke, danke. Das ist aber schön gedreht. Schwarzlicht, Dankeschön für die WeSup im sechsten. Mert, Dankeschön für die WeSup im zweiten. Stonehead, Dankeschön für den Prime. Abonnierst dich willkommen. Merolox, Dankeschön für den Prime im dritten. Nasty hat man schon alle anderen, ne? Wenn ich jemanden vergessen habe, tut mir leid. Ihr wisst, ne? Der Chat wollte mich sehen. Was will der dich sehen? Ne, geht nix. Was will der dich sehen? Ja, was geht's? Sag mal, hat der schon mal Drogen bei euch gekauft? Soweit ich verstanden habe, ja. Aber immer so ganz kleine Mengen nur, ne? So oft Dings halt. Ah, also zu mir hat er gesagt, der hat noch nie was gekauft bei euch. Warte. Er ist so eine richtig kleine Fotze, Alter. Der hat auch gar keinen Bock zu reden. Jungs, Jungs. Aber ich kriege da gleich alles raus aus dem. Der Typ, ne? Warte mal, kurz Logen. Der Typ von gerade, ne? Warum antwortet mir keiner von euch misstgebotten? Was ist denn los? Alter. Wir hören zu. Wir hören zu. Was denn? Hat der schon mal was gekauft bei uns? Der Chat sagt ja. Der hat gesagt ja. Ja, der hat gekauft. Was ne Fotze, Alter. Pass auf. Am Junkie Park weiß er auf jeden Fall, dass ihr auf der Grasroute seid, dass ihr am Ticken seid und das von der Information her bekommt. So seine Aussagen. Dass man was für Infos bekommt? Naja, Information. Da bekommt man einiges mit bei euch und ihr seid cool mit dem Kiez auf jeden Fall. Das ist seine aktuellen Informationen. Aber ich boh da jetzt gleich noch mal ein bisschen tiefer nach. Nur damit ihr da schon mal so ein bisschen Bescheid weißt. Hat der irgendwas über Angler erzählt? Weil der soll wohl bei anderen auch irgendwo abhängen. Ja, der ist wohl beim Lost MC gewesen, hat nachgefragt. Da fahr ich jetzt aber gleich noch mal nach. Und er chillt wohl öfter mal am Stadtpark und holt sich da auch Informationen her. Also ist das eine kleine dreckige Ratte. Ja, ja, das ist eine richtige Ratte. Der chillt bei euch auch nur für Informationen, ne? Ja, ich weiß. Er meinte so, ja, die hätten aber zu mir gesagt, ich darf öfter mal vorbeikommen. Da hab ich mir auch gesagt, ja, wahrscheinlich, weil die schon gecheckt haben, was du eine Fotze bist. Ganz ekeliger Typ auf jeden Fall. Hast du den noch in deiner Gewalt? Ja, ja, der ist doch bei mir. Bin grad überlegen, ob ich den in die Fresse schießen soll. Das kannst du gerne tun, wenn du das willst. Wie, der gibt sogar zu, dass das eine dreckige Ratte ist? Ja, ja, er hat das zugegeben, dass er da überall nachfragt, Informationen sich ranholt, obwohl er Medic ist. Ihn würde ja interessieren, was er auf der Straße abgeht. Ja, die Frage ist halt, für wen sammelt er die Infos? Ja, angeblich für niemanden, aber ich bin noch nicht fertig mit dem. Hi. Äh, Babe, du musst da mal hingehen und mit dem Typen mal ein bisschen Druck machen. Der sagt uns nicht alles, die kleine Fotze. Quetsch mal raus da aus dem. Ja, voll. Ist mir egal, ob es ein Mediziner ist. Ist übrigens kein Ex-Mediziner, ist noch ein Mediziner, ne? Aber der ist nicht im Dienst dann. Er ist aktuell nicht im Dienst, das ist richtig. Ist mir egal, macht da Druck bei dem. Ich scheiß auf den. Der lügt, der hat uns angelogen, der hat Drogen gekauft bei den Junkie Park. Ja, Freffa-Chaner, ich erkläre mal kurz was, können sagen, dass ich vorbeikomme, indem ich die Fress schließe. Äh, ja, wir sind, äh, weißt du ja, wo das Lost ist, ne? Da gibt's eine Brücke, ne, ne, unten in der City. Weißt du ja, wo das ist, oder? Ja. Da unten drunter ist, ähm, ne große Lagerhalle unter so einer, ähm, ähm, äh, wie heißt der scheiß, Autobahn. Weißt du, wo das ist? Ja, ja, ich weiß wo. Ja, genau das sind wir. Okay. Alright, Mann, bis gleich. Was sagst du? Am ersten steh ich die hier hin, ne? Ja, gut. Das waren dann vier Schoko-Shakes. Danke. Vier Hamburger und die Pommes stehen noch hinten. Ich bin stolz auf dich. Danke. Wirklich voll, aber keine Runde bist du. Der hat's gebracht. Jack. Ja? Zuhören. Was geht, Mo? Was geht? Der Typ, ne? Ja. Du weißt, von welchem ich rede. Ja, ja, ja. Der hat grad zugegeben, dass der nur bei uns ist, um Infos zu holen, ne? Ja. Nein, echt? Ja. Sollen wir hinfahren, den wir in die Fresse schießen? Schießen? Ja, 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 ja. Der hat zugegeben, dass der eine Ratte ist, Bruder. Ja, komm. Und der ist auch beim Lost... Ich will mit. Das was? Der ist auch beim Lost unterwegs und dann sammelt er Infos und so. Ja, komm mit. Ich hab ne Idee. Ja, komm. Ja, was mit den anderen? Wir brauchen nicht alle. Das dauert. Soll ich mit oder soll ich hierbleiben? Ja, keine Ahnung. Wenn du mit willst, komm halt. Okay. Dann komm ich mit. Nimm dir ne Maske raus. Nimm dir ne Maske raus. Ja, der weiß doch, wie ich aussehe. Ich geh mich jetzt nicht umziehen. Ja, ich will aber wissen, dass er genau weiß, wer. Ja, dann lass das ohne Maske machen. Nein. Nein. Das erkennt an der Maske. Hä? Dass wir das mit Flag machen. Ja, das ist deine Pau. Ja. Fangen wir eine Maske? Ja, nimm dir meine raus. Bitteschön. Danke. Guten Appetit. Ja, genau. Ja, die hab ich. Übrigens, das ist kein Ex-Medic, ne? Das ist noch ne Mediziner. Und der ist nicht im Dienst gerade. Wer fährt? Wir haben ja im Krankenhaus nachgefragt, wie der heißt. Wir haben hier die Jutta. Die Jutta arbeitet im Krankenhaus. Die gibt uns Infos raus. Auch Krankenakten kann die uns rausgeben. Das Ding ist halt, der verletzt halt seine ärztlichen Dings, ne? Und der ist gerade nicht im Dienst. Der ist safe. Der ist beim, bei dem Lust hier im Loden. Also nicht im Loden, sondern in der Stadt, ne? Da drunter hast du ne Brücke, hast du ne Lagerhalle. Da sind die mit dem. Wer ist Beifahrer? Ich. Weißt du, wo das ist? Warte, ich mach dir den. Nee, kannst du nicht. Warte, wie? Ich kann das nicht mal. Nee, nee, nur der. Kommst nicht ans Navi ran. Lost Nord und dann da drunter ne Lagerhalle. Lost Nord? Warte, ich ruf den Logen an, ne? Fahr mal nicht so schnell, bitte. Ich ruf kurz den Logen nun. Setz dich mal auf Beifahrer, bitte. Ja. Ja, wir sind auf dem Weg daheim, ne? Ja, alles gut, meine Jungs wissen Bescheid. Die warten vorne. Alles klar, danke. Ja, bis gleich. Bis gleich. Wer will dem, wer will dem in die Fresse schießen, Nippel? Ja, wohl nicht in die Fresse, ne? Sonst verreckt der nur. Nee, nee. Ja, quatsch du einfach. Ich guck nämlich gar nicht. Wenn du den Call machst, ich kann abknallen, wenn du willst. Du machst was? Ich hab keine Lust, mit dem zu reden, mit so einer Schlange. Der hat beim Logen zugegeben, dass er Informationen sammelt im Park. Ja, wie sieht das aus mit Navi? Ach so. Ja, fahr gerade aus. Also war die Info von Steffi gut? Mhm. Richtig, okay. Soll ich mit einer 50er abdrücken für ein größeres Loch? Nein. Okay. Du schießt ihm ins Bein los. Du willst die Maske tragen als Statement, ne? Du weißt aber, dass er 1,8,7 Uhr da ist, ne? Die wissen dann, dass Bilder sind. Ja, ist doch egal. Wir haben doch mit der Maske noch nie was gemacht bei denen. Die nächste links runter. Ja, dann zieht die Maske auf. Weiter gerade aus. Und da vorne gleich rechts runter. Dann ist hier unten, da drunter sind Lager alle. Da steht nicht schon. Du Quatsch, ne Jack? Ja, okay. Ihr Dude, einfach ein Deutsch. Grüßt euch. Grüßt euch. Ich danke. Womit? Ja. Ja, du bist verschont. Ja, ich komme es bald wieder. Also, okay. Zwei Minuten. Ja. Wie kann, egal. Ist ja seine P. Na komm, wenn du schon lange hier bist und beim Medic-Dienst bist, dann kennst du doch bestimmt auch einen Fischer, oder? Ja, klar. Die Frau von ihm arbeitet bei uns. Ach so, okay. Ja, korrekt. Ja, ich habe da schon mal mit Fischer so ein bisschen geredet, ne? Und ich weiß nicht, ob das bei dir so ist. Stehst du so auf Blümchensex oder ist so der härterere Shit so dein Ding? Von weinem etwas. Kommt drauf an. Hä? Sag's mir. Stehst du auf den härteren Shit oder eher auf das Blümchending? Wie gesagt, kommt auf die Situation an. Also sagst du so, Würgen und so ist schon mit so dabei, sagst du? Ja, eher nicht so. Nicht so. Dann ist heute dein Glückstag. Ich kann dir ja sagen, wie es sich anfühlt. Ich meine, Fischer hat damit auch schon Bekanntschaft gemacht. Ich sag dir mal ein Kollege, ne? Hier stehen vier Affen. Ja. Weißt du, was Affen machen? Die sind um deinem Körper drumherum. Zehnmal in einer Sekunde und reißen dir jedes Gliedmaß ab. Also die sind verrückt. Die machen ein bisschen U-O-A-A. Ja. Und weißt du was? Was ich sagte, du bist sänftigt. Ich hab ein Bananen-T-Shirt an. Mein Freund. Wenn ich das ausziehe, dann werden sie ganz wild. Ja. Weil wer klaut schon dem Affen die Banane? Also rück lieber raus mit der Sprache, Junge. Was, was ich jetzt mit dem Fischer zu tun habe? Gar nicht. Warte, Bicke, ich mach das. Das ist denn komplette Scheiße. Ja, ich mach das schon. Mach Bescheid, wenn ich jetzt die Shirt ausziehen soll. Na klar. Er hat recht. Also, pass auf. Ich hab mit Fischer da auch schon mit drüber gesprochen. Das ist kein Ding. Ich belehre dich. Das ist kein Ding, ne? Sexualkunde kann ich auf meine Art und Weise. Also, pass auf, ne? Wenn du mit jemandem im Bett liegst, so, ne? Ja. Was zum Teufel. Anzufolgen, so, ne? Oh, gut. Lassen wir mal so Handschellen und sowas aus dem Spiel, okay? Redet die Frau, Alter. Weißt du, auf der Straße ist es ähnlich, so. Und dann geht es da halt härter ab als bei normal Sterblichen. Verstehst du? Ja. Und du wirst dann quasi im ersten Moment den Druck an der Kehle spüren, ne? So weit, so gut. Das hast du vielleicht auch beim Sex, ne? Dann geht es aber weiter. Irgendwann, wenn deine Augen halt irgendwie willst anfangen zu drehen. Das ist richtig Abfuck. So, Augen fangen an zu brennen und den ganzen Scheiß, weil, ne? Fließt wie ein Wasserfall, so. Ja. Ja, dann kommt der eklige Teil. Dann wird es halt irgendwann anfangen, echt mega sauer zu schmecken. Was zum, was? Das dann richtig unentspannt. Was? Irgendwann wird es sich aber anfühlen, als würde jemand ein Streichholz anzünden mitten in der Brust. Das ist so der Moment, wo langsam Sauerstoff ausgeht, weißt du? Ja. Das Feuer wird immer weiter wachsen. Das Feuer wird dann deine Lungen anfangen zu füllen, deine Kehle. Das wird bis hinter deine Augen gehen. Irgendwann wird das Feuer dann anders schmerzhaft und wird sich so ein bisschen wie Eis anfühlen. Wie so kleine, spitze Eiszapfen, die sich in deine Nieren, in deine Zehen und in deine Arme stechen werden. Kannst du so Eiszapfen, die so runterhängen? Ja. Ja, ist gefährlich, sage ich dir. So, irgendwann wirst du so langsam anfangen, so Sterne zu sehen. Und irgendwann wirst du halt einfach nur nach Dunkelheit sehen, weißt du? Ja. Und das Letzte, was du fühlen wirst, wird die Kälte sein. Und das ist ungefähr so das, was du fühlen wirst, wenn du dich mit der Straße anlegen wirst. Verstehst du, Kollege? Ja. Also, könntest du jetzt bitte anfangen, deine verfickten Arschbacken zusammenkneifen und endlich mit der Sprache rausrücken? Was, ja, was meint ihr mit Sprache rausrücken? Wie gesagt, die Information, ich fragte aber... Kein Ding, so, du bist halt lernfähig, bei dir dauert es halt ein bisschen länger, ist ja kein Ding, so. Wir sind ja schon mal einen Step weiter, so Sopranos und Lost, ne? Du willst den Lost schützen, alles schön und gut, ne? So, dann waren wir beim Junkie-Park, erzähl da mal ein bisschen weiter. So, die haben dich eingeladen, ich höre. Ja, bei denen halt mal abzustellen, abzuhängen, wie auch immer, nach dem Dienst. Und hast du da auch solche dummen Fragen gestellt wie beim Lost? Ja. Was hast du denn da für dumme Fragen gestellt? Wem willst du denn da schützen? Äh, Herr Street-Worker. Ja, mit wem die halt... Bifarben... Was denn? Bifarben. Ja, Stress haben. Und du meinst, dass du schlau... Du musst kurz... ...und fragst einfach so, hey, was geht ab, Junkie-Park? Ich wollte nochmal fragen, mit wem habt ihr denn Bif? So, ich würde das gerne klären, ich würde euch da gerne helfen, ich bin Medic. Oder was soll das für ein Scheiß? Nein. Ja, was hast du denn dann gefragt? Ja, was geht ab? Wolltest du ein bisschen Drogen kaufen? Nein. Hast keine Drogen gekauft da? Nein. Hast schon mal richtig schlecht gelogen. Okay, weiter. Nächster Vorsitzende. Ich habe da niemals Drogen gekauft. Hey, BK, vielleicht solltest du dein T-Shirt schon mal so zur Hälfte... Soll ich schon mal ein bisschen hochziehen, oder was? Ja, zeig mir den Sixpack. Zeig mir das an. Ja, passt auf. Die sind schon wild, die Affen. Ja, ja. Ah, ganz leicht ist schon oben. Rückt lieber raus, Junge. Das wird wild. Ich habe niemals dort Drogen gekauft. Kollege. Soll ich das ehrlich ausziehen? Okay, BK, reißen, sonst wird mir schon warm. Dann wird es heiß hier. Kollege. Wenn ich beim zweiten Mal ansette, ziehe ich es wirklich aus. Ich habe dort wirklich niemals Drogen gekauft. Gut, glauben wir dir das mal. Auch wenn wir wissen, dass es nicht so ist. Was wolltest du vom Junkie-Park? Du bist da hingegangen und hast gesagt, du irgendwann mal... Hey, Jungs, was geht ab? Ich bin Mediziner. Mit wem habt ihr denn Beef? Oder wie soll ich mir das vorstellen? Oder wie macht das sonst, Streetworker? Nein. Ja? Ihr versteht das nicht. Doch, ich verstehe das. Mir fällt gerade mal ein, der Klingelton, ne? Ja, mir geht es auch um dein Leben. Aber dein Leben ist ja nicht verwertet, wenn ich mit dir fertig bin. Also rede endlich. Ansonsten puste ich dir deinen scheißlichen Scheiß-Kopf weg. Ich habe niemals andere an andere verraten. Huch. Du hast es eventuell halt gewarnt. Aber da auch nur, um Leben zu schützen. Und da auch nur, wenn der Streit aktiv war. Also nutzt du deine Informationen, die du von anderen bekommst, um andere zu schützen, ja? Ja. Ich glaube, ich baue dir gleich mal draußen ein Licht auf. Da kommt da so ein großes S am Himmel oder so. Es geht mir da echt um Menschenleben. Und nur das. Aber weißt du, um welches Leben du dich am meisten kümmern solltest? Um dein eigenes Bruder. Um eins. Und machst du das? Nein. Weil du Fragen stellst? An den falschen Orten? Bei den falschen Leuten? Nein, mache ich nicht. Verstehst du, was dir gerade abgeht? Ja. Boah, ich bin ganz aufgeregt. Wir kommen der Sache immer näher. Wahnsinn. Dass ich vielleicht, in meinen Augen, vielleicht zu viel helfen wollte. Vielleicht. Und den falschen Leuten in der Form, weil sie ihr Zeug alleine regeln. Du hast dich in solche Sachen nicht einzumischen. Ja. Du hast auch solche Sachen nicht zu fragen. Du bleibst den ganzen verschissenen Tag, Alter, in dem scheiß Krankenhaus. Oder fährst du mit deinem behinderten Krankenwagen hin und her. Und machst deine Lampe da oben an. Und hast deine Fresse zu halten. Und hast dich solche Dinge zu fragen. Ja. Und welchen Leuten wolltest du das Leben retten? Ja, den lässt du auf jeden Fall schon mal. Das hat er ja gesagt. Ja, klar. Das klingt ja nach mehreren so. Hau mal raus, Kollege. Also ich den Leuten, die sich korrekt über gerade auch Zivilisten unterhalten. Ja. Äh, verhalten. Okay. Das erzählt mir jetzt immer noch nicht, wem genau. Jetzt rückt damit raus. Niemand Spezielles. Wie gesagt. Ja, aber jetzt hör auf. Ey, wir waren so weit vorne. Ja, halt. Junkie, Junkie Park, 187er, 49er, hast du gesagt, die sich halten. Äh, hier fahren Cops, also, okay, die fahren weiter. Hier waren Cops, die sind kurz angehalten und jetzt fahren die weiter. Du musst aber aufpassen, ne? Aha. Wir sind zum Park, die sind müde alle. Willst du schlafen gehen? Nee, die gehen alle schlafen. Ich denke, dann hau ich mich auch gleich hin. Ja, wir haben ja gerade den aus dem Park geholt, ne? Abholen lassen. Das ist eine Ratte, mit dem sind wir gerade her. Okay. Willst du herkommen? Oh, wo seid ihr denn? Hast du eine Affenmaske? Äh, nee. Ich weiß nicht, ob wir hier noch irgendwo was haben. Ah, scheiße, ich hab keine Schlüsse mehr zum Guardian. Dann steil durch. Dann mich da einer besorgen und dann zu euch fahren. Du musst mir nur sagen, wie ich seid da. Dann besorg deinen und ruf nur mal an. Okay, mach ich. Bis gleich. Bis gleich. Ich hasse Vögel. Ich hasse Vögel. Ich würde am Vögel am liebsten jedes einzelne ihrer Glieder rausruppen und die Federn dahinterher. Und Vögel zwitschen immer zu viel. Sie fliegen ihn irgendwo hin, sammeln Informationen und reden darüber. Da habe ich keinen Bock drauf. Deswegen zwitschst du am Junkie-Puck ab. Hast du das verstanden? Ja. Gut. Damit du das merkst, ne? Du kriegst nochmal die hier. Mehr. Und damit du nicht mehr zum Junkie-Puck kommst, kannst du dem in den Fuß schießen. Ah. Ah. Gut, gut. Am Junkie-Puck wird nicht mehr geswitchert. Hast du das verstanden? Ja. Gut. Sonst werde ich, glaube ich, zum Mohr-Huhnjäger. Das war echt unbefriedigend. Ein gut gemeinter Rat, ne? Ich würde dieses Street-Worker-Ding lieber sein lassen auf der Straße. Ansonsten sehen wir uns bald wieder. Ach ja, und grüß den Lost, ne? Kuss, kuss, Bruder. Puh, der war das wild. Na klar. Wenn nicht der erste Denser wirkt. Äh, Jutz, dat ist mein Zeichen zum Abflug. Wir sind schon fertig. Du hast einfach kein Zeitglück, ne? Äh, ja. Wir kommen zum Park. Okay, ich auch. Bis gleich. Bis gleich. Wo ist Logan? Sitzt du hier? Hallo? Ist Logan dabei? Ich brauche nur hier. Habi-Book. Habi-Book. Ähm, ja, wir teilen von denen gleich nochmal, ne? Ja, alles gut. Machst du? War ne Mission. Oh mein Gott. Alter. Bro. Ja, wir kommen zum Park. Okay, okay, ciao. Schnell weg hier, schnell weg hier. Hau ab, hau ab, Mann. Da brennt alles. Da brennt alles. Warte mal, nicht, dass der Typ verreckt, ne? Der soll nicht verrecken. Soll der auch nicht. Ja, aber da brennt alles. Ja, aber da kenn ich doch nichts für. Ja, dann fahr nur mal zurück. Und dann? Ja, dann zieh ich den abweg. Wir kriegen den da nicht raus. Hä? Der liegt in der Ecke. Ja, ich bin doch kein... Hä? Junge, die haben auf Gasdinger geschossen und so das. Ja, dann sind die das schuld. Ich bin ja schon mal froh, dass die Information gestimmt hat. Der macht nur was. Also halt der quasi jetzt zugegeben, dass der Informationen gesammelt hat bei uns. Ja, weil er immer gegenseitig irgendwie andere Leute schützen will. Aber das ist doch dann Verrat. So, der hat sich schon selber widersprochen. Dann kann der ja froh sein, dass der nur einen Tritt bekommen hat und eine Kugel im Fuß. Ja, richtig. Die kann er sich ja gleich selber abbinden. Der ist ja mit der Zähne. Übrigens, was ist mit deiner Ex-Frau, Schoko? Kann man der vertrauen? Ja, ja. Die kriegt schon einiges mit, ne? 100 Prozent. Okay. Das ist meine Ex-Frau, damit die für uns spionieren kann. Hast du das gehört, Curtis? Der hat Schluss gemacht mit ihr, damit der spionieren kann. Er liebt sie eigentlich noch. Mila hat gerade angerufen, da sind Körpers bei uns rumgefallen und haben geguckt. Okay. Also, vielleicht sollten wir uns doch mal einstellen, dass sie uns in Hübs nehmen. Also, irgendwie tut der Typ mir leid. Aber das ist ein Ratte, was willst du machen? Ja. Ratte ist Ratte. Ja, selbst wenn er es unabsichtlich gemacht hat, ist es halt dumm. Also, man muss schon ein bisschen überlegen, ne? Und der ist Mediziner, der sollte schlau sein. Sonst ist es auch noch falsch. Und was hat er mit dem Lust zu tun? Boah, ich sehe schon 500 Drucker. Bei uns vor der Tür. Ach, scheiße, mein Auto steht nah am links. Egal. Bro, kommst du mal kurz mit? Ne, ne, alles gut. Was geht? Ah, der private Push. Camilla und Memo und Crazy und Cyrus und was ist noch? Kannst du den Zentorno herbringen? Und Tyrese und Mo war dabei. Der Zentorno steht draußen, kannst du benutzen. Und wer sitzt auf dem Fahrrad? Ich bin im Park. Ich weiß auch Tyrese, was geht. Was geht ab? Ich gebe nur ein Tyrese. Okay, nur unsere Leute. Komm mal mit. Wir hatten die letzten Tage so ein Typ hier stehen. Das ist so ein Mediziner mit grüner Hose. Keine Ahnung, ob ihr euch daran erinnert. So ein weißer, voll tätowiert. Sieht aus wie ein Rocker. Nur damit ihr Bescheid wisst. Der hat dir Informationen aus dem Park rausgesaugt. Das hat die Steffi uns gesagt. Der hat gerade einen Tritt in die Fresse bekommen und eine Kugel ins Bein. Nachdem er gestanden hat. Nachdem er gestanden hat, ne? Dass er ein Spitzel ist und so. Von wem? Was von wem? Spitzel von wem? Von allen. Von allen quasi. Der hat überall Informationen rausgesagt. Nein, das Beste verpasse ich immer, Homeboy. That's not cool. Ich wusste es. Ich kenne dich. Ach, Hase. Okay, ich wiederhole das nochmal. Wir hatten die letzten paar Tage hier so einen Rocker oder sowas. Der hatte immer eine grüne Hose an. Der hat gerade einen Schuss in den Fuß bekommen und einen Tritt vom Brustkorb oder so. Und eins sagt sieben hat er nie abgeholt und eingepackt. Für uns. Das war ein Spitzel, Bruder. Das war so ein Spitzel. Der hat die Infos rausgezogen. Angeblich für nur für sich selber, aber da fiel ganz oft das Wort Lust. Nur damit du Bescheid bist. Okay. Hase geht schon Pumpe holen. Ja, das wollte ich nur sagen. Okay. Also einfach. Was gestern dabei rausgekommen ist. Johnny, JFK sind zum Knast. Max, Milo sind draußen. Aber die müssen nur bis morgen Mittag sitzen. Die zwei. Okay. Okay. Geht nur noch. Na, Milo, bei dir ist doch noch was offen, ne? Hä? Du bist nur raus, weil die vergessen haben, deinen Haftbefehl zu schreiben, ne? Je. Aber die haben mir nichts gesagt. Also, dein Anwalt hat mir das gesagt. Telefon. Ja, lass ihn reden. Was ich damit nur sagen wollte, wenn ihr jemand steht, den ihr nicht kennt, ne? Außer die Ticker oder so. Achte darauf, was ihr sagt. Ja, auch bei den Tickern bitte drauf achten. Ja, bis denn, bis denn, bis denn achten. Timothy ist auch Ticker von uns und so, ne? Wir wissen ja, wer bei uns im engsten Kreis ist. Dann mit dir einfach. Und stell dich schon mal drauf ein, dass vielleicht, äh, ne paar Röcke jetzt sauer sind. Wenn der Typ für die gespitzelt hat und er das nur nicht zugegeben hat. Kann halt sein, ne? Sollten die hier auftauchen, fucken wir das komplette Ding da oben ab. Ja. Treten wir alles ein. Rein die Tür ein. Dann hol ich mal ein Pisswasser. Ich, ich geh mal zu. Aber ja, das ist halt das Ding. Da hat halt nicht so viel. Ja, könnte es. Ich war halt nicht gebastet. Weißt du, was die beiden gerade hier gesagt haben? Was denn, der? Die beiden vor. Der unterliegen. Was? Die kann halt Geschwätz sein, ne? So, ich weiß es halt nicht. Was denn? Pass auf, das, das, genau das, was ich dir gerade eben gesagt hab, dass in letzter Zeit sehr viele Informationen hier wieder an Leute gelangt sind, die nicht zu uns gehören, ne? Und die hatten sogar im Stadtpark schon gehört, dass jemand meinte, dass vielleicht Danju Informationen weiterträgt. Ich glaube nicht, dass Danju uns nicht zugegeben hat. Ja, ist ja egal. Aber, ne, deswegen, einfach nochmal aufpassen, bei wem wir was sagen. Ja, dann hängen wir den Danju auch auf. Ja, ja, aber das ist nur... Oh, ich hab meine Pumpe dabei. Ja, da hast du bei dem Tase dann. Ja, ja, wenn die beiden das schon mitbekommen, dann, äh... Warte mal, ist Hase noch bei den Six Dues? Ach, ist der Danju noch bei Six Dues? Ach, für ne Six Dues? Ja, dann kann ja, dann kann ja Hase, Teakil und so mitnehmen dafür. Ja, ja, ja. Dann klären die das mal und boxen mal ein bisschen aus dem Danju raus, was der rauskippt. Ja, ja, genau. So, hey, was ihr gleich machen könnt, genau. Hey, was ihr drei gleich machen könnt, ist dann, zieht euch einfach komplett anders an, zieht euch ne Maske an. Warte. Vielleicht was machen wir's quatschen. Mach mal einen Schritt. Bis dich. Mach dich vom AK. Also, zieht euch, zieht ihr drei euch gleich mal ganz anders an, maskiert euch und wenn ihr den Danju sieht, packt euch den mal ein und kratz mal so ein bisschen aus dem raus. Ja, aber bringt den nicht um, das kann ja sein, dass der nix rausgibt. Easy, du wirst reden, ich übernimm das mit Knarrenfressheiten, du musst reden. Du kannst da eh nicht den Mund halten, Hase. Du kannst reden nicht. Jungs, ihr solltet nicht kaputt schlagen oder abknallen, ne? Nur so rausfinden, ob der überhaupt was rausgibt. Der Hase redet nie. Ohne Reden. Warum, der Hase ist nochmal voll stolz auf seine Pommes. Ja, naja. Das ist der, der schickt mich dann halt vor, ist dann am Telefon. Jetzt hast du die Sachen, die wir da reingehen. Jetzt darf man eigentlich nicht. Also, pass auf, das Ding ist, ihr sollt dem nix tun, so. Wenn er auf einmal vor euch zugibt, so, dass der alles mögliche ausgeplappert hat bei den Cops, dann knallt er ab, juckt mich nicht. Ich sag auch so, unsere Ticker sollen nicht die ganze Zeit rumpelabern, dass die für den Junkiepark ticken, weil dann stehen die Cops bald hier. Deswegen, ne, fragt ihn nochmal vielleicht, ne? Tickst du für irgendwen, bla bla. Wenn er es zugibt, dann, und nur das zugibt, und sagt, fang, 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 fang. Glaubt dem, dann haut ihm auf die Fresse, gibt von zur Noten zu erkennen, dass, ne, Haze, dass du es bist, so. Jack, gib mir mal kurz ein Abländer, wie lange musst du JFK und Jonny sitzen, bis morgen nur, ne? Ja. Morgen 20 Uhr. Wenn der Vergleich so steht, dann 20 Stunden Haft. Okay. Ja, alles fair. Hinter uns. Bündow an der Wand, da hinten steht ein Taxi. Ich wollte wissen, ob ihr was Neues wisst. Die haben Haft bis morgen 20 Uhr. Sonst gibt es. Ich weiß jetzt nur von Jonny. Okay, ich versuche weiter rauszufinden. Danke dir, schön, dass du anrufst, was du rausgefunden hast. Warte mal, was, was, du jetzt wegen Janna kam bist, ne? Ja. Ja, ich versuche rauszufinden. Danke, Bruder, ruf mich an, ja. Ich rufe dich gleich nochmal, bis gleich. Alles klar, bis gleich. Jack, weißt du, was mit Janna kann sein, Strafe ist? Warte, Jonny ruft mich, habe ich gerade am Telefon, der sagt, kann sein, dass die länger sitzen, weil der Schatzanwalt ein Bastard ist. Okay, was steht zur Debatte? Ja. Ja, komm. Ich brauche Knifte noch, ne? Mhm. Abgenommen. Ich brauche. Ja, das war typisch. Ich brauche, ich brauche, Memo. Hase. Also bis 11 Uhr, da sind wir nicht da, ne? Hase. Das war mit 1,4 Sitzer, Klamotten, ne? Ja, ja. Ja. Wenn ihr Nachtschicht macht, ne? Ja. Dann pass mal auf, dass dir keinen Angler in die Quere kommt, ne? Ich weiß schon, ich weiß schon. Du weißt, was ich meine. Ja, der Önke, der hat mit mir geredet. Ich übernimm's nicht geworden, hier. Ja. Jo, korrekt. Was für'n Auto? Okay. Alright, ja, wenn du einen neuen Stand hast, sagst du Bescheid, ne? Sag mal knutschen im Clown-Saldo. Jetzt haben wir zahlt. Ja, okay. Okay. Küsse mich. Kommen die fliegen von dir? Äh, äh. Das macht mich schon ein bisschen... Hier zwei hübschen, ich verabschiede mich. Bo, Memo, wir wollten gerade ein bisschen zu zweit. Hätte ich einen Kuss von euch, warte. Einmal auf die Backe, jede von euch. Komm. Hm, hm. Leute, küsst du mich? Bitte nicht. Einmal. Hm, hm. Bitte. Hm, hm. Bitte. Hm, hm. Later, bro. Jedes Mal. Geil. Also hast du so geholt, ne, Mina? Nicht so viel babbeln. Nicht so viel babbeln. Ja, du bist jetzt... Sag das nur mal. Willst du schlafen gehen? Hm? Willst du higher? Ähm, ich weiß nicht. Findest du mich eigentlich cool, den Uniform? Ja, du bist richtig teiler. Du bist ein strammer Soldat, ne? Aha. Kannst du das heute anlassen? Okay. Geil. Geil. Kannst du das andere auch anlassen? Kannst du mein Footballhelm heute anziehen? Oh, ja. Ja, den Helm auch? 5-0, 5-0. Oh, oh. Aber nicht bei uns. Was? Nur mal. Footballhelm? Den Helm auch? Ja. Ja, den musst du aber anziehen. Okay. Sonst nix. Alles klar. Darf mir noch da mal... Jax. Naja. Irgendmal zu, Kollege. Ja. Hör auf, immer so viel zu babbeln, ne? Ja. Wenn du irgendwo am Stadtpark oder so bist. Ja. Das ist alles undercover Kickbox ein bisschen. Es sei denn, du willst ne Knifle fressen. Ne, ich will nicht. Na dann. Das einzige, was du machst, ist auflegen. Im Gag-Sing. Wenn du dich integrieren willst, musst du loyal sein. Yeah. Wenn du zum Park gehören willst. Verschizzeln. Verschizzeln, meine Nüsse? Aha. Du musst das fühlen, so wie Mila. Du musst das fühlen. Verinnerlichen. Fühlen. Fühlen. Ach, er hat zu dem Ding, was ich gerade zu Haste gesagt habe. Sollte kein unterschwellige Ding sein. Das Problem ist, wenn die auf den Nachtschicht gehen und einfach irgendwelche Leute ausrauben oder auf den Sack geben. Da gab es schon einige, die sich darüber beschwert haben im Support. Und die haben gesagt, die fühlen sich gepiesackt von uns. Und dann drücken die immer die F7-Pommes und gucken, ob da irgendwelche Gang-Mitglieder und so noch dabei sind. Und dann gibt es Ärger. Deshalb soll er da ein bisschen drauf achten, damit die Leute sich nicht angemacht fühlen oder whatever, Alter. Okay, aber wer ist... Wo gehst du hin? Äh, ich leg mich hin. Warum? Äh, was weiß ich. Gehst du Gameboy? Ja. Tschuldige. Wenn ich früher nach Hause komme, mache ich Verlinkung mit Gameboy. Okay. Aber ich verspricht nichts. Er holt dir das Linkkabel raus. Okay? Dann hol ich das Linkkabel raus. Okay. Okay? Alles klar. Willst du mich noch umarmen? Ich bin für Sex. Komm, ich will angeben. Ich will Ihnen zeigen, dass ich einen habe. Oh, guck mal, der könnte es alleine. Boah, der hat alleine. Let's gehen nach Hause, bitch. Nein, tut mir leid. Du weißt, ich meine das nicht so milder. Ja, wir sehen uns. Ich muss nur so tun, erzähle ich euch was zu sagen, okay? Ja, ich weiß. Du gehst jetzt sofort nach Hause. Wasch die Küche. Hey, ja, Sir. Und du machst Essen, bitte. Und wo kommen die andere Tyrese jetzt her? Von Leon, Haze. Okay. Danke für dich. Hallo? Hey, Tigerfinger. Ja? Diese Tyrese von dir, ne? Ja, was sind Tyrese? Welcher Tyrese von mir? Ja, hier ist ein Tyrese auf dem Fahrrad, der sagt, der kommt von Leo und Haze. Ist das Sergeant? Frag mal, ob der Sergeant heißt. Boah, Bruder. Wer ist der Sergeant? Der ist ein Juter. Tyrese, heißt du Sergeant? Ja, die nennen mich so. Okay, ja. Ja, ja, das ist ein Juter. Bist du sicher? Ja, ja. Und noch was, ne? Hast du dem TK und so Schlüsse vom Revolta gegeben? Ja, vom Revolta hat nur TK, aber der weiß, der nimmt den nicht. Das ist nur für, wenn ich mit dem unterwegs bin. Und keiner weiß, wo wir sind. Ich hab den schon gefragt. Der nimmt die Revolta nicht einfach so, dass nur für, wenn ich mit dem unterwegs bin, damit er auch einen Schlüssel hat, für falls er dann mal schnell ins Fahrrad rausspringen muss. Das war sicher. Das verstehe ich, aber die Revolta sind weg, Bruder. Okay. Ja, aber der war safe nicht. Ich hab den gestern schon gefragt, weil mir das gesagt wurde. Ja, dann musst du mal die suchen. Nur TK hat den, äh, hier, wer heißt der? Lio hat gar keinen. Und der Lio, der hat drei unangemeldete VSTR. Der braucht ihn nicht. Alles klar. Der war damals noch bei den 9-Trade. Der hat genug haben. Und baut keinen Scheiß, wenn der Nachtschicht macht. Nein, natürlich. Ich bin kein Zwischlach. Ich bin eine ruhige Persönlichkeit. Der sagt jetzt, ja. Ich hab immer gedacht, Jamal ist schlimm, aber du bist der Teufel. Das ist eine Lüge. Sagst du was nicht? Ich bin nicht der Teufel. Bis später. Bis später. Ich mag den Jacks nicht. Warum? Das ist ein guter Arbeiter. Das zuck, Mann. Junge, der darf mir schon zehnmal vor die Füße permanent. Ja, dann hau den mir in die Fresse. Mach ich auch gleich. Ja. Und Tyrese, was war das letzte Mal, dass du mich angerufen hast? Ich hab Klopapier besorgt. Kack mal Geld on. Kack mal Geld on, Digga. Kack mal Geld on? Ja, sicher. Bist du eine da rausgekommen aus dem Laden? Ich hab ein paar Bistwunden gehabt ansonsten, ne? Wie viel Klopapier konntest du ergattern? Ach, nicht viel. In der ganzen Palette nur. Eine Palette? Ja, ich hab mir hier so einen, kennst du, so einen Bollerwahn geschnuppt am BMX. Und dann bin ich damit abgehauen. Weißt du, was mir hinterhergerannt ist? Ja, was soll ich machen, ne? Warum häng ich immer nur mit den Dolen ab? Ey. Äh. Ich kann einen guten Preis machen, ne? Was willst du für eine Rolle? Also einen Trotten-Tausi? Tausend Dollar für eine Rolle Klopapier. Digga, das ist jetzt mehr wert als Gold. Der Kilo-Preis ist gestiegen. Aber warum? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Also morgen wollte ich mal gucken, dass ich mal ein bisschen Mehl besaust. Ich gebe dir einen Tausender für fünf Rollen. Was hast du im Einkauf bezahlt? Einen Dollar noch was. Ja klar, prozentuale Steigerung, ne? Du kriegst gleich Steigerung. Okay, weil du es bist, gebe ich dir vier Rollen für einen Tausend. Okay. Dann hol den Bollerwagen und stell das bei mir vor der Haustür ab. Ich hab den gut versteckt im Wald, den Bollerwagen. Ich hab sogar ne Plane drüber gemacht, damit ich das wieder. So ne Gilli-Plane? Ja, ja. Und? Junge. Fünflagig. Ja, dann besorg die. Fünflagig. Und sag mir Bescheid. Kamillegeruch. Mit fünflagig Kamillegeruch? Ja, ja. Das ist gute Shit. Das ist gut, das mag die Mehl. Ich ticke kein Gras, Alter, kannst du knicken. Ich ticke nur nur Klopapier. Und sich mehr. Okay. Dann stell bei mir ab, sag Bescheid. Ja, mach ich. Wie geht das nicht hin? Was denn? Ihr könnt doch kein Fahrrad fahren. Wehe, könnt ihr kein Fahrrad fahren. Kannst du es besser oder was? Was? Ich bin ex BME-Profi. BME-Profi. Spürst du das? Mach uns doch mal her. Zeig mal. Ja, Gunther vom Fahrrad. Ja, denn hier. Hier. Was soll ich machen? Alles. Bring den, ich mach die Verwahrstelle Mauer. Was? Ja, das kann ich auch. Bring mal in den Brunnen. Mach die Schordini. Mach Banni, ich hopp über Verwahrstelle. Über die Mauer? Ja. So viel zu hoch. Wer hat auf Unity eigentlich die Klopapierroute von Tyrese, Junge? Aber es ist ganz anders zu fahren, Alter, mit der neuen Tastatur. Ganz komisch. Was für ein Theater. Wie soll das denn gehen? Der ist so schläge gefunden, dass ich durchgekuckt habe. Ey, Kurtz, jetzt mach mal den Sprung über die Treppe da, wo wir wohnen. Boah, oh, nee. Besser nicht. Doch, doch. Doch, doch. M-m. Warum nicht? Wenn der Wind gut ist, dann bin ich richtig weg. Ja, mach, mach, mach. Das ist gefährlich. Komm, einmal für mich. Du hast keinen Helm dabei. Ey, Mann. Das gibt Ärger von dem Hausmeister her. Das gibt wirklich Ärger. Letztes Mal, weil der Wind so gut, da bin ich 50 Meter weit geflogen. Und zwar über die Bäume. Glaube ich nicht. Über die Bäume, sagst du? Mhm. Ich mach leicht. Willst du da hochkommen? Was, ich komm überall hoch. Sagst du? Hallo, liebes Unity-Team. Ha, diesmal ging gut. Das war gut. Okay. Das war ja noch im Rahmen. Ja, das war nichts Schlimmes. Der Wind ist auch nicht so gut. Zum Glück. Ich glaub, der Hausmeister hat auch immer schon ins Fenster gekriegt. Soll ich ein bisschen pusten? Boah, stinkt auf einmal von einem Schwamm hier. So, der Ding, ähm, weiß man schon mehr? Über? Nee, 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 nee. Also der Sergeant ist cool. Aber diesen Jax vertraue ich hier nicht. Weil der babbelt so viel. Und ich schau nicht. Du babbelst ein bisschen viel. Genau, du quatschst immer so viel. Also der wird weniger quatschen, wenn wir in den Kiefer brechen würden. Ja, stimmt dann. Oder wir stecken den in den Socke im Mund vom Quack. Junge, willst du mit Hepatitis A bis Z anstecken oder was? Obwohl so ein Treppel im Mund wäre auch mal was fein ist. Weiß man was über John, Karl? Nee, Johnny hält ihn schon lauf, ne? Hat der da... ...ne Telefon? Ja. Hat der Anwalt dem das Telefon reingeschmuckst? Weiß ich nicht. Ja. Wie geht's dem Fängnis? Ach, hör auf, Alter. Weißt du, wie es John erkannt gilt? Ja, dem geht's gut, aber da regt sich auf, ne? Ja, so wie du, ne? Was ist mit dem Staatsanwalt? Das Problem ist, wir wollen, also, die Richter entkräftigen das, was der Staatsanwalt sagt, ne? Mhm. Und der Typ läuft dann für einmal alle zwei Minuten weg und telefoniert dann. Dann kommt der wieder, dann sagen die halt nochmal, dann geht er wieder telefonieren. Also ist im Prinzip der Staatsanwalt der Wixer. Ja, aber voll, Alter. Was heißt der denn? Voll Lemöre. Äh, Le Mar oder so. Der, der geht hin und dann erkräftigen den, die, zum Teil, was der sagt, ne? Mhm. Und der ist komplett sturköpfig und sagt dann, ja, weitere 24 Stunden U-Haft bis morgen. Das ist so eine Scheiße. Aber wenn er jetzt maximal U-Haft zahlt. Ja, der kann wieder auf 24 Stunden, der kann wieder auf 24 Stunden erweitern. Ja, wenn du die Faxen dicker hast, dann kommen wir, ne? Dann mach ich das klar. Der Frank ist auf Abruf überwalt. Ja, warte noch ein bisschen. Mal gucken, was sich hier noch ergibt. Ja, heute soll ich sowieso nicht mehr. Guck mal auf den Tacho. Ja, ja. Aber warte noch, was sich hier ergibt. Mal gucken. Aber ich sag dem Frank wenigstens Bescheid, dass es dem gut geht. Dann geht's gut, nur der ist auf 180. Und aber dieser Staatsanwalt euch wieder U-Haft machen will. Der will wahrscheinlich wieder U-Haft machen. Obwohl die Richter sagen, nein. Ja, hier ist kein Richter. Aber du meinst gerade, die Richter entkräftigen das. Meine Anwälte oder die Anwälte entkräftigen das. Ist der Anwalt auch für Giannakan zuständig? Ja. Also vertritt euch alle drei. Ja. Aber der will. Und jetzt, wie jetzt kommt's. Erst dieses Mann, die wollen einen Vergleich machen, ne? Mhm. Was für alle drei dann gilt. Oder alle vier in dem Fall. Warum vier? Und dann sagt... Hä? Ah, für Frank auch? Ja, ja. Und dann, ne? Mhm. Sag doch, ja, ne, ich mach alle einzeln. Und mein Anwalt, der ist schon seit 12.30 Uhr auf, also dran, ne, an dem Fall. Guck mal, die lassen immer noch weiter. JFK ist ein anderer Traktzell, also anderen Trakt. Den lassen die gar nicht oberen. Warum verlegen die den nicht? Ja, weil die Gefahrenlage zu groß ist. Warum haben die Angst, dass ihr die Gitter durchbeißt? Brauchst aber zum Snacken. Ne, die haben Angst vor dem JFK. Die sind bekloppt. Wie, die haben Angst vor dem JFK? Warum das? Ja, ach, keine Ahnung, Alter. Frag mich nicht. Ich geh mal nochmal da hin. Gleich. Okay. Hallo? Ja, ganz schlechte Neuigkeiten, ne? Was denn? Der Anwalt ist für alle drei zuständig, ne, für John Akan. Ja. Für JFK und Johnny. Der ist seit 12 Uhr heute Morgen dabei. Ja. Das zu klären. und dieser Staatsanwalt knickt nicht ein. Le Mar. Der will die wieder 24 Stunden Uhr aufschicken. Weil die sich da nicht einig werden können. Le Mar oder Friedhoff? Le Mar. Der will die jetzt wieder 24 Stunden Uhr. Le Mar steht die ganze Zeit neben ihm und der antwortet ihm nicht. Ja, Johnny meinte, der redet zwei Minuten und dann holt er wieder ab. Dann ist der weg, dann kommt er wieder ab. Das kannst du mit den Menschen nicht machen. Das geht nicht. Anscheinend schon. Und, äh, John Akan geht's gut, aber der reißt da die ganze Zelle raus. Johnny ist direkt in den. Okay, alles klar. Ist doch nicht deren Ernst, der gar... Ich meine, ich kann's nur verstehen, ne? Wir sind Kriminelle und alles ist gut. Du wirst erwischt oder irgendwas. John hat mir erzählt, der ist seit 5,5 Stunden wach und nur hat nicht... Oder seit 4,5 Stunden wach und hat nicht einmal... Nicht ein einziges Mal durfte er aus der Zelle raus oder sonst irgendwas. Nur, die verlegen auch den JFK nicht zu denen, dass die drei so... Wenigstens nur miteinander quatschen können. Machen die nicht. Das ist so asozial. Und wieder 4,5 Stunden wach, ne, Bilder? Das ist doch nicht deren Ernst. Und die Mila ist nie rausbekommen, weil die kein, ähm... Ach, wie heißt das mal? Kein Haftbefehl für die gemacht haben. Noch nicht. Weil die das einfach verschenkt haben. Das ist komplett behindert. Ja. Das ist komplett behindert. Nein, okay, wenn du im Knast gehst, wenn du ein Kriminell bist, ist das okay. Das Risiko kennen wir. Aber... Ja, aber dann noch wissentlich. Dann sagen sie zu dir, du hast so und so viel Zeit und die sitzt du jetzt im Knast. Ja, genau. So. Und ich finde aber generell, dass... Ja, ich finde generell, dass es sehr eigenartig, dass es keine Mindest... Ja, keine Höchststrafe gibt. Dass du einfach mal irgendwo 2,5 Millionen kriegen kannst. Johnny ist auf jeden Fall Zellnachbar von Gianna Khan und Johnny meint gerade, Gianna Khan rastet richtig aus. Ja, nochmal, der fühlt sich komplett verarscht. Ja, du, verstehe ich voll. Ja, wie könnten wir die denn rausholen? Heute gar nicht. Ja, heute nicht mehr, aber... Ja, wir müssen morgen gucken, dass wir uns zusammensetzen und das irgendwie hinkriegen. Vielleicht... Vielleicht ein oder zwei anderen Gruppen das geben. Und dass wir denen dann dafür was geben. Verstehst du? Verstehst du das, was ich meine? Weil wenn wir an dem Ausbruch beteiligt sind, dann fällt es... Das macht keinen Sinn. Dann sind wir nur alle im Knast. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, aber Alter, wer soll das machen? Das ist... Die rennen nur Gangangs rum. Das sind alles Dinge, welche schießwürtigen in ihrer Hut? Ja. Wem würdest du das zutrauen? Weiß ich nicht. Darüber sollten wir morgen uns austauschen oder vielleicht jetzt. Weiß ich nicht. Wem würdest du es zutrauen? Könnte es. Also 1,8,7 ist heftig vernetzt in der Stadt. Und dieses heftig vernetzt in der Stadt... Weißt du, das kann dazu führen, dass du da jemanden auf den Weg rausbringst, der easy ist. Aber selbst die haben gesagt, ja, das ist kein Ding, da muss man halt aufmarschieren. Also die klagen so, als ob sie es schon gemacht hätten und das auch hinkriegen. Ja, aber das verdammte State Prison, ne? Die Mila hat mir erzählt, die haben da tausende von Türen und so. Wie wird so die ganzen... Fahr mal Richtung Knast, bitte, Juri. Diese ganzen Türen. Sicherheitssysteme. Kameras. Personal. Wir bräuchten einen Helikopter. Die haben ja nicht mal Freigang, ne? Die haben nicht mal Hofgang. Nicht mal mit einem Helikopter kriegst du die draus. Wo sollen wir einen Helikopter überhaupt herbekommen? Bist du nur am Telefon? Ja, ja, ich denke nach über das, was du sagst. Ja, wir müssten einen finden, den mir Geld geben können, der uns schlüsselt für die... Oder irgendeiner, der da arbeitet. Ja, den gibt es. Ich kenne jemanden, der diesen Schlüssel hat. Der meldet sich aber nicht. Das wäre es eigentlich, wenn ich den morgen erreiche mit dem Schlüssel. Weil dann gibt es Millionen von Möglichkeiten. Dann könntest du einfach auch mit zwei... Na klar, dann kannst du wieder Polizei einfach anziehen, dahingehend, ja, wir überstellen den. Der kommt ins PD. Und wenn der Typ dann die Türen da aufmacht, ne, mit dem Polizeibabend, das merkt keine Sau. Eben. Da müssen wir ja dran kommen, weil die Quote ist halt gering, dass wir den Typ mal rechnen. Wir müssen uns noch viel, viel mehr vernetzen. Wir brauchen solche Leute. Ja, ja. Wir brauchen Leute. Irgendeiner, der da im Knast arbeitet, muss nur Dreck am Stecken haben. Oh, oh, der Jax hat gerade zwei Leute angefangen. Welcher Jax? Ach, wir haben ja so ein Arbeitstier. Der hat chillt ein bisschen bei uns. Sein ehemaliger Name ist das aggressive Flöchen. Der hat gerade zwei Leute mit dem Fahrrad angefangen und jetzt kriegt er auf die Schnurze. Wer denn? Welcher Jax? Ja, Jax heißt der. Wie heißt der mit Nachnamen? Keine Ahnung. Ich kann schon mal einen Jax. Ist der neben dir? M-m, der fällt eben im Fahrrad rum. Ach so, okay, dass ich das nicht beschreiben kann. Den kennst du aber mit Sicherheit, der hat so ein Aller-Welt-Gesicht. Weißt du, seit mal von Null und so. Fahr mal zu ihm kurz. Warte, Jax, komm mal her. Frag ihm noch, wenn man in einem Club in Hamburg aufgelegt hat, von einem Frank. Jax, hast du mal in einem Club in Hamburg aufgelegt bei einem Frank? Nee. Der sagt nee. Amok habe ich nicht. Alter, glaube ich nicht. Schade, ich dachte, den kenne ich, ja. Doof gelaufen für ihn. Der Vollidiotik. Der ist so dumm wie ein Baum, Alter. Ich habe einen geklatscht bekommen. Sag was? Jetzt hat er einen geklatscht bekommen. Ich bin gestolpert bei der Schüte. Ja, vom Jack, weil der hier die Leute mit dem Fahrrad am Pferd. Ja, das finde ich gut. Ja, wir müssen uns mehr vernetzen. Das stimmt viel, viel mehr. Bist du morgen da? Na klar. Dann lass uns doch verabreden für eine Uhrzeit. 19 Uhr, wir beide hier treffen und reden. Was ich auch nur anmerken will, es kann sein, dass wir jetzt richtig Stress mit Lost in Old haben oder so, ne? Oder mit Untenlust. Nee, das stimmt alles nicht. Ich habe ganz viele Infos. Nee, nee, pass auf. Wir haben hier so einen Typ gehabt, einen Mediziner. Ja. Der hat immer so eine grüne Hose angehabt. Ich habe keine Ahnung, wie der jetzt heißt. Ja. Ähm, der hat hier rumgespitzelt. Der hat hier Infos versucht zu besorgen aus dem Park. Ja. Und der ist aufgeflogen. Der hat gerade eine Weitseite bekommen. Ja, und von wem war der? Der sagt für sich selber. Aber er hat auch gesagt, dass er den Lost schützen will. Welchen? Hm. Kann sein, dass die jemanden in die Stadt geschickt haben. Also die Stadt, die Stadt Lost, wenn sind das die, die nicht koscher sind? Ich glaube, die sind beide nicht koscher. Mhm. Aber ich meine, mit denen wir gerade immer so Konflikte haben, das scheinen die unten zu sein. Nur Stress. Jeden Tag Stress. Ja, am Ende ist gar nichts. Ja, dann lass uns morgen treffen. So um 19, 19.30 Uhr. Was sollst du erfahren? Um 19.30 Uhr klingt gut. Ja, okay. Ich sag den anderen auch schon Bescheid. Ja, okay. Dann bist du morgen. Bis morgen. Hau rein, Diggi. Hau rein. Gar nicht. Werf die weg auf die neue. Watt. Am Arsch komm ich mit jetzt mal neuer, Alter. Ja, natürlich. Nee, warte mal kurz. Ey, im Hof geht's. Warte, warte. Warte, warte. Warte, warte. Wo hast du das Schocker her? Ich soll dich vom Klaus-Wand-Tankstelle grüßen. Von wem? Vom Klaus-Wand-Tankstelle. Der sagt, der kennt dich. Komm, wir sind im Krankenhaus, ne? Klaus, keine Ahnung. Hier, das ist von dem. Soll ich dir geben? Oh. Das ist mir mit seinen Ziegel. Hast du bestellt. Ja, aber hat er mir drei Pakete gegeben. Wo ist Danju? Der kommt jetzt vorbei. Achso, hör zu. Hör zu. Danju kommt jetzt gleich vorbei. Haze kommt mit zwei Vsdr. Und dann packen die den ein. Also keine Faxen machen. Okay. Ich hab gerade nur mit Joni gequatscht. Wer wird denn getoppt? Danju. Danju, Tickerworn. Ich hab gerade nur mit Joni gequatscht. Die kriegen jetzt wahrscheinlich wieder 24 Stunden, wo oft. Ja. Und wir sollen jetzt mal ein bisschen überlegen, falls das eskaliert, dass wir die Leute da rausholen. Und wie, am besten. Ja. Und der Frank meinte vielleicht nicht Lust in Nord, sondern hier Lust in der Stadt. Die sind nicht koscher. Wegen dem Spitzeltyp, ne? Ich ruf nur bei Mb an. Überall irgendwo der Typ. Was? War der jetzt nur bei uns oder war der... Ja, der war schon sehr oft irgendwo. Überall. Was ist jetzt mit, ähm... Ich muss Logan nur anquatschen, ne? Was geben wir denen? Zehn? Hm. Zehn? Zehn? Ja. Zehn ist zu wenig, ne? Guck mal, die Alte hatte Spaß von denen. Was hat die überhaupt da gequatscht von wegen Fesseln und so'n Scheiß, Alter? Ich weiß nicht. Und irgendwas mit... Ich dachte, die erklärt, wie die Throne sich anfühlt, aber... Ach du Scheiß. Am Ende irgendwie nicht mehr. Wild. Die steht auf Fesselspieler, hast du die gehört? Mhm. Das Feuer in deiner Lunge. Bruder, wie sollen wir die aus dem State Prison rausbekommen? Wir brauchen niemanden, der da arbeitet, der Dreck am Stecken hat. Den wir entweder bezahlen können. Der Frank meinte auch, wir machen das nicht, ne? Wir müssen jemanden anders dahin schicken. Ja, okay, und wen? Ja, Bruder, wem traust du das zu von diesen ganzen Kanz? Ja, gar keinem. Ja, die ist. Ja, ja, die ist. Nee. Hä? Junge, die sind mit dem Kopf durch die Wand. Ja, deswegen. Ja, okay, ja, ja. Ich mach da Praktikum. Ja, Onkel. Die sind so wie Hayes und ich und keine Ahnung. Also, die wollten da Can nicht wie die Kaution bezahlen, macht er nicht. Was, was, was? Ähm, die wollten da Can ne Kaution bezahlen, macht er aber nicht von Can 230.000 oder so. Macht er nicht, aber der telefoniert gerade auch selber mit Frank, glaube ich. Ähm, dann wird mir der Vorschlag gemacht, weil alle einzeln sind, weißt du? Das hat der vorhin gesagt. Ähm, wird mir der Vorschlag gemacht, dass ich 100.000 bezahle oder die 100.000 werden halt umgerechnet in 20 Stunden und muss die dann absitzen. Also eigentlich 100.000 und 8 Stunden, aber die 8 Stunden hat er schon angerechnet an die U-Haft. Und da ich die 100.000 nicht zahlen will, muss ich dann 20 Stunden jetzt noch weiterhieren. Was ist mit JFK das Gleiche bei dem? Tja. JFK sitzt die ganze Zeit im anderen Zellentrakt und keiner ist zu dem hingegangen. Weil jetzt gerade irgendwie eine Gefahrenlage hier schon wieder ist und die müssen alle nach vorne. Das heißt, er weiß von nichts, sitzt da alleine und wartet und wartet und wartet. Aber warum quatschen die denn nun mal durch? Warum holen die nicht JFK auch noch dazu? Weil die Behindert im Kopf sind. Die sind doof, die sind doof, 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 doof. Doof. Die sind doof. Was sind die? Doof. Doof, doof. Doof. Einfach doof. Du sagst, wir könnten die 100.000 für dich zahlen, aber da ist JFK noch drin. Das ist halt ein bisschen dumm, ne? Ja. Da muss man jetzt warten, bis diese Gefahrenzone sich beruhigt hat. Dann gehen die wahrscheinlich zu den Minumgebenden halt auch diesen Vorschlag. Aber das sind 200.000 Dollar. Ja, genau. Aber das ist kein Problem. Von mir aus bleib ich hier drin, die bis morgen guckt mich nicht. Wir haben nur ein ganz anderes Problem. Was denn? So wie ich gerade erfahren habe, es kann sein, dass Danju Infos rausgibt, ne? Echt? Hm. Aber der Hase kümmert sich jetzt drum. Das Ding ist... Der... 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 Timosie. Der hat gesagt, sei vorsichtig mit dem. Ja, der Hase packt sich den gleich und dann gucken die mal. Aber ich glaube nicht, dass Danju uns verhält. Also ich kann das eigentlich auch nicht glauben. Weil wir ihn ja auch von... Früher halt von... Von Scholo aus kennen, ne? Ja, wenn wir ja sehen, Hase kümmert sich drum. Und Danju ist ja nicht mehr bei Six Do's, also geht Hase mit seinen zwei Leuten. Ich habe Hase auch angekotcht wegen dem Revolter. Der sagt, der hat die nicht mehr geschleudert. Und seine Leute haben auch keinen Schlüssel aus der TKI ein, aber nur, wenn er kurz einspringen muss, weißt du? Und der will die niemals anpacken. Aber John ist schon dran, um zu rauszufinden, wo die sind. Der hat ja Kontakte. Boah, das ist schon wieder alles jetzt, wo ich nicht da bin, ne, Alter. Ich könnte ausrasten. Warum? Wie klein ist er doch? Ich habe viel gelernt. Mittlerweile bin ich frutiniert. Ja, Jack ist da auch noch da. Jamar ist kurz aufgestanden und Schwester gegeben ist, wo er hin gegangen ist. Ja, hör auf mit Jack und Jamar. Die sind manchmal auch Pappnasen, Alter. Nein, ich habe viel gelernt schon. Ich kläre das. Versuche schon den ganzen Tag MB zu erreichen, aber der geht nicht mit dem Telefon. Bei denen im Törf ist auch nichts los. Boah, JFK tut mir einfach so leid, ne? Ja, Bruder, was soll ich machen? Ich würde ja sagen, der soll, ja. Einerseits, wir sind kriminell, ne? Wir gehören ins Gefängnis. Ja, sag ich ja nicht. Aber das ist halt so, ich sage mit Anführungszeichen, unmenschlich. Wenn sich keiner um ihn kümmert. Kein Dings. Kein Hofgang. Kein Nichts. Gar nichts. Null. Komplett isolationshaft. Da bist du doch durch. Dabei ist er eigentlich der harmloseste von uns. Der Haar. Du will mir voll leid, Alter. Ja, die Mela hat schon weit geschaut, ne? Ja. Ja, die ist komplett durch. Was macht die? Ja, die taucht ja auf mit Schminke und redet so, yo, for shizze, Mama, what's up? Und so. Weil die sich da irgendeine Clique angeschlossen hat im Knast. Die Roben? Nein, nicht die Roben. Deren Erzfallende. Die Insane Clown Posse. Hä. Sie hat komplett einander eine Klatsche. Aber gefällt mir. Der Walter ist da getroffen. Und? Was sagt der Cousin? Der hat mir alles geklärt. Ich lebe hier wie die Mate im Speck. Hat der immer noch so Probleme, wenn er einen harten Schwanz kriegt? Wird der nur noch schwindelig? Ja, 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 ja. Der fällt doch manchmal vor der Toilette jetzt mittlerweile beim Kacken. Der wird ohmächtig. Hat er immer nur diese Glatze mit dem Zopfhinden? Ja, 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 ja. Walter ist das beste Mal. Manchmal, ich rufe so, Tau, 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 Tau. Weißt du noch, wo wir beide mal nur gesagt haben, was machst du hier mit der so Buchsen-Trollen? Buchsen-Trollen. Ich würde an einer Stelle dann aus Solidarität im Knast bleiben, bis Rappke rauskommt. Ja, ich habe kein Problem damit. Weil wir sind komplett pleite, ne? Was zum Teufel ist denn hier los? Nein, das bin ich. Jack hat, glaube ich, 100.000 noch. Ich glaube, der Bademeister müsste auch noch um die 50.000 haben. Ja, Schoko hat auch noch 100.000 und so. Ich habe 30.000. Ja, ich habe auch noch 30.000, 40.000, so ist das nicht, aber ich bleibe jetzt einfach hier. Hase kam gerade, glaube ich. Die haben den Dunjo jetzt mitgenommen. Du kannst den Dunjo ruhig mitgeben. Dass der froh sein kann, dass ich gerade im Knast bin. Wenn ich rauskomme, suche ich den und dann... Ach, glaub mir, Alter, ich nehme den Balthasar mit und nehme dem Balthasar einen Zopf und haue den da in den Arsch. Nikladir, rabbetalunkum! Das sage ich dir, Alter. Mach richtig. Nikladir, rabbetalunkum! Sag ich doch. Hase. Ja, du schaffst das schon. Ja, ja, ich schließe das hin. Sei stark. Oder wie sagt man? Power to the people. Sei stark. Jetzt. Bis später. Komm rein. Ah, doch, das ist so nötig. Du hast alles verpasst. Warum ich habe es gesehen? Aber habe ich nicht gehört, wie am Telefon. Hast du gesehen, wie der zu hinterher gelaufen ist? Naja. Sind wir unter uns? Sind wir? Ja. Das ist doch Cyrus, oder? Der ist zu spät, ey, ja. Jut, 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 jut. Also der Johnny meinte gerade, dass Timothy schon gesagt hat, wir müssen auf Dunjoe passen, ne? Ja, aber der hat auch eine schlechte Vorgeschichte mit den ganzen Leuten von Six Dues. Ja, der Hase macht das schon. Der Hase mag gerade richtig. Also ich bin ehrlich, ich will die Hase mich einpacken, ich will mir eine Hose scheißen. Ich stehe hier mit der Hase, der Hase kommt extra auf uns zu, so, muss authentisch aussehen, muss authentisch aussehen. Ja, der war schon wieder in der Frittenbude. Hab ich gerochen. Hat Jut gerochen. War der am rumschreien, wie so ein Geisteskrankten. So, Johnny Bate, die haben jetzt eine Einigung gefunden, entweder 100.000 oder 20 Stunden, Johnny Bate am Morgen wieder frei, aber JFK ist komplett Isolationssucht. Die haben Angst vor dem oder so. Hat der die angespuckt? Warum hat John da vorne schon wieder zwei Meter? Wir haben gestern versucht, eine Geise nachzumachen, bis... Nee, im Kino wieder... Nein, bis irgendwelche Leute genau vor dem Ort, Leute hopsen wollten, da wollte sich jemand nicht hopsen lassen, dann hat da irgendwer rumgeknallt und dann kam Kops. Lass mich raten, er ist jetzt mal rumgeknallt. Wurde alles bestimmt. Nein, nein. John und Johnny haben rumgeknallt, weil die Alte war am Telefonieren. John sagt, dick auf, die sagt so, ich werde hier gerade überfallen. Kommst du mal bitte vorbei, mein Schatz. Und wir haben einen Spitzel entdeckt, ne? Ja, hier hat so einen Medic abgehangen, der die ganze Zeit dadurch zugegeben, dass er gespitzelt hat. Warst du so eine Glatze oder hatte der einen Cap auf? Ja, so ein weißer mit so einer... Achso, ja. So ein klein weißer mit so Tattoos. Ja, ja, den kenne ich. Die Missgestalt, die mir 9.000 Dollar im Krankenhaus abgezweigt hat, oder was? Keine Ahnung. Ich habe dann Logan von 1-8-7 anrufen, die haben den geholt. Die haben den ein bisschen ausgequetscht. Dann sind wir dahin, hat den Tritt vom Brustkorb bekommen, eine Kugel im Fuß. Aber der ist irgendwie assoziiert mit irgendeinem Lustschöpter. Also kann sein, dass die hier morgen angekommen sind mit ihren Fahrrädern. Ja, absolut keine Dings mehr. Die Leute, der Stress sucht und Stress haben will, so kommen. Was passiert? Ja. Du musst mir meine Perle angucken. Die hat komplett einen Haftschaden. Die redet so, schiss in meinen Nizzeln und sowas. Ich drehe langsam durch. Sag mal, stand da jemand auf der Matte? Wo? Hier, stand da Folter auf der Matte oder so. Oder die... Die Boy-Band meinst du? Oder die mit der Weiß-Gran. Rancho, Rancho. Da waren die wieder hier. Nur einmal nur. Aber ich glaube, du hast geklärt. Johnny hatte nur mal den gequatscht. Und der meinte zu Johnny, ja, wenn du mir versprichst, dass er das nicht war hat. Ja, nee, da war ich dabei. Ich habe die ja umgeschossen. Ja, ich weiß. Achso. Nein, die waren nicht nur mal hier. Ah, gut. Aber die Addis haben die Gras holt jetzt. Ja, habe ich mitbekommen. Und ich versuche, den ganzen Tag Growth zu erreichen. Keiner geht dran. Ja, jetzt geht das. Dann sind wir finanziell ein bisschen abgesicherter. Was sagt denn die Kasse? Wir sind komplett pleite. Also nicht komplett, aber... Wir haben jetzt einen Deal am Laufen. 400... Nee, 200.000. 400.000. Für zwei Funkgeräte. Da warten wir noch. Und ansonsten wir eine Platte. Also Johnny hat gerade angerufen... Kann ich reden? Dodo. Johnny hat gerade angerufen und gefragt, ob der Lost heute bei uns vorbekommen ist. Weil irgend so ein Mephisto hat ihn angerufen. Was für's bist du, Alter? Ja. Keine Ahnung, wer das ist oder was die wollen. Ja, wegen... Hä? Du weißt genau, warum. Wegen ihr oder was? Ja, wegen dem Typen bestimmt. Ja, der hat heute da angerufen. Das heißt jetzt nicht in der letzten Stunde. Und wie früh denn? Weiß ich nicht. Oh, hey, es ruft dann. Und, was geschmeckt? Dunjo liegt auf dem Boden. Was soll ich machen? Dunjo liegt verletzt auf dem Boden. Mo, kommen Sie mal auf den Meter, bitte. Na, gerne doch, Junge. Ihr fragt doch mal, wenn der für den Junkie-Puck tickt, ne? Oder der soll mal was über den Junkie-Puck erzählen. Das ist so fies, ne? Ich sag ihm grad, er soll fragen, ne? Weil er vom Junkie... Ich leg kurz auf. Das hättet ihr mitbekommen müssen am Telefon. Ich sag ihm zu ihm, von wegen, frag ihn mal, ne? Wegen Junkie-Puck so ein bisschen aus. Und dann sagt er so, Hey, Digger, komm mal kurz. Verschnellt er seine Stimme? Ja, aber so richtig. Der ist wieder richtig gefilmt. Hey, ich bin der Haze. Hey, Digger, komm mal kurz. Schatz, seid ihr müde? Meine Hobbes sind Portefotos. Auch Trix, danke schön für den Horst. Nicht gesehen, wo der vorliegt. Und Wizard, danke schön für den Gifted Zap. Und Taralon, danke schön für den Primestop. Und Hatsuk, Kulm. Und Dondirop, danke schön für den Gifted Zap. Und Pablo Escobar. Und OG, danke schön für den Reset. Damit es authentischer wirkt, willst du mal nicht diesen Dunjo anrufen? Ey, Digger, alles los mit dir? Die werden sich ja gleich zu erkennen geben. Was ist denn mit den Yardies, Mann? Der hat mich angerufen, der wollte wissen, was los ist. Aber ist ja nichts mehr, hat sich ja geklärt. Ja, wo ist die Grove? Ja, das weiß ich nicht. Hast du mal NB angerufen? Ja, ich habe dir bestimmt 10 Mal Leute angerufen. Ja, dann... Nach 10 Mal wird es aufdringlich. Also es reicht jetzt. Nur das ist wichtig zu erfahren. Im Endeffekt ist es ja für uns egal. Captain Neonis, danke schön für den Primestop. Wenn wir beiden nichts abdrücken müssen, bei beiden können wir einfach weiter dort arbeiten. Aber wir müssen das doch trotzdem abklären. Weil das sind nur Geschäftspartner. Ey, es ruft wieder an. Ja. Ja. Aber das waren viele Autos gerade, ne? Hi. Okay, er hat nur ein paar... Also für euch, er hat nur gerade ein paar Namen gesagt, so wäre hier so ein bisschen chillt. Ein Onkel, ein Jeff, ein Ben und ein Curtis. Und dann meinte Chase nur so, er will keinen Familienstand wissen, sondern den Namen. Er sagt, ja, ja, der heißt Onkel, der heißt Onkel. Also im Endeffekt ist der... Ich glaube, der ist, ne, sauber so. Aber dann mache ich ihm halt die Ansage von wegen. Der soll nicht rum erzählen, dass er für Junkie-Praktik... Also gibt dich rüst zu erkennen. Mach's, danke schön für den Primestop empfiehlt, Bruder. Sküsch, sküsch. Ja, er gibt es zu erkennen und du hast es auch. Der checkt doch hier nichts, der ist doch bitte dicht. Gut. Wir können mal vorhin zu Jeff gehen. Dann können wir fragen, ob er schon Dings geholt hat bei 187. Okay. Wenn nicht, kannst du ja mal Logan anrufen, ob die was da haben. Dann schicken wir jemanden vorbei. Und mach Steffi Danke sagen, ne? Hab ich gerade schon. Äh, guck mal. Ich hab eben Steffi zur Seite gezogen. Meinst du, Steffi, ich wollte mal Danke sagen? Na, jetzt kommt der, es ist blöd. Äh, ich war bei Logan und hab abgegeben, ne? Was hast du? Ich war bei Logan und hab abgegeben. Ja, lass mich dem 20k geben. Wir haben 10 grad gegeben. Ach, hast du schon gegeben. Jeff war ja grad hinten. Du hast dem Nummer 10.000 extra gegeben. Ja. Stopp. Ja, ich frag trotzdem. John ist das? Ja, ja. Ja, komm mal kurz vor den Logan. Klingelt schon? Ja, ja. Ja, das ist ja. Merhaba. Merhaba. Hast du den Umschlag noch bekommen? Ja, hab ich gekriegt. Dankeschön. Zufrieden oder Mer? Hätte aber nicht sein müssen. Alles gut, Digga. Ich hätte es auch umsonst gemacht. Hat hätte echt Spaß gemacht. Nö, aber... Ja, ihr habt ja auch ein bisschen was gefallen, ne? Ja, schon, aber ich hab halt den ersten Streetburger hier kennengelernt. So, was ich meine. Also... War schon... Das ist so funny, ja. Ich hab irgendwie die Befürchtung, dass irgendein Rocker-Club jetzt hier auftauchen wird. Einen Rocker-Club? Ja, der hat doch gesagt, der hat... Ja, das kann natürlich sein. ...der würde die beschützen oder so. Ja, ja. Was weiß ich. Das ist echt ne Niete. Aber die Rocker haben nur momentan eh Probleme. Mit dem Kieze, nicht? Ja, aber nicht der Nord-Chapter. Ich glaub, der ist in der Stadt. Wir wissen ja auch nicht, von wo. Hat der gesagt, von welchem Chapter der kommt? Äh, ich meine aus der City, der. Hier muss alles reingestampft werden, ne? Ohne Witz. Ja, ja. Ja, normalerweise schon. Eigentlich müssten wir da hinfallen, dass die uns einen Spitzel schicken und den ganzen Club abfackeln. Die machen doch Moonschein oder so, Alter. Müsst du gut brennen. Aber wenn du zufrieden damit bist... Nö, ich bin zufrieden. Alles cool, Mann. Wenn ihr irgendwas habt und so, könnt ihr Bescheid sagen, ne? Wenn's um solche Sachen geht. Alles klar, weiß ich Bescheid. Ach, Alter. Peace, Mann. Peace. Ja, ist alles okay. Okay. Der hätte das auch umsonst gemacht, weil es so am Sahn war. Und weil die auch Infos bezogen haben jetzt, ne? Ja, ist ja egal. Und der hat gerade gesagt, das ist der Lust mit dem Kiez auch. Also der City-Lust. Ja, das hat ja Coco oder Kendall eben erzählt. Da war doch irgendwas. Wegen der... Weil die irgendeine entführt haben von denen oder so? Keine Ahnung, was die machen. Ja. Der konnte so viele Informationen durch mein Gehirn gerattert. Ja, ja. Ich hab ihm Steffi zur Seite gezogen. Meinst du, ja, Steffi, ich wollte mal Danke sagen für alles so, ne? Dann meinte ich so, ja, kein Problem. Dann meinte ich so, ja, ähm... Wenn wir dich wegschicken bei irgendwelchen Sachen so, nimm das dich böse. Die so nennen ja alles cool, verstehe ich. Und dann meinte ich so, ja, und wenn du Jeff immer im Innersten noch liebst, so, dann verstehe ich das. Und ich danke dafür, dass ihr euch opfert oder so. Und wer sind denn die zwei jetzt dahinter der Mauer? Die gerade da standen, der mit der blauen Hose? Die mich hinlegen, ne? Schlaf gut. Ich kriege mich auf einmal am Camboy dran. Ja. Ich packe mein Linkkabel aus. Ja, die Mila, du musst dich mit Mila verlinken. Darf ich das? Der war mir nicht. Er sagt, dass du eine Chance gegen mich. Hast du mal deinen Schwanz angeguckt? Digga, ich hab so eine Plausel, die hab ich schon seit Wochen nicht mehr gesehen. Egal, du hol dir so einen Handspiegel. Der Problem ist, Alter, wenn du einen dicken Bauch hast und einen kleinen Schwanz, siehst du den selten. Das ist nicht schlimm. Wer sind die zwei, die gerade da standen in der Mauer? Einer mit der blauen Hose ist Tyrese, Kollege von Haze. Sergeant, also no, woher der kommt. Der Hase meint aber, der ist okay. Ja, war der nicht bei den Yardis? Keine Ahnung, aber wenn... Was? Was? Wenn Hase sagt, der ist okay und der macht Faxen, ist Hase dafür zuständig. Ja, ja, genau. Und der andere mit dem gelben T-Shirt war von Yardis. Oder ist von den Yardis. Ach, das ist der... Wie heißt der? Logan, Logan heißt der. Gut. Mit nahm bin ich echt schlecht. Gut, gut, gut. Dann kommen wir nach vorn. Lefi ist glücklich. Die reingekommen haben eine Ausweiskontrolle gemacht. Ach so. Wer hat eine Ausweiskontrolle gemacht? Ja, hier, dieses FAV, was ich jetzt hier habe, progestern Nacht. Ja, die haben uns auf jeden Fall auf dem Kicker. Ich habe keinen Ausweis. Ja, ich habe nur gerade zu Finn gesagt, dass wir ein bisschen aufpassen müssen, nachts. Ja, ich weiß doch, warum die uns auf dem Kicker haben. Wegen diesen Foldern, die lutschen so den Schwanz in den Kopf. Die sind ja auch... Die Hälfte ist auch mit Kopf zusammen. Ich schwöre bei Gott, höre ich noch einmal diesen Namen Folder. Fick ich deren Pferd-Wrench. Folder. Nämlich gestern, da ist auch irgendwie eine Olle bei dem Comedy Club, bei der Entführung. Da war auch irgendwas mit der Schwester von einem Folder oder so. Bei... An diesem Tisch hier, ne? Die haben eh keine Eier. Die machen eh nichts. Wenn die kommen, wenn die einmal herkommen. Machen nix. Und einmal hier vorbeifahren. Dann mache ich Lasagne. Das ist der Karte sauer. Dann lasse ich jeden von der Leine. Ist mir scheißegal. Ja. Ich würde eigentlich gerne die Rancher-Leute besuchen. Warum das so geklärt hat? Das ist geklärt. Ja. Ne, irgendwie nicht, ne? Wer sagt er? Hast du das geklärt heute, Jack? Ne, ne, ne. Ist nicht geklärt. Wie? Nein, es geht nicht um die Pilze. Ja, ja. Es geht darum, dass wir bei uns hier geschossen haben. Ja, 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 ja. Das ist geklärt. Das ist geklärt, aber... Wem juckt denn Pilze? Scheiß mal auf die Pilze. Also euch, ja, aber... Bin ich. Wer kippt von euch? Ich. Ich. Ich nehme alles. Auch Koks. Ja, ich habe nur einen Joint. Ich vertrage das Zeug nicht. Ja, nimm dem. Gib dem das. Der ist jetzt nötig. Geil. 450 Dollar. Hab ich nicht. Den Namen. Diese dreckigen Pisserl, ne? Wer denn? Ja, diese Folder-Dinger da. Legt dich nicht auf. Ganz ruhig. Ja, äh, die haben grad nix. Wer hat nix? Äh... Ja, was war mit den Pilzen jetzt? Diese United-Typen und die Rancho-Typen, die können sich nicht einigen auf den Preis? Naja, anscheinend haben die Rancho-Typen ein bisschen mehr zu sagen als die United-Typen. Und die meinten jetzt, die wollen das günstiger machen und die meinten jetzt, die wollen das günstiger machen. Wer will das günstiger machen? Rancho. Für Straße günstiger. Wie heißt die Gang da? B-U-M? B-U-M. 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 Die meinten aber, dass die United uns einen teureren Preis sagen soll, was die auf der Straße verkauft, dass wir den quasi für einen teureren Preis verkaufen als normal auf der Straße. Damit die Leute eigentlich zu B-U-M und zu B-U-M gehen. Ja, alles klar, Junge. Ja, warum sollten wir das machen? Nee, das machen die ja jetzt schon, ne? Jack, die verkaufen das für 400 und wir verkaufen das für 450. Ja, aber wir sind wie Burma, wenn die das zu teuer machen und scheißen mit Pilzen, sollen die nur da kaufen. Aber soll ich dir was sagen? Die kriegen keinen Cannabis. Die können nicht auf die Route. Ja. Ganz einfach. Ja. Aber trotzdem werden wir Pilze für das Gleiche verkaufen, was die, die verkaufen. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Ja, aber wo willst du die Pilze herbekommen? Ja, von United. Ja, aber United muss sich doch fügen, wenn die nicht so viel zu sagen haben. Nein, ich füge die anders. Dann fügen wir die B-U-M. Ja, okay. Alles für den Park. Ja. Das Business muss weiterlaufen. Ja, wir können nicht sagen, wir sind die größten, krassesten Drogendealer und haben da keine Pilze. Wir brauchen das volle Repertoire. Das stimmt. Das stimmt auch, Alter. Das ist Rufschädigung. Also, warte mal, die verkaufen das günstiger als wir? Die verkaufen das günstiger als wir, weil die die Oberhand da haben. Ja, weil die dann hoffen, dass die Leute zu denken. Weil die die United-Typen da unterdrücken wahrscheinlich. Nein, nein, United verkauft genauso teuer wie B-U-M. Guck dir mal die Frage an, die sitzen gefühlt nur dauerhaft in deren Horten. Die haben nicht... Ach, egal, nee. Apropos United. Die waren gestern hier. Dann hatten wir das ja erwähnt. Dann haben die uns zu einer Hochzeit eingeladen. Am 6.11. ist bei denen Hochzeit. Da heiraten die. Und wir sollen einen LKW voll mit Drogen stellen. Und die kaufen dann alles, was aus dem LKW weggegangen ist. Und wir sind eingeladen. Und wir sind eingeladen. Ja, dann ist das quasi Aufgabe von Chap. Aber ich bin ganz ehrlich, Jungs, ne? Nee, die wollen einen LKW haben. Was denn? Ich soll einen LKW fertig machen. Wenn die Jadis jetzt die Grasholte haben. Und die da hinstellen und alles, was weg ist, das kaufen die dann. Wenn die Jadis jetzt die Grasholte verwalten. Ja, ja. Und die diese Vatus Locus, wie die alle heißen, da arbeiten lassen einfach. Damit Ruhe ist. Damit keine Kriege mehr geführt werden. Wisst ihr, was ich meine? Das ist Business im Arsch. Nö, nö. Warum ist das Business im Arsch? Die Leute genehmigen uns zu den besten Fickern. Ja. Wenn die das halt verwalten. Ich hätte auch Bock auf eine Route. Jetzt auf einmal, oder was? Das Ding ist, ja, das habe ich auch schon überlegt. Wenn wir der Nachtschicht eine Aufgabe geben. Und zwar uns sagen, das ist unsere Route. Guck, dass da nicht die falschen Leute drauf arbeiten. Dann machen sie nicht so dumme Sachen. Was ist, wenn wir sagen, Pilz gehört uns und United soll das verwalten? Nichts von United soll das verhalten werden. Nein, 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 Pilz ist, glaube ich, eine Nummer zu Dingelsen, weil Pilze gehören das United, BUM und noch eine Gruppe. Was, drei Gangster an sich das? Ja, ja, ja. Ein Problem. Das ist so ein richtiges United-Prinzip. Der hat ein bisschen gedauert. Der hat ein bisschen gedauert. Das krieg ich ja sogar. Ja, aber United ist damit cool, dass die halt quasi... Vielleicht müssen wir uns mit den United mal hinsetzen. Wenn du nicht in der Position bist, weil du nicht die Stärke hast, dann bist du damit cool. Und ne? Dann bist du mit dem zufrieden, was du kriegst. Aber die United sind ja nicht schwach. Die haben die One-Niners weggepumpt. Ja. Die One-Niners gehen auf dem Erdbeerfeld fucking Erdbeeren pflücken. Was babbelst du mit dir voll, Junge? Ja gut, die machen jetzt gar nichts mehr, ne? Ja, die Maxe. Ach guck mal, da kommt der wie stolz wie Oskar. Mit seiner Pommeschale in der Hand. Hat bestimmt wieder die GoPro um den Dings gehabt im Beruf. Nein, voll. Ey. Nein. Schlaf gut, Ratti. Und viel Spaß auf der Arbeit, naja. Bruder, hier gibt's so viele Gangs, ne? Warten die denn jetzt zwischen? Ich sag gleich was dazu. Ja, ja. Oh, John? Also John? Bist du John? Jungen. Ihr klingt alle gleich, man. Das ist so schön. Okay, nee. Was? Hör ich mich wie der John? Nein. Und dann Joe. Alter, du hast rausgeguckt. Ich hab schon kurz richtig verstanden. Mann, Alter. Oh, Mann, ey. Ähm, ähm, Jeff? Ja? Hast du kurz ne Minute? Undi? Ja. Vielleicht auch zwei. Gut, dann komm mal mit. Ja, aber wenn ihr Bock auf ne Route habt und Pilze zu hoch ist, dann, äh, was für ne Route wollt ihr dann haben? Ja, Dings ist ja fein, krass. Die Yadis wollen ja eh Geschäftsbeziehungen mit uns halten. Und wenn wir zusammen sagen, uns gehört dann die Grasroute, dann können wir uns darum kümmern, dass die sauber bleibt. Das mach ich doch eh schon. Aber wenn jeder darauf arbeiten kann, ist das eh wieder scheißegal. Warte mal, was, was, was? Was uns gehört die Grasroute? Was kaltest du? Ja, die Yadis wollen doch Geschäftspartner haben. Die haben anscheinend schon welche. Aber ich werde wahrscheinlich nicht so ein Kuschelthema, so fucker sein und sagen, okay, wir teilen uns die Route. Auf gar keinen Fall. Du kriegst keine Route für dich alleine. Aber ich werde nicht so, wir können Business machen, dass wir da arbeiten gehen und dem vielleicht ein bisschen was zahlen dafür. Nee. Nein, 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 nein. Wir müssen ja nichts zahlen. Oder auch nichts zahlen. Aber wir werden, wir werden nicht sagen, die Route gehört zu 50 Prozent uns. Das ist voll der Kuschelkurs, keine Ahnung. Ich fahr da aber trotzdem rum und nehm Leute halt hoch, die da nicht... Ja, kannst du doch machen, konnte man doch damals schon unter 50-Six-Leitungen rummachen. Wollte ich gerade sagen. Ja, dann scheißen wir auf Route. Wir gehen da arbeiten, fertig. Ja. Oder die kommen, bringen was zu nem richtig guten Preis. Ja, richtig. Und wenn hier die Pilz-Motherfucker das günstiger als wir verkaufen, ja, wir müssen das von denen beziehen halt, ne? Warum sind die so schwierig? Warum machen die nicht wie 187? Einfach Kurs, fertig. Warum wichsen die sich alle gegenseitig ans Bein immer? Ja, weil 18... Ja, pass auf, weil 187 nicht selber tickt. Na klar, die ticken doch an uns. Ja. Das ist die Quelle. Ja, aber wir können nicht von BUM, United und von den anderen beziehen. Die drei Gangs wollen selber auf der Straße ticken. Das will 187 nicht. Curtis Jack, einmal bitte. Ich glaube nicht, dass der ein Telefon hat, oder? Ich weiß es halt nicht. Ich rufe die ganze Zeit mit mir eine Nummer an. Soweit ich erfahren habe, ist der komplett in Isolationssaft und keiner kümmert sich um den. Ja, das Ding ist, da oben herrscht gerade eine Sicherheitslage und wir kommen auch nicht mehr zu den Typen. Was ist denn da schon mal denn los? Weißt du nicht, ich denke, wir haben Schiff, dass ihr die wieder rausholt, oder so. Ja, aber warte mal, dass wir... Wie kommt ihr denn da drauf? Aber dass wir Kontakt zu Jivke aufbauen können, um dem vielleicht eine Nachricht zu erbringen, das kriegen wir vielleicht hin. Okay, dann wenn ihr das hinkriegt, sagt sie mal, dass mit dem außergerischen Vergleich wäre er morgen um 16 Uhr raus und hat kein Geld mehr zu zahlen, nichts mehr. Also wenn er den Vergleich unterschreibt? Ja. Und das redest du auch als Anwalt, dass der das unterschreibt? Bei ihm bin ich mir komplett unschlüssig, aber ich hatte jetzt gerade, warte mal, wie gesagt, ich bin seit 12 Stunden dran. Ich war gerade mit Jan und Johnny circa, was ist es, seit 18 Uhr, habe ich mit denen zu tun. Seit dem Zeitpunkt konnten wir uns auf keinen Ast einigen, obwohl wir komplett, eigentlich haben wir einen komplett Nieder gemacht. in Sachen Gesetzeslager, ZWP, aber der war hart, so hart auf seine Standpunkte. Das wäre wahrscheinlich bei JFK dasselbe durchzieht. Warum, aber warum ist der ein Isolationsab, warum holen die den nicht... Das habe ich ja auch nicht verstanden. Warum holen die den nicht auch dazu und alle drei in einer Zelle und dann, ne, im Gesamtpaket? Weil die alle dumm sind da. Das habe ich heute schon so aufgehört. Sorry, also, wenn ich heute eine Waffe gehabt hätte, wäre ich da durchgedreht. Ohne Schein. Aber du wirst gut bezahlt. Aber komm mal kurz, Robo. Ich werde gut bezahlt. Ja, von uns. Die kriegste... Warte, was auch... Meinst du, du kriegst, ähm, deinen Kontakt oben dazu, dass er zu JFK geht und dem sagt, der soll den Vergleich unterschreiben? Ja, aber warte, ich weiß nicht, ob der geschrieben wird. Ich bin morgen um circa 16, 17 Uhr da. Das wäre eh der Zeitpunkt, wo er rausgelassen wird. Ähm, wenn er... Das Ding ist, ich kriege ihn jetzt eh früher nicht mehr raus. Also heute werde ich ihn definitiv nicht mehr rauskriegen. Ja, 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 okay. Wir machen das einfach über den Kontakt. Ja, aber warte mal, das Problem ist doch, wenn der Vergleich jetzt nicht heute unterschrieben wird, die U-Haft wird doch bei einem Geldersatz nicht angerechnet. Das heißt, die müssten dann, wenn er es morgen unterschrieben wird, abzahnbar gesteckt. Johnny ist morgen auch um 16 Uhr frei. Hat er schon unterschrieben? Der hat auch nichts unterschrieben. Nein, die U-Haft wird verlängert, ja, aber die kann nicht über den Zeitpunkt hinausrechnen. Bis 16 Uhr ist schon alles mit abgezogen. Die Geldstrafe ist auch schon abgesessen und so weiter. Diese U-Haft wird also doch verglichen? Äh, anregen? Bei der Haftstrafe, ja, aber dann Geld nicht. Und deswegen sitzen sie halt noch bis 16 Uhr, ansonsten werden sie schon längst raus. Wenn die U-Haft noch mit in die Geld-Haftstrafe... Geld, meine Fresse, ich hab so viel gequatscht heute. Ich bin kaputt, Alter. Also die Geldstrafe kann nicht mit der U-Haft angerechnet werden, sagen wir mal so. Ja, genau. Wenn er sie in Haftzeit absitzen will. Und deswegen sitzt er bis morgen 16 Uhr. Ich denke mal, so lange wird er eh pennen. Ich weiß nur nicht, was ihr heute vorhattet. Nee, nee, alles cool. Also wenn er... Okay, dann muss er trotzdem morgen den Vergleich auch unterschreiben. Genau. Ich bin circa 16, 17 Uhr da. Und dann kümmere ich mich drum, dass das fertig ist. Okay. Also im Endeffekt glaube ich, Tifke ist schlau genug, um den Vergleich von sich aus zu unterschreiben. So, wenn wir den nicht erreichen sollten. Ja, das Problem ist halt, dass er halt... ...wenig gemacht hat im Gegensatz zu den anderen, weißt du? Ja, ja, richtig. Und die Frage ist... Der ist halt der harmloseste so. Ja. Wenn es da eine Skala geben würde. Hat er es mir auch gesagt. Also er stand über den Geisen und hat nicht einen Schuss abgefeuert und so weiter. Ich weiß alles. Aber trotzdem... Du weißt mehr als ich. Achso. Sorry. Das wussten wir auch nicht. Das wussten wir auch nicht. Na ja. Also ihr könnt ja mal Can fragen, wenn er wieder draußen ist. Hab schon gehört, dass der komplett durchgeduld ist. Ja, nicht nur er. Er hat ihm zugetraut, dass er Kaka an die Wände schmiert. Jetzt kann ich ihn nicht nachvollziehen, warum die anderen Anwälte gekündigt haben. Ja. Ich langsam auch. Hey, du musst bleiben. Du bist gut. Du machst das gut. Jetzt bringt ja mal nichts. Dann arbeitet er dich hoch und verändert das System. Ich meine, okay, die sind kriminell, die haben einen Strafverdient. Aber Isolationshaft für den Typen, der so nichts gemacht hat. Vor allem selbst wenn er was gemacht hätte, wäre es ja dasselbe gewesen wie die anderen. Und warum kriegt er dann die Isolationshaft? Verstehe ich auch nicht. Das versteht keinen Sinn. Vielleicht wollte er beißen oder so. Naja. Also es sind heute einige Dinger gelaufen, die ich nicht ganz so verstanden habe. Aber auf jeden Fall wäre es ganz geil, wenn ihr das ihm zukommen lasst, weil ich komme wie gesagt nicht mehr rein wegen der Gefahrenlage. Ja, das kriegen wir hin, das ist cool. Und müsste jetzt auch nochmal... Aber was ist denn, der in einem anderen Vergleich bekommt? Also er kann maximal einen geringeren Vergleich kriegen wie Johnny. Ja, das sagst du. Ja, es geht ja. Was das die Knallkörperte machen. Naja, also John... Nene, 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 das funktioniert nicht. Also da... Ja, John, dann versuch mal über Kontakt das zu bereichen, dass der dem Jifke das sagt. Einfach vergleichsunterschrieben, ja. Ja. Muss ich mal gucken, ob ich da immerhin habe. Also morgen, ja? Er braucht den jetzt heute nicht unterschreiben, weil ich kann den ja auch nicht mehr unterschreiben. Ja, okay, du kannst ihm sagen, er soll, wenn ein Vergleich kommt, den unterschreiben. Genau. Ja, ja, ja. Und, äh, dass er heute nicht mehr rauskommt. Äh, wie wir haben da alles probiert. Okay. Jung! Versuch das mal. Nene, ähm... Ansonsten, woher ich kann das? Nee, nene. Jut, jut. So, wie soll es noch was? Achso, mit deinem Ding, äh, das ist noch komplett offen. Da gibt es ja noch keinen Gerichtstermin und so weiter. Deswegen würde ich das Ding, würde ich das erst mal voll, äh... Mit welchem Ding? Wegschieben. Ja, hier, Jeffrey. Also, Jeff, okay. Nene. Mensch. Jeffrey? Der hier neben mir, mit der Mütze. Der Jack? Ja. Hallo? Ich bin Jack. Okay. Wer ist denn hier? Ah ja, ohne Schleif, wer ist denn Jeff? Das ist Jeff Kell, der im State Prison sitzt. Nein, der ist der, den du... Der ist Ding, der mit den Schwarzen. Schoko. Schoko. Ja. Okay, wenn ihr den seht, dann sagt ihr doch mal bitte, dass ich seinen Fall, äh, nach vorne schieben will, weil ihr gerade wichtiger seid und er hat keine Verhandlung zur Zeit, also kein Terminfilm. Was hat denn der wegen dem LKW? Genau. Hä, sollte der Typ sich, der den gefahren hat, nicht stellen? Ja, aber... Warum steht der noch hier? Es passiert da noch nichts. Sonst sitzt der jetzt auch noch im Knast und den müsste ich auch noch bearbeiten und kriegt den auch nicht mehr raus. Also heute... Na, den musst du nicht bearbeiten. Der ist egal. Der ist egal. Ihr seid ja geil. Der ist nicht vermüde. Nein, nein. Der hat sich den quasi den LKW nur... Oh mein Gott. Ausgeliehen. Wollt der Ballant pflücken oder was? We need a medic here. Man down, man down. Auf jeden Fall, wie gesagt, morgen 16, 17 Uhr bin ich wieder da und versuch dann da so eine JFK rausholen. Den Mila weiß ich noch nicht. Was auf sie jetzt zukommt, aber zur Zeit ist sie frei. Ja, aber die ist ja draußen. Ja, bei ihr... Also das Ding ist, ich habe sie ja nur wegen dem Verfahrensfehler rausgekriegt. Weil die Idioten vergessen haben, ihr auf einen Haftbefehl zu schreiben. Dann wollten sie diesen Haftbefehl nachreichen, haben sie zeitlich nicht geschafft und deswegen habe ich die da rausboxen können. So, aber die... Die Straftatbestände bei ihr sind halt auch noch offen. Ach so, okay. Was ist denn mit Mila, die hat gar keinen Haftdings bekommen, ne? Hat er doch gerade erzählt. Ach so, ja, wo bist du denn? Ja, ich bin gerade ganz andere Dimensionen. Okay, was ist mit Frank? Ja, keine Ahnung, zur Zeit. Ja, der ist geflüchtet, ne? Ich habe keine Infos, also ich weiß es nicht. Ich habe mit dem noch nicht sprechen können. Ich auch nicht. Ja, und Mila müssen wir da gucken. Die wird dann wahrscheinlich dasselbe kriegen wie JFK. Wer war da jetzt noch von euch? Sag nochmal den vollen Namen von JFK. Jeffrey Franklin Cush. Nein, Jeffrey Cush nur. Jeffrey Cush. Okay. Franklin hat nicht mehr auf den Ausweis gepasst. Das ist also quasi ein JK. Ja. Ja, da glaubt ihr gar nicht, wie mich das verwirrt hat. Ich weiß gar nicht, mit wem ich gesprochen habe. Und dann hieß es ja nur JFK. Was ist das für ein JFK? Und dann habe ich so in die Akte geguckt. Aus keinen Namen konzentrieren, wo so ein JFK bin. Das ist der Präsident. Warum reden die denn da? Wie sich das rausgekriegt hat? Wie sich das rausgekriegt hat, sind auch vier Stunden vergangen oder so. Nein. Quatsch, aber hat ein bisschen gedauert. Also Gianna kann morgen raus. Und Johnny. Und Johnny. Johnny auf jeden Fall. Gianna Wann eigentlich auch auf jeden Fall. Aber bei Gianna Wann ist halt... Da kommt noch was anderes hinzu. Das konnte ich hier ein bisschen nicht von abreden. Und das war das, warum er auch rausgerastet ist. Aber du hast... Aber du hast... Die jetzt nicht rein wegen dieser Kautionssäge? Was ich mitbekommen habe, nicht. Also die haben es wahrscheinlich verpeilt. Und wenn es ganz gut ist, macht da auch keiner einen Fass auf drüber. Gut. Aber die Dings kriegt der nicht wieder, die Kaution, ne? Doch, 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 doch. Ja, aber der hat doch gegen die Dings auch lang gestoßen. Das ist... Im Endeffekt war das nicht auf Bewährung, sondern... Das war einfach nur... Die konnten ihm die Kaution nicht zurück... Oder die können ihm die Kaution nicht zurückgeben, weil... Ähm... Die Cops nicht wissen, warum das Ding offen oder zu ist. So... Das ist einfach... Falsche Arbeit von denen. Aber im Endeffekt ist der jetzt nicht mehr... Die Strafe ist weg schon. Also bekommt er die 100.000 Bilder? Er sollte die 100.000 Bilder bekommen, ja. Da bin ich mal gespannt. Ich auch. Äh... Nach dem heutigen Tag würde ich nichts ausschließen. Was zum Teufel, Alter? Wo hat denn der den Rollstuhl her? War ganz schön fix, ey. Richtiger Schuhmacher, Alter. Boah, ist der vorbeigeflitzt. So, gut, Jungs. Der Schummel dazu schmelzt. Oh mein... Oh mein Gott! Oh mein Gott! Was ballert denn hier? Aua! Was? What? Aua! Er hat auf sich geballert, Mann. Göttis? 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 Aua! Aua! Schüsse? Was? Schüsse? Werte die? Aham! Du warst einen abtrünnigen Army-Kollegen, oder? Das war die Frau Black mit dem Schneider. Ja! Hey! Hol den, der! Was war das denn da? Hey! War das wirklich ein Schuss? Mhm! Die Jungs scheinen schon zu ja. Ja, dann guck lieber, dass du wegkommst. Ja, ähm... Du wesselst doch nicht. Wie gesagt, Okidoyo und ich will nochmal den Anwaltstix verlieren. Äh, bis der Day! Warum? Nicht dein Ernst, oder? Was passiert ist? Wurzest du angeschossen? Oh mein Medic! Echt jetzt? Was passiert? Wurdest du umgeballert? Mhm! Was? Also... Wo von einer Medic? Jaja, klar, let's go, Alter. Habt ihr gesehen, wer das war? Nee, das war ganz weit weg. Oha, Alter. Der ist schon mal nicht da. Hallo! Was ist denn mit Jazz? Ist die da? Nee, das war keine Sniper. Das war mit 50er. EMS, oder? Ja, neun, eins, zwei. Ah, okay. Da liegst du Lutscher, ne? Ich schau erschienen. Ich spiele halt nicht aus, ne? Ja, ja, die gehen nicht runter. Oh nein, Alter. Alter, hat mich nicht getroffen. Das war die Druckwelle der Kugel. Hä? Aber, als ich hingefallen bin, hat weh geteilt. Der Kopf tut weh. Ja. Die scheiß Druckwelle. Hast du schon Medic gerufen? Das ist keiner erreichbar. Geht keiner ran. Der kriegt gleich ein Kühlkissen. Ich glaube, aus der Distanz brauchst du gar kein FC drücken. Würde ich schmerzen. Habt ihr mich gerade ausgemacht? Der ist gerade um Kopf gefallen. Ja, super. Habt ihr einen Pulli oder so, dass er nicht so hart liegt? Ja, ich kann mein T-Shirt an. Ja, geht nachher. Bitteschön. Hoch. Da hattest du irgendwie einen Account gekapert oder so. Kennt er doch. Ist er denn hingefallen? Aber warum, ich bin immer so nett. Ganz kurz. Achso. Hallo, Mr. Kegler, bitte lassen Sie mich in Ruhe. John, warum hast du eine Knarre draußen? Darum. Persönliche Sicherheit. Das ist kein normaler Spieler. Das ist entweder einer, wo der Account geklaut wurde, einfach zum Kegeln. Wieso braucht der denn eine Waffe? Was ist denn los mit dem? Oder einer macht RDM einfach. Terminal. Ne, ich geh da auch nicht drauf ein. Das spiel ich nicht aus. Aber sonst tut dir nichts weh. Ich hab keinen Plan, wo der ist. Geht's denn da zu lange? Ja, die Druckwelle hat mich auf den Boden gehauen. Jetzt tut aber mein Kopf ein bisschen weh. Warte, ich hab glaube ich noch ein paar... Nee, keine Aspirin, ja scheiße. Ich hab dir doch vorher Medikamente gegeben. Äh, ja stimmt. Keine Ahnung. Gib ihm mal eine. Ja, ja. Lass dich drüber reden. Jeff, du was... Ja, keine Ahnung. Dann kann er die dann gleich nehmen. Und gib ihm auch etwas Wasser zum Nachspülen. Ja, ich glaube der ist in der Luke gesprungen oder so. Hast du mir gehört? Habe der das gehört? Nee, nee. Da war so ein ganz leises... Das hätte einfach abdrücken sollen. Ich hab nicht gesehen, dass der auf dich... Ach... Digga, ich hab halt gehört, dass die Schüsse gekommen ist. Ich hab zu spät gesehen, dass der eine um die Ecke ging. Ich hab gar nicht geschossen. Die Druckwelle hat mich auf den Boden gehauen. Was haben wir denn für Impos? Äh, hat ein weißes Tanktop an. Ja. Hat er, ich will mich hier, hat er sogar die Hände hochgemacht oben. Und dann auf einmal... Jetzt ist er in die Luke gesprungen. Bzzzt. Bzzzt. Was nie passiert. Hat den Impos der gemacht. Ihre Nose. Kann man nicht ein Heli? Wieso liegt er? Wurde umgeschossen. Na ja? Der hat Bauchschmerzen. Nein, ich wurde nicht angeschossen sollen. Achso. Der hat neben mich geschossen, aber die Druckwelle von der Kugel hat mich auf den Boden gehauen. Ich glaube, das war ein Schniper. Scheiße. Äh, wer braucht was zu trinken, der kommt wieder her. Und ich kenne nur eine Person in meinem Leben, die so schniperlt. Das ist mit dieser Black. Aus dem Helikopter. Ich war auf dem Fahrrad. Wo hast du mein Fahrrad gelandet? Das ist egal, ob sie gleich Klamotten an hast. Ich war maskiert. Ach, davon ist es doch. Bitte, Mr. Kegger, lassen Sie mich in Ruhe. Oh, wir waren weißer dazu. Sonst rufe ich den Fass. Warte, der Anwalt. Wahrscheinlich. Und dann geht der Kraft weg. Der soll nochmal kommen, Alter. War das ein weißes Platz, oder was? Das kann gut sein, Bruder. Also, Haare waren schwer zu erkennen von unten. Weißt du? Keine Ahnung. Aber er hat auf jeden Fall ein weißes Tanktop angehabt. Und, ja, war weiß. Ich glaube, ich ruhe mich nur so vier Minuten aus. Mach das, mach das. Gönn dir. Mach fünf draus. Da ist der Sniper. Ne, das ist er nicht. Das ist normal, dass aus der Distanz zwei Schuss pass. Je weiter du weg bist, umso weniger Damage machst du. Ich glaube, 250 Meter ist die Range der Piste. Oder 240, irgendwie so. Ich konnte nicht wegspringen in der scheiß Animation. Warum macht man das? Ja, Bruder, das gehört doch Standard. Dann wird's halt mal umgekegelt, ne? Ist halt so. Finde ich die Situation gerade merkwürdig, was wir alle auf ihn rübergaffen? Also... Diamantformation. So beschützt man die APIs. Ah, okay. Wir behalten dich in Ehren. Das Problem ist jetzt nur, dass ich im Krankenhaus gehen muss, Alter, wegen der Heilung. Und... Damit ich full HP bin wieder. Weiß jemand, der mir die Flagge faltet? Aber das spiel ich nicht aus. Nee, komm. Nee. Ich hab's nie gelernt. Jax. Es ist Zeit. Das Abschlusslied. Ein Abschlussfreestyle. Ja. Lass es los. Ich muss auch los. Oh, das Ding jetzt. Ja, Bauschmerzen. Nein, lass es. Beatbox. Nein, Sargent. Du hast nicht sofort was zu trinken und essen dabei? Nee. Komm her. Oh. Ich darf mich fragen, warum du das nicht ausspielen möchtest. Das ist irgendwie wie so eine Junkiepark-Mami. Weil das entweder ein Kegler-Account war oder RDM. Oder whatever. Weil das einfach keinen Sinn hat. Ich hab mich gemacht. Weil das wahrscheinlich ein Hacker war. Die haben ja gerade gesagt, ne? Der hat die Arme hochgelommen und dann war der weg. Okay, kannst du mal aufhören? Ich muss das nicht ausspielen. Bitte? Machst du das? Malotier. Warum? Weil der Körnel am Boden liegt. Was für ne Frage, man. Löscht meine Brother-Historie. Die Augen sind weiß. Was war's? Hat jemand schon Medik oben? Wofür? Alle stehen hier nur im Kreis. Ja, für meinen Kopf, ne? Bist du auf den Kopf gefallen? Mhm. Wegen die Druckwelle. Da können wir dich auch gleich hinfahren. Oder ist das am Bluten? Nö, ist nicht am Bluten. Ja, dann rufen wir die Bahn. Könntest du mal bitte nicht lachen? Ich glaube, das war der Jax. Wart. Wie gelacht. Was? Hast du ausgelacht richtig tasern oder was? Das könnte sogar stimmen. Wir haben vorgestern in der Eier noch getrieben. Der schreibt mal noch 10.000. Mir 20.000. Wie geht das denn los? Jack, ich habe jetzt über zwei Kontakte versucht, ne? Wo... Warum hast du einen Taser in der Hand? Das ist der Sarge. Du nicht. Ah, gut. Der ist immer gut ausgerüstet. Den zum Schutz hatten. Wie kommst du auch in meine Hand? Ehrlich. Alles dabei. Wie... 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 Tag. Tag. Geht's wieder besser. Das Zalotieren hat ihm Kraft gegeben. Hört nicht auf. Nein. Hast du ihm die Medikamenten gegeben? Ich glaub schon. Soll ich die nehmen? Aber ich vertrage die nicht so gut, ne? Dann solltest du sie nicht nehmen. Dann solltest du sie nicht nehmen. Ich glaub nicht, dass die helfen. Nee, der war keine Wirkung so richtig. Ja doch, aber das dauert. Da bin ich ja genau richtig gekommen. Hallo Max. Tag. Grüße. Was gibt's Neues? Auf mich wurde grad geschossen, aber der hat nicht getroffen. Von wo? Keine Ahnung. Ich glaub von da hinten, ne? Ich kann dir sagen, wohin gestanden. Ach so. Ja, ja, das war von dort. Unter die Treppe ist der gerannt. Von dort. Und dann ist der auf einmal verschwunden? Ja, der ist Richtung Davis Street. Da auf diese Fire Station da hoch. Fire Fighter Station, genau. Und dann ist Spritz in dem eingeschlagen. Und dann kam nur noch ein Tuch. Nein, das war anders. Ich war oben. Ich hab den Knarre an den Kopf gehalten, der dreht sich um. Zauberstaub ins Auge. Gott sei Dank hab ich nicht gelaufen. Und dann war der weg. Ja, dann war der weg. Nein. Max. Also der Palito würde einen RTW schicken, aber so in 5 Minuten. Oder wir fahren hoch. Geil, die sollen sich meinen Hinterkopf mal kurz angucken. Wollen wir hochfahren? Nö, wir fallen hoch. Ja, dann lass hochfahren. Sollen wir alle fahren? Weil ich glaub ich brauch Begleitschutz. Jut, jut, jut. Wir haben zwei Toros, sind acht. Ich bin in der ersten Division. Und was fahren wir? Kommoda, Toros, Toros, oder? Wegfahrer. Du musst hinten rechts sitzen. Anders geht das nicht. Ja, wer fällt den Kommoda? Keine Ahnung, ich hab keinen Schlüssel. Der Jack? Ist jetzt der Fahrer? Sag mal einen, ja, ich mach den an. Hopp. Du hast den besten Fahrer ausgesucht. Wirklich? Ja. Sehr gut. Glaube ich den nicht. Ja. Ich fahr voran. Was ist denn jetzt mit denen? Was ist denn jetzt mit denen? Ich fahr voran. Ich fahr voran. Ich fahr voran. Ich fahr voran. Ich fahr nicht oft. Merkt man gar nicht. Ich fahr mal, aber der fährt. Bisall. Dann soll man ja mal umdrehen. нов mein Schauberstand. Wir haben immer dabei in der Hose. Woher kommen die ganzen Bäume? Ja, gewachsen oder vielleicht importiert, keine Ahnung Ich glaube, das waren die Marken alles GmbH Oh, ich kenn die Gute Jungs Multitillionäre Bisschen dumm, aber ja Hubschrauber Landeplatz Jaja, das Casino wird halbwegs bespielt Ob ich in der Hölle oder im Himmel lande, Bruder? Das wird gut entscheiden Das ja kann Ich finde die Bäume cool solange die keine FPS fressen Sind wir drei Autos oder vier? Das Casino wird so halbwegs bespielt mit so einer externen Seite Wie kommt der Arne? Gut Komm halt gern Hallo? 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 Nein! Nein! Wir haben fahren Du hast schon mal vorgefahren Ja Ja Ich hole es später ab Der andere Kuss landet in der Hölle Ich bin ja keine Vermutung aufstellen Aber ich glaube, das war der Jax Meinst du? Ja, trotz sowas nicht Das waren glaube ich Freunde vom Jax Ja, ich habe gehört, der hat mit Hotelmanager Probleme, ne? Ja Oh oh Der hat da so eine Dings nicht bezahlt Reiße Ach, es gibt so viele, genau Es gibt so viele Gangs Die Leute Keine in Anführungszeichen natürliche Auslese gibt Hier gibt es halt keine Hinrichtung oder so Nur diesen Bloodout Und nur Hinrichtungen, wenn der Charakter dazustimmt Und auch ist so kein Gangkrieg und so eine Kacke Also Gangkrieg gibt es mittlerweile schon Die andere Partei Aber wenn ich jetzt zum Beispiel mit Support gehen würde Würde sagen Yo Ich will Gangkrieg gegen den Kiez Dann muss der Kiez dazustimmen Wisst ihr, was ich meine? Naja, Opa spielt nicht mehr Und so kann man auch keine Gang zerschlagen, sag ich mal Die lösen sich halt nur auf, wenn die Zu viel Langeweile haben Ja, der dreift, oder? Ja Das ist John Ach, gut Mit irgendeiner Karte von irgendeiner Ollen Vielleicht sind das aber auch die Bösewichte Und sie sind getarnt Oh 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 Du fährst ja straight nach Navi, ne? Ja Ein stolzer Navi-Fahrer Bist du ein Yardi? Nee Wer warst du nun mal? Ich bin ja nur in die Geräte Bagespaß Bagespaß Scheiße Mann, Alter, wir kletschen hast, ey Wer zum Teufel ist das Auto gefahren? Der Typ hier mit der grünen Käppi Ja Ich weiß nicht, was passiert Der sieht schon ein bisschen aus, die Manager, ne? Ich hab ein bisschen Angst Hast du ja Knöchel verstaucht beim Rennen? Ja, können alles so besser Ach, die haben ja so ein neues Medic-System, ne? Hoffentlich sagt er mir jetzt gleich nicht, ja, du hast nur Kugeln Was ist denn mit der Theke? Was soll damit sein? Ich brauch meine Sonnenbrille Das sind nur LEDs Was sind LEDs? LEDs Was? Was LEDs sind? Hab ich doch gerade gesagt Aber warum machen wir denn LEDs in so eine Theke rein, damit die Theke leuchtet? Geil, oder? Du meinst die, ja, doch Ja, es ist das Arsch-Hein, ne? Das ist 15 hell, ne? Ja Wie kann ich Ihnen helfen? Junkie-Part war das, ne? Ja Ja Da hat eine kleine Druckwelle, hat mich zu Boden gerissen Kleine Druckwelle? Mhm Vom EMP? Ne, es wird geschossen und die Kugel ist so an meinem Ohr vorbei Und dann verliert man ja das Gleichgewicht Okay, ich will gar nichts weiter auswissen Da bin ich ja hingeplumpst und dann auf dem Hinterkopf Um, ähm, ja Lass die mal langsam ab Okay Ich guck mal weg Lass mich hinkucken Ich arbeite mich langsam von unten nach oben hoch Ja, hier haben wir auf jeden Fall Kleine Recher gefunden Da sind auch einige blau Da könnten sie auch abbauen, ne? Die sind nachts nur da Quatsch, haben wir nicht dazwischen Die sind echt nur nachts da Ich hab keine Ahnung, wer auf die Idee gekommen ist Nachts sie auf Solarium zu stellen Da haben wir mehrere Hämatome und auch Gratzer Ja, da bin ich hingepallen Ja, tja Soll passieren Wenn so eine Druckwelle auf die Beigeht Und einen umweiß, ne? Gut, da geht's bitte nicht nach dem System gleich, wenn da eine Kugel kommt So Geht's dir? Gut, und selbst? Da haben wir auch nochmal Oh, ja, da haben wir ein bisschen größere Wunde Ja, da ist der Kopf, wo sie hinfassen Ja Hinterkopf Genau, da sind sie aufgekommen, so richtig? Ja Ich weiß es nicht, wo er ist Da draußen steht so ein Towerer Ich glaub, der muss abgeholt werden Okay, der hat auf jeden Fall kein Aimboard an Da haben wir auch noch ein Stieren Da haben wir auch keine Wunde Oh, der hat mich sogar zu Hause mal getroffen Gut Ähm, ich hätte bitte gerne mal einen Passantausweis von Ihnen Ja Bitteschön Vielen Dank Herr Kusch Sergeant Herr Sergeant Kusch Richtig Nehmen Sie bitte mal kurz noch zwei Minuten Platz Jawohl Naja, Opa Willi Bunker ist nicht der Smoker Aber das System ist geil, ne? Das neue von den Medics Dass die jetzt sehen, wo du am Körper getroffen wurdest Ob schwer, ob leicht und so Dann kannst du nicht mehr einfach dahin gehen und sagen Jo, ich hab mich am Ast gestoßen Das ist echt gut Ich bekomme auch den Report Hast du gesehen? Oben rechts gerade Oberkörper leicht Oberschenkel leicht Und so weiter Richtig gut Müsste, müsste funktionieren, ja Ist auch nicht so schwer umzusetzen So, Herr Kusch Wir können es schnell machen Sie ziehen einfach das Käppchen hier aus Dann gucke ich mir hier das Ding an Oder Sie müssten nochmal warten, bis ein Zimmer frei ist Können wir so hier machen Ähm Waren Sie denn schon mal im EMS im Süden Äh Als Patient In der Stadt? Jawohl Ja Dann schaue ich mal schnell nach Ihrer Akte Äh Sind wir Ihnen irgendwelche Irgendwelche Allergien bekannt? Ich bin allergisch gegen Schnaiper Wunderbar Gut Ne, da ist sonst nichts Gut Ich gucke mir das mal ordentlich an Soll ich mich hinsetzen? Ja, das geht schon So Nicht erschrecken Das wird gleich kurz kalt Aber keine Angst Das brennt nicht So, Achtung Kommt der Spray Ah Da ist noch kein Cut Dann machen wir ein Sprühpflaster drauf Aha, ich fühle mich wie eine Pflanze So Dann gucken wir uns noch mal Die kleinen Schürfwunden an Die Hämatome Das werde ich auch nicht Mal aber erstmal eingremen Aber es ist nichts Schlimmes, ne? Ja, das ist ja alles nicht Schlimmes So, das Schlimmste ist wirklich der Kopf Das ist ein kleiner Cut Aber das ist auch nicht tief genug Also habe ich jetzt einen Narb am Kopf? Das wird durch das Sprühpflaster quasi narbenfrei verhalten Verheilen Schade, ich hätte keine Narbe Oh, was ist denn da passiert? Taschennappe zu schlagen Äh, was? Was denn? Boah, der ist ja so weiß wie der Typ von Twilight So, Herr Kusch Ich gebe Ihnen noch einmal ein Verbandspäckchen mit Dankeschön Damit Sie den Verband selber eigentlich nicht wechseln können Okay Einmal eine Bip-Anthene für die offenen Wunden Okay Die blauen Schmerzen Und die, äh, Hämatome Also die blauen Flecken Das Voltarin Sowie Äh, zwei Ibuprofen 800 Das sind nicht die, die es in der Apotheke gibt Sondern das sind die von dem Also das gute Zeug Ja, Sie haben nicht genug Platz Sie müssen aber irgendwie ein bisschen Platz schaffen Hm Dann schmeiß das weg Genau Ähm, von dem guten Zeug Ähm Ich sag Ihnen aber gleich Wenn Sie das einnehmen Äh, kann es sein, dass es Für Sie so eine Art Flacker-Effekt entsteht Wurde mir so mitgeteilt Ja, mir wird immer schwarz vor Augen davon Genau Das ist aber ganz normal Das zeigt im Prinzip einfach Den Wirkstoff Also den Heilungsprozess an Sobald dieses Flackern aufführt Ist der erste Wirkstoff komplett verarbeitet Sollte es Ihnen dann immer noch nicht Vollständig besser gehen Dürfen Sie die zweite nehmen Sollten auch danach noch weiterhin Beschwerden Dann können Sie gerne jederzeit nochmal herkommen Vielen lieben Dank Sie sind bisher der beste Mediziner Den ich getroffen habe Ja, kein Problem Dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend Muss ich keine Rechnung zahlen? Ausnahmsweise nicht Das ist sehr nett Danke Kein Problem Ich habe dich lieb, Marco Ja Schönen Abend Okay, ein Geld wieder Jetzt, okay Der Bulle war Brumbe Boah, der Mediziner ist voll gut Tut gar nicht mehr weh, ja? Wir müssen zum Kleidungsladen Hast du was? Der Jeks wird gerade eingekleidet Von wem? Von Max? Ja, Max Bei dem kannst du ihn nichts mehr retten Ach, das ist ein Gerät so Ja, dann auf Ja Was macht die denn hier? Was ist denn die Rückwelle? Ich fahre nicht wieder Ich fahre Aber zu welchem Kleidungsladen? Ich denke mal, hier eine Waren wir nicht vier fallen? Keine Ahnung, wo sind die? Einmal forstkrank aus Ne Zusammen mit der Ne Wo fahren wir hin? Warum seid ihr denn zusammen? Wir haben Straßen und Rennen Straßen und Rennen Seid ihr Nachtschicht? Nein, Mann Oder doch? Oder nicht? Der hat doch gelassen Wo wollen wir hinfahren? Geradeaus Ja, was für ein Kleidungsladen Da vorne, da? Ja, vor uns, glaube ich, ja Okay, wir machen Rennen bis dahin Jetzt Auf Ja Soll ich die Waffe raushalten? Ooooooooh Wie viele Sprachen ich spreche? Da-da-da-da Nein Ist das Jo, was sagst Boah, hier ist da richtig viel Platz Nein, Bim, geh mal auf Seite Kannst du mit deinem Obergeschoss reden, aber nicht mit mir Bim, geh mal bitte auf Seite Das Obergeschoss Das ist Ruhe Kennst du nicht, das Obergeschoss? Ah, der Herr Green, wie geht's Ihnen? Ja, Tag Wir sind die gerade umziehen Nicht schlecht, nicht schlecht Ziehen Sie sich neue Hose an? Ja, jetzt ziehen wir neue Hose an Sehen Sie Gut, jo, tsch Vielleicht hast du neues Aftershelf, du riechst sehr gut Der hat alte Flöschchen drauf Aber LP-Version Sinkt das der Jochen? Wer ist denn Jochen? Ruhe, Ruhe, Ruhe Ruhe, Ruhe Alle wieder in der Deckung Wer ist denn Jochen? Kennen wir nicht Gerade so, Flo, komm Was macht ihr da? Der zieht sich gerade um Nee, hier die zwei Zieh mich gerade um, ja Was? Achso, die machen Sie selber bis rein Junge Finn, warum gehst du mir nicht so auf die Eier, sag mal Kleiner Hund Jörg, zieh das an Junge, jetzt stehst du genau vor mir, verpiss dich Küss mich Der hat Fäden gezogen, Alter Der hat Fäden gezogen, Alter Geht's? Sag mal, wie geht's dir so, Bro? Ich geh ja schon Okay, jetzt bin ich Mal, sie mir hast ja an die noch gut aus Ja, schläg, Alter Wie ist's? Hat sie doch gar aus Ja, dann mach Ja, halt gar nicht Aber pack den Warenkorb, ne? Musst du vorher immer erst Fank! Was denn? Oh, du siehst gut aus Hört, das willst du ein Bier haben Was, Bruder? Willst du ein Bier haben? Was soll ich mit Bier? Ja Ich glaub, der wär eher Laminat von dir klauen Sag mal Weinen Mh, wir müssen gleich nochmal in die Broke fahren Ich hab ne Idee Wohin müssen wir fahren? Der Broke Avenue Jetzt, das mach mal Gehen wir immer kurz auf Klo Ja, mach schnell Ja, mach schnell Das ist doch mal ein Höschen Nee, wer steht da vor mir? Mach die mal fort Sag mal Ich wurde hier hingeschoben Ja, du stehst doch vor mir, Junge Es reicht mir Das war doch wieder Jax Der Kriminelle Ja, ja, der hat mich auf den Kicker Eindeutig kriminell, der Junge Was für ein Kicker? Der hat mich auf den Kicker Auf den Kicker Boah, wo war die Hose jetzt? Welche denn? Die Latzhose Ah, da Nein Was, nein? Sieht gut aus, sieht gut aus Passt zu dir Oh, das ist auch gut Das ist ne wilde Jogginghose, die nehm ich Ähm, Axel Ja, bitte Stehst du im Spiegel Bitte? Stehst du im Spiegel Da ist kein Spiegel Danke Ich bin wilde Hose Nee, holt keine Geister mehr Ich hab anderen Finden sie mein Oberteil, Max Oh Der ist ja wild Er ist schon sympathisch Ey, wie heißen diese komischsten Karo Aber nicht schlecht eigentlich Ah, ich feier die Hose Damit schaffe ich es bestimmt Um angemacht zu werden Wegen meinem Pullover Das ist dein Ziel, ne? Das ist ein Outfit Das gefällt mir Was in die Scheiß Ey, wie ist das? Ey, wie haben sie auf mich nicht umzuschieben? Was geht, Jungs? Ey, verpiss dich Tja, scheiße aus Hatte deine Interesse, Junge Ey, wenn ich solche vegane Ausdrücke hier Ey, ist das aus wie Freddy Ich bin her Freddy Krüger So, ich bin fertig Hey, du gib jetzt die Schuhe Ich bin fertig Ich auch Wow Hey, du hast einen wilden Arschloch Tut mir leid Jetzt kann ich vorhin in die Latzhose Bonbons machen Was? Bonbons rein Achso Jetzt kannst du endlich mal die Garage handwerken Kannst du endlich mal die Fresse halten Du kannst gleich die Fresse halten Kriegst du endlich meine Faust im Mund Kannst du dann lutschen Sag mal Wo ist eigentlich Jack? Ist der Pennengang? Bestimmt, wo ist der? Der war doch eben gerade Der ist vorne an der Theke Der ist vorne an der Theke Der ist vorne an der Theke Oh 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 Oh, ey, was Ah ich hatte gleich eine spinnenzahre wer hat hier los alle haben umziehen wir sind in der kleidungsladen natürlich zieht sich jemand aber alle haben umziehen und mit bügel kannte knick ich bin ein schal ich bin ein schal warum ich ziehe das hier aus das gönne ich mir ja alles besser als die hose du vorher hattest oh perfekt wo gibt es denn ich mache mir beide haare echt wieder kurz ganz ehrlich elite x pilot was sind für schuhe überhaupt du wolltest sicher nicht an die bands müssen sichern ne ich bin ihm schminken genau butzbach erwachsenen vollzug ich höre es hm wo haben sie die dinge gefunden die der schal hm accessoires ah ich bin erstmal kein racer hier der rum aber du bist ein driftpommesler weißt du nicht ja was soll ich denn das anziehen alter irgendwie sieht das kacke aus das hat mich gerade auch abgefuckt als ich gesehen habe ich bin nicht so der 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 ahnung davon hat alter das merkt man gar nicht da ist diese aber hier gibt es glaube ich sonst nur ketten wir müssen unbedingt zum friseur ich will die haare kommen ich muss mich schminken gut was schminken ja 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 ihr seid verloren nein das ist nicht kompliziert du musst nur die dateien einfach austauschen bruder aber ich habe voll den dicken arsch in den dings hier will 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 steffi sieht mein arsch dick aus aber gibt es die uhren zu kaufen warte kk ja ein bisschen egal ich habe bubbel bald ja meint der fliege gibt es die uhren? ne 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 hier gibt es keine uhrenregale ne wir brauchen auf eine uhr alter was willst du haben patek? ne rolex was hat die denn? ja normal die beste aus dem namen und die teuerste die? nein alter nicht die die teuer ist denn eine? boah bin ich dumm alter wie teuer ist denn die teuerste? wie ernst die? die nein die schwarz wo rum? aber die sind kum die sind aus wie blau wir teilen dich mit links ja bist doch reich die sind aus wie blau normal die ist cool welche anderen fliegen es gibt doch nur die oder nicht? ly nicht dass die 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 Okay, das sieht scheiße aus. Hä? Wo denn, Junge? Klar warst du. Es gibt doch nur die hier. Oh. Hättest du dir mal eine Trainingshose angeguckt? Was machen wir jetzt? Ja, wird so weit auch in die Ohne geroben. Keine Ahnung. Keine Ahnung, lass doch Spätschicht. Mach den Nachtschicht. Ich weiß nicht. Gucken. Ich glaube, die sind schon los, ne? Der eine Kicker steht doch hier schon. Bitte? Mhm. Mhm. Habe ich eine Nachtschicht verpasst? Was? Habe ich eine Nachtschicht verpasst? Ja, du siehst aus, als würdest du gleich eine haben. Ist das nicht wild, das Outfit? Ja, doch. Siehst aus wie der rote Power Ranger. Bin ich auch. Sieht aus wie Iron Man, Alter. Bloß ohne, äh... Gold. Ohne Gold, ja. Die Nachtschicht heißt, dass die Leute überfallen gehen und so. Wäre mir eine Ehre. Ja, dann gehe ich nach Hause. Ja. Tschüss. Ja. Ja, bis. Komm, meine Damen und Herren. Haben wir Zerki? Wer bist denn du? Power Ranger. BK? Was, mit dem hier? Haben wir zu viert? Ja. Was, Mo? Kein Anno, du. Gut. Wo ist der ist? Anderes Auto. Hm. Oh, mein Kopf ist gefickt von heute, ne? Ja, heute war wild. Du wild. Hey, 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 hey. Michael, schlaf mit dir. Boah, Sekundenschlaf. Beruhigen Sie sich. Boah, mein Kopf tut weh. So viele Informationen, Alter. Hast du mitgeschrieben? Nö. Gut. Ich kann mir das alles merken. Gut. Ruf ich. Sonst hätte ich mir Zusammenfassung. Is der Phone zum Driften? Farter der Jacks? Driftscreen checks. Wir müssen ihn raus holen. Ja. Ja, auf geht's. Ich bin der Power Ranger. Wer ist Vathos? Das ist eine Gang. Ah, wir müssen die Warte stehen, wenn wir uns am Park mal mitzureden. Wir kommen. Na. Gut. Ja, ja, wir kommen. Gut. Ukelu. Informationen sind noch nicht vorbei. Ukelu. Oh, bitte keinen Stress. Obwohl, wir haben keinen Stress bei dir. Das hier sind Sancho und so. Balthus, Lukus, Botalus. Baurena, bin ich schlaf gut. Und Deutz, danke für den Prime im vierten Body. Meine Freundin ist wie mein Windows 10. Aber. Verstehe ich nicht. Und Crowe, danke schön für den Re-Sub im fünften mit Prime. Und Max, danke schön für den Prime im vierten. Und Jonas, danke schön. Und alle anderen, danke schön. Danke schön. Also, ist Frank jetzt wieder verhaftet oder was? Keine Ahnung. Ich glaube nicht. Du hast sogar gesagt. Ja, weil... Wer hat dich angerufen? Jeff. Warum habe ich Coco verstanden? Weiß ich nicht. Schoko. Ah. Ich fühle mich wohl mit dem Helm. Da waren deine Freunde am Park, hast du gesehen? Mhm. Warum hängen die am Park ab? Und dann nimm alle mit diesem Hemd, ne? Ach so. Ich will auch mal zu denen gehören. Werde ich einfach dazu. Hey, sie akzeptieren mich. Werte nicht auf. Ja, gut. Na komm, das wird passen. Ja, sollte besser aussehen oder so. Was? Ja. Fast perfekt. Ja. Nee, ist ja... Oh. Keiner von uns und so. Der gehört jetzt im Park, ne? Also der hängt da ab. Ich habe keine Razor. Ich habe eine Ducky mit blauen Switches. Deshalb hört man auch das klicken. Warum sagt ihr uns ein Passwort dafür? Äh, weil die ja jetzt tatsächlich gekauft haben. Gut. Das geht. Was für ein Passwort? So, wie sollen das mit dem Passwort regeln? Die regen sich über die Gräufe. So, keine Ahnung. Gut, 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 gut. Was ist mit dem Passwort? Also, Passwort ab morgen wäre dann Lieferung. Gibt kein Passwort auf der Route. Die kriegen einen Brand. Ach, meinst du? Klar. Scheiße, Alice. Oder wer hat das ausgemacht? Ja, das ist das. Ja, scheiße, die gibt kein Passwort. Jetzt haben die wieder gekifft, Alter. Wo sind die denn? In den Hogwarts-Pommes? Legen die alle um den Boden, die Lutscher. Was ist mit dem? Aber ja, wir wissen Bescheid. Ihr habt eure Job getan. Wie ist denn das Passwort? Lieferung. Sprach mich bitte nicht. Beide Mords, das Passwort jetzt. Boah, ich geh den gleich auf den Rasen scheißen. Aber brauchen wir da nicht noch Sonderzeichen und mindestens eine Zahl? Ja, ohne großen und Kleinschreibung, ne? Ja, genau. Und am besten noch was schnörkelt. Nee, 16 Zahlen. Was wollt ihr noch von denen? Sag mal, wisst ihr wohl die Grovers? Äh, keine Ahnung. Ja, bei Bennys stehen die rum. Hm? Die haben sich mal ausgebreitet, oder nicht? Was? Auf jeden Fall steht das schon voll mit grünen Hauses. Die haben sich mal ausgebreitet mittlerweile. Hier haben wir auch jetzt die Projects. So wurde es uns erzählt. Kannst du nochmal Projektmappe sagen? Oh, MBG Telephone. Tatsächlich, wir sollen Projektmappe sagen. Kannst du nochmal Projektmappe sagen? Jo? Aber Bruder, jetzt gehst du dran. Ich bin so müde, ne? Äh, was geht? Ich wollte mal angerufen, weil da irgendwas gesagt wurde wegen der Route. Und wollte nachfragen, ob das stimmt. Äh, was denn? Achso, ich bin übrigens Curtis. Äh, was geht? Ah, verfickte Scheiße. Ich bin hingefallen. Malo? Vorsichtig laufen. Ja, ja. Ich bin auf Fahrrad. Ja, vorsichtig Fahrrad fahren. Ähm, weil die Jadis meinten irgendwie, ihr habt die Grasroute aufgegeben. Wird heißt aufgegeben. Ist halt schon wieder, entweder wir machen Krieg für eine Route. Oder wir lassen es sein und gucken dann mal in ein, zwei Wochen. Und bevor ich da jetzt Leute draufgehen lasse für ein bisschen Kohle, habe ich gesagt, nö, machen wir nicht. Dann sollen die sich da jetzt ihren Spaß dran haben. Wir haben mit denen schon geredet. Mal gucken. Ja, weil Johnny auch im Knast ist, ne? Und ich muss das jetzt übernehmen und ich habe keine Ahnung davon. Johnny ist im Knast. Scheiße. Wieso das denn? Ja. Scheiße gebaut. Mhm. Ja, keine Ahnung. So bald wieder die Wahl, ob wir jetzt in den ewigen Krieg ziehen für ein paar Pflanzen, die da oben stehen. Oder ob wir es dann erstmal sein lassen. Was ich halt irgendwie, was ich halt mitbekommen habe, ist 56 und Jadis hatten die Route. Und ihr habt die 56 quasi, keine Ahnung, ne? Weggefegt? Ja. Und die Jadis hatten halt auch noch 50%. So haben sie das auch erklärt irgendwie, keine Ahnung. Und die haben dann gefragt, ob die arbeiten dürfen und die haben gesagt, nö. Wir haben denen damals gesagt, wird das auch gar nicht so lange her, wir haben gesagt, wir hätten da erstmal gucken müssen. Und dann hatten wir ein Gespräch, keine Ahnung, lief ein bisschen was falsch. Einige Infos nicht so durchgeflossen, wie sie hätten durchlaufen sollen. Ist halt irgendwie nicht so gelaufen, wie es sein sollte. Weil eigentlich wollten wir die mit auf der Route haben, aber das ging irgendwie alles nicht so durch, wie es gut durchgehen sollte, eine Information. Und wer klärt jetzt, wenn da irgendwas abgeht? Machen die Jadis das jetzt? Machen erstmal die Jadis hier. Wir halten uns da erstmal zurück, bevor es deswegen Stress gibt, da haben wir keinen Nerv für. Ja, ich habe gerade schon gehört, ihr macht Bennys auf, ne? Oder ihr seid da Bennys? Wir haben das schon ewig, aber wir machen jetzt nochmal eine richtige Neueröffnung. Wir haben das schon seit Ewigkeiten aber nie so richtig aktiv geführt. Und wir haben jetzt so ein paar Leute, die sich darum kümmern. Also kann man nur reparieren und so? Ja, auf jeden. Reparieren, lackieren. Wie gesagt, wir warten eigentlich seit Ewigkeiten auf Tuning-Teile. Mal gucken, wann die kommen. Weil das ist ja eigentlich das, was wir mit den Bennys machen wollten, Tune. Besser ist das. Aber, ja, keine Ahnung. Ich weiß noch nicht, was ich machen sollte. Sollte ich jetzt dahingehend eine neue Kondition aushandeln? So, mit Jadis. Ja. Ich meine, wir haben keinen Stress mit denen, ne? Wir haben auch keinen Stress mit euch. Und ich bin nur ehrlich zu dir, es hieß auch irgendwie, dass irgendwelche Maxis, dass ihr die auf die Route holt, um das zu verteidigen. Ne, keine Ahnung. Und dass sich da wieder Leute einmischen. Und da wir ein Problem mit denen haben, mit diesen Maxis. Ne, 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 ne. Die Maxis, die ich kenne, mit denen haben wir auch ein Problem. Keine Angst. Wir holen auch keinen auf die Route, um uns zu helfen. Deswegen, wir haben mit den Jadis darüber geredet vor ein paar Tagen. Haben denen gesagt, so, okay, wir könnten jetzt hier einen ewigen Krieg darüber führen. Aber da haben wir auch keinen Nerv für. Dann nehmt euch das erstmal und dann gucken wir in der Zukunft nochmal. Ja, aber erstmal klingt wieder so, ja, warte, mach bitte in zwei Wochen, dann kriegt ihr Brettchen. Ne, 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 wir haben keinen Bock auf Brettchen. Wir haben mit den Jadis geredet. Die meinten auch, wir wollen erstmal ein bisschen Gras drüber wachsen lassen, weil auch so ein bisschen, ja, man sich auf dem falschen Fuß, glaube ich, begegnet. Da hatte ich mit Reese drüber geredet. Ich glaube, Reese heißt der von den Jadis? Mhm. Ähm, dass wir da erstmal jetzt abwarten wollen. Und mal gucken, er meinte auch schon so, man kann ja nochmal gucken in, weiß ich nicht, zwei, drei Wochen oder so, ob man das dann doch zusammen macht. Aber wie gesagt, wir haben da keinen Bock drauf, jetzt Krieg zu führen. Weil, dann bräuchte ich auch nicht sagen, also, ne, ich bräuchte nicht sagen, jetzt, wir warten mal ab, oder so, zwei Wochen kommen wir wieder an, dann könnten wir das auch jetzt direkt machen. Das, ob wir das in zwei, drei Wochen machen oder jetzt durchziehen würden, macht keinen Unterschied. Wenn ihr das verwaltet, ich meine, das ist ja nicht so, ist ja kein Kuschelkurs, es gilt ja um Business, ne? Es gilt ja darum, dass die Stadt Drogen haben will. Ehm. Ist ja nicht so, dass ihr irgendwie verbrüdert seid und jetzt gegen andere Leute actet oder so. Aber man muss das halt irgendwie verwalten, dass die Stadt nicht überschwemmt wird mit Drogen. So wie das jetzt bei den Pilzen ist. Da sitzen irgendwie drei Leute drauf, denen das gehört. Ich hatte die Pilze gehabt, wir hatten letztes, vor ein paar Tagen haben wir ein Auto voll mit Pilzen gefunden und ich hab versucht, die vor ein paar Mal über in der Stadt zu verkaufen und jeder Zweite hat mir gesagt, oh, ich hab selber einen verkauft, die. Da dachte ich mir, also, bruder, what the fuck. Da irgendwie ist da eine United oder so und dann diese Swanshow, die Typen. Ich kippe das auch nicht. Hier blick ich nicht durch, keine Ahnung. Wie gesagt, mit dem Weed jetzt. Wir uns da drum kümmern, würden wir schon gern weiter. Nur haben wir schon vor einer ganzen Weile damals gesagt, dass wir eigentlich keinen Nerv dafür haben, jetzt deswegen einen Krieg anzufangen. Die Meinung hat sich im Prinzip nicht geändert. Das haben wir auch den Jahr dieses Jahr nochmal gesagt. Wir haben keinen Bock, deswegen jetzt einen Krieg anzufangen, weil ihr da mit drauf wollt. Wenn ihr da jetzt mit drauf wollt, dann geht drauf. Dann halten wir uns jetzt die Füße still, wenn es deswegen dann kein Beef gibt. Weil wir da einfach keinen Nerv für haben. Wir haben so viel Shit schon durchgemacht. Da brauche ich jetzt nicht schon wieder irgendeinen dummen Krieg wegen irgendeiner Route oder so ein Kram. Keine Ahnung. Klar sind da Drogen, klar ist das unser Geschäft. Wir machen damit Kohle, aber wir haben auch so, wir haben noch ein paar andere. Ich bin im Telefon mit Embi. Noch ein paar andere Geschäftssachen, wo man auch Geld mitmacht. Ja, okay, dann bleibt alles beim Gleichen. Und wenn die Yardis das jetzt verwalten, dann, keine Ahnung. Ja, meldet euch das mal. Ja, das ist ja eh mit den Yardis und wir werden das schon mitbekommen. Genau, genau, genau. Keine Ahnung, ansonsten meldet euch erstmal bei denen. Könnt ihr abquatschen oder mal ansprechen, dass ihr das ja vorher mit uns gemacht hattet, mit dem Aufkaufen und so. Ja, das wissen die, wir sind da transparent mit jedem. Ich wollte sagen, aber das werden die ja vermutlich eh auch schon wissen. So, deswegen alles gut, keine Ahnung. Blättert erstmal mit denen ab. Wir haben halt keinen Bock auf Beef, deswegen. Da haben wir zu viel Shit durch. So, wegen der Route werden wir keine Leute draufgehen lassen von uns. Alles klar. Ich bin nicht auf den Krampf so. Wenn was anderes, weißt du, es gibt so andere Themen, da würde ich, weißt du, für sterben. Aber das ist bei Wheat mittlerweile so, keine Ahnung. Wir haben unsere ganze Route mit den Autos bis zu oben hin eh gefüllt davon. Das heißt, so schnell geht uns das nicht aus für einen Eigenbedarf. Aber dafür jetzt irgendwie Kugeln zu verteilen. Ansonsten kommt in den Park. Ansonsten im Notfall kommen wir rüber, genau. Kriegen wir hin. Okay, Emil, dann alles klar, oder? Alles klar, auch rein. Hau rein. Jo, peace. Peace. Ja, stimmt alles. Die Addis haben das so benutzt. Gut. Die haben das aufgegeben, weil die keinen Nerv dafür haben. Wir klären alles mit die Addis. Ja, was sollen wir da klären? Ja, nix. Wir machen, was wir wollen. Ja. Weil nicht kriegen die ein Brett. Richtig. Naja, aber der Dings hat ja schon gesagt, die wollen doch mit uns zusammenarbeiten. Also Business-Dings, ne? Und mit Maxis, das war auch nicht geplant. Dass die da die Maxis draufhalten. Draufholen wollten. Diese Maxis, die da oben Nurn sind, mit denen hat die Grove gar nichts zu tun. Und der kann ja auch nicht leiden. Gut. Ja, wir auch nicht. Ja. Dann ist alles geritzt. Top. Dann kann ich jetzt berühmt schlafen. Werkstatt, ne? Ja, das hat er uns damals erzählt. Ja, das hat er uns damals erzählt. Voll die gute Idee, Grove bei Bannix, man. Ja. Die scheffeln da bestimmt richtig viel Kohle raus. Aber Bannix ist cool als die ganzen anderen abgewichsten Werkstätten, Alter. Die ist auch nicht so weit weg. Eben. Und sieht fresh aus. Die Southside lebt. Ja. Und wir haben eingereicht, ne? Für die Wallstraße und so. Und für den Job. Und für den Job. Sehr schön. Naja. Aber kostet 100.000. Bald ist 50.000. Ja, aber das kriegen wir easy hin. Easy piece. Und da tun wir doch dann nicht ab. Gut, dann quatschen. Irgendwie ist geklärt. Dann quatschen wir morgen. Wenn Johnny kommt mit den Yardis. Gucken, was da abgeht. Weil wir können, wenn die jetzt schon mit Passworten wieder ankommen, ne? Dann ficke ich die. Das Ding ist halt, du kannst nicht jeden da drauf lassen. Weil sonst überschwimmen die die Stadt mit Drogen. Die, 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 die dürfen drauf und fertig. So. Hast du da jemanden, der nicht dazugehört? Fickst den weg. Wenn der sagt, er kommt von denen, dann rufst du da kurz ab. Und das Ding ist gut für den Hase und für den Pfölder und Bademeister und so. Dass die da aufpassen. Ja, jetzt zählt. Weil dann sind die Idioten nämlich beschäftigt. Ja, die können den ganzen Tag da Leute hops nehmen und das kontrollieren. Und wer da auf der Route ist. Die können sich von mir aus eine Mitarbeiterliste davon in Grasrouten machen. Mega. Aber dann machen die nicht so viel Unfug. Gut, dann holen wir Johnny und Jeff Kellner raus. Gut. Ja, dann. Warte mal, wo ist Shep? Wegen Funkgeräten. Ja, hat sich noch nicht gemeldet wahrscheinlich. Rufst du nochmal an. Das wäre natürlich richtig Jackpot, ne? 400.000 Funkgeräte, 100.000 Quotionen wieder. Ja. 100.000 habe ich noch. Dretzmann wollte auch noch ein bisschen Geld leihen. Jeff hat auch noch wieder was. Aber der ist schon wieder irgendwo im Urlaub? Ja, ja, ja. Aber dann sind das ja unsere Konkurrenten. Wir können uns die Werkstatt von Dretzi nehmen. Was, 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 was? Was? Seine Anteile meinst du? Ja. Meinst du, der gibt die ab? Na, gar nichts. Der Dretzi. Ja, selbst wenn er das abgibt, dann gehen wir da nur abkassieren. Oder verkaufen dem die Anteile, den Typen, dem der Rest gehört. Das wird teuer. Ich glaube, die Werkstatt kostet 10 Millionen oder so. Ist die wert. Ja, wenn das 50-50 ist, dann schmeckt das. Sollte uns auszahlen. Ja. Ich weiß nicht, ob der uns auszahlen kann, aber, ne? Ja, halt jeden Woche, bisschen. Über die Wochen, ja, ja, ja. Ratenzahlung. Richtig. Boah, läuft. Läuft bei uns. So, ich ziehe jetzt das T-Shirt aus und dann gehe ich da mit dem Latz Hose rein. Und da schreibt die Mille. Ich gehe jetzt auch rein. Obwohl die pennen bestimmt schon. Ich sage nur Gute Nacht. Ja. Gute Nacht. Gute Nacht. Das ist mein Fahrrad. Das ist mein Fahrrad. Das ist mein Fahrrad. Oh, die Klappe. Mein Fahrrad überhaupt. Das gibt ein Brett. Das ist mein Fahrrad. Das ist ein Sattel dran. Ich habe einen Schlüssel. Okay. Tschüss, 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 tschüss. Tschüss. Steffi, riech mal am Sattel. Ich habe wieder was nachgelassen. Danke. Schnell rein, bevor es wieder ein Brettchen gibt. Hilfe. Boah, gehe ich jetzt noch am Support, Alter? Nee, das war eh kein RDM. Das war Kegel. Shit, seid ihr müde? Was ist Texas online? Warum sehe ich das nicht, Alter? Oh, Dexis. Oh. Oh, Dexis spielt Geisterjäger. Und ich glaube, das ist ein richtiger Schisshase. Ich brauche einen Schnarchemod, aber wir haben noch Kegel Schmude. Dexis meint das nächste Mal bitte sofort bei ihm melden. Ach, Bruder. Ich kenne die Szene und ich kenne... Lass mich nicht lügen. Ich kenne bestimmt 90% der Leute, die rumgehen und auf irgendwelchen Servern kegeln, Alter. Da sitzen irgendwo ein paar Jungs und die lachen sich ein bisschen... Ich habe da keinen Stress mit, ehrlich nicht. Solange die mir nicht jeden Tag auf den Sack gehen irgendwie. Ich habe da echt keinen Stress mit, so. Und ich könnte keinen F7 drücken, weil der zu weit weg war. Ja, ja. Ich... Das sind halt so Kegler, Mann. Da kannst du eh nichts gegen machen. Da kannst du wirklich nichts gegen machen, Prepper. Alter, auf Heimatstadt, auf Homestate damals... Ah, der zockt gar nicht. Der zockt in silence. Das sieht genauso aus. Wow, das sieht ja gut aus. Was ich sagen wollte, ist, du kannst da eh nichts gegen machen. Damals auf Homestate haben die immer wieder neue Accounts bekommen und so. Ich will da auch nichts gegen machen. Also, was heißt, ich will nichts dagegen machen, aber... Es bringt halt nichts. Purple Nation, keep it ballin'. Ja, ich gucke mir das mal beim Dexas jetzt gleich ein bisschen an. Ich muss unheimlich schnell aufs Klo. Vielleicht holen wir das auch. Ich bedanke mich für den Support. Ich küsse eure Augen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. War heute ein bisschen, ne, Kreis-RP-Dings, aber egal. Wunderschöne gute Nacht. Wir sehen uns nachher wieder. Baut keine Scheiße. Seid artig. Und ab in den Raid-Pum ist hier. Hoffentlich hat er Schiss und schreit rum. Wunderschöne gute Nacht. So Tschüss, gute Nacht, tschüss, tschüss Tschüss Tschüss